Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin wieder live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit dem letzten Videotagebuch des Jahres 2022. Ich hatte ja bereits angekündigt, heute ist kein normaler Kampftag hier auf der Baustelle. Das heißt, hier zwischen den Tagen über Heiligabend habe ich natürlich nicht gearbeitet hier. Deswegen ist hier auch nichts vorwärts gegangen. Aber wir können die Zeit wunderbar nutzen, so am letzten Tag des Jahres, für, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, einen kleinen Jahresrückblick. Und so was machen wir heute mal? Wir schmeißen gleich mal den Riemen auf den Orgel und gucken einfach mal, was ist eigentlich dieses Jahr so in den unterschiedlichen Tagebüchern Stück für Stück passiert? Welche Arbeitspakete wurden dieses Jahr angefangen? Welche wurden abgeschlossen? Naja, und natürlich die Frage, bin ich damit einverstanden bzw. zufrieden, was hier so passiert ist? Es ist ja manchmal im Nachhinein, wenn man es sich dann anschaut, ganz interessant zu sehen, was alles so vorwärts gegangen ist oder wo es eben noch so ein bisschen gehakt hat. Das machen wir heute. Und da würde ich sagen, quatsche ich auch gar nicht lange, sondern wir springen direkt in unser erstes Tagebuch. Ja, und angefangen hat dieses Jahr mit dem Tagebuch Nummer 94. Da musste ich tatsächlich erstmal so ein bisschen recherchieren, wo wir da überhaupt waren. Und ja, das war im Prinzip auch noch alles hier im Rahmen dieser Aktion von der Giebelwand. Da hatten wir ja im Prinzip den Rähmtausch gemacht. Das war alles noch im Jahr 21, dass wir die ganze Giebelwand auseinandergebaut haben, abgestützt haben, das alte Rähm da raus, das Tor da raus und dann das Ganze wieder von vorne neu restaurieren. Ja, und jetzt hier, das ist aber 21 gewesen und jetzt sind wir hier in 22, haben wir dann diesen, ich nenne es mal linken Teil der Giebelwand, dann das gesamte Fachwerk neu gemacht. Alle Riegel, alle Ständer. So, was wir jetzt hier sehen, das ist glaube ich der Eckständer schon, den wir da jetzt zum Schluss gemacht haben. Da hatten wir uns dann am Ende auch noch zu entschlossen, den ebenfalls neu zu machen, dann dass die Wand praktisch komplett mit der Ecke dann als komplett neue Einheit dann gebaut wurde. Hier sehen wir jetzt auch sehr schön mit dem Teleskoplader, das war wirklich, diese Maschine hat uns hier extrem weitergeholfen, hier mit Schraubzwingen und so einem Schlupf da dran und dann konnte man die Ständer wunderbar hier einbauen. Das ging wirklich gut, war natürlich ein bisschen auch nicht ganz so einfach mit dem Teleskoplader. Das ist jetzt ja nicht so unbedingt so eine Mega-Präzisionsmaschine, aber letzten Endes ging das so schon ziemlich gut. So konnte man das ganze Fachwerk zusammenstecken und jetzt die ganzen Holzarbeiten, das kennt ihr ja aus den Tagebüchern, also das Bearbeiten von den Ständern, die Zapfen zu schneiden mit der Zapfenschneidersäge da. War schon alles ziemlich cool, hat eine Menge Bock gemacht. Das war so der Übergang jetzt mit dem Anfang diesen Jahres und bevor praktisch die ganzen Arbeiten mit dem ganzen Abriss von innen, Proton und so weiter wieder begonnen haben. Das finde ich, da freue ich mich auch schon total drauf, wenn das jetzt weitergeht an der breiten Seite, an der traufen Seite mit dem Fachwerk, dass wir wieder so ein bisschen Holzarbeiten machen. Ja, hier mit der Ecke hatten wir praktisch den Abschluss dann auch in diese Richtung, mit den letzten drei Riegeln dann in Verbindung zum alten Fachwerk. Dann haben wir das soweit fertiggestellt jetzt hier, da fehlt natürlich jetzt noch die Schwelle. Die haben wir dann ein Tagebuch später da reingebaut, aber so ist das ja eigentlich schon mal alles relativ ordentlich. Also da freue ich mich schon drauf, wenn ich mir das mal so vorstelle, wenn das jetzt mal mit Lehmstein dann ausgefacht ist. Ich glaube, dann hat das schon durchaus einen Charakter. Schwierig wird noch der Pfosten von dem Tor, hier jetzt der ganze rechte Pfosten sozusagen, weil der muss ja dann auch noch geschnitzt werden. Das machen wir aber dann auch erst, glaube ich, ein ganzes Stück später, weil da kommt es ja auch nicht drauf an. Das hat jetzt ja nichts mit irgendwelchen anderen Arbeiten zu tun. Aber wie gesagt, das haben wir jetzt hier, das waren noch ein, zwei Tagebücher. Da hatten wir hier den ganzen Kram fertig. Dann sind wir auch schon bei Tagebuch 97. Da ging es dann tatsächlich schon los mit der Treppe. Und das hat mich ernsthaft überrascht, dass ich wirklich Anfang des Jahres bereits an dieser Treppe angefangen hatte. Ja, da kann ich dann, da war ich dann, das war für mich wirklich so, wo ich denke, so boah, so vom Gefühl her, ja, hat das so lange eigentlich gar nicht gedauert. Aber offensichtlich, ich habe das ja auch viel dann wieder unterbrochen. Aber nichtsdestotrotz hat diese Treppe doch sehr viel Arbeit gekostet, weil ich mir auch hier zur Aufgabe gemacht habe, die ganzen Teile heile zu lassen. Also wirklich nichts zu zerstören und einfach nur mit der Kettensäge praktisch alles kaputt zu sägen und aufs Feuer zu werfen, sondern möglichst alles intakt zu lassen. Dann hatte ich mir hier ja noch einen Scherz erlaubt. Das hatte ich zwar ein, zwei Tagebücher später aufgelöst, aber ich glaube, das haben nicht alle gemerkt. Da habe ich so getan, als hätte ich hier unter der Treppe noch was in Anführungszeichen Wertvolles gefunden, einen Schatz aus der Vergangenheit. Das sind übrigens meine Mickey-Maus-Hefte von früher. Die habe ich da natürlich deponiert. Diese Ravioli-Dose sollte eigentlich dann so ein bisschen der Hinweis sein, dass das ein Spaß ist. Aber ich glaube, es haben tatsächlich nicht alle gemerkt. So, für das Tagebuch 100 hattet ihr euch dann ein Interview mit meiner Frau gewünscht. Das habe ich geliefert. Ein paar Fragen von euch habe ich an meiner Frau gestellt. War ein sehr interessantes Interview. Und ich glaube, wir hatten da alle so ein bisschen Spaß. War mal eine ganz nette Abwechslung. So, dann ging es weiter mit meinem völlig zerstörten Garten, hätte ich fast gesagt, ja, wo ich mir da im Winter alles kaputt gefahren habe. Da hatte ich dann ja hier von Securatec diese Fahrplatten bekommen, die immer noch bei mir hier liegen und dafür gesorgt haben, dass das hier, so wie es jetzt aussieht, nicht nochmal passiert ist. Weil jetzt kann ich hier mit meinem Teleskop leider und den Baumaschinen und was weiß ich immer wunderbar hier über die Fahrplatten fahren und fahre mir halt nicht mehr diesen ganzen Boden hier kaputt, wie ich es zuvor getan habe. Das hier sind noch so ein paar Ankergitter. Daraus habe ich mir dann hier hinten vor dieser Palettenplattform und vor dem Erdhügel, vor dem Mount Fachwerker noch eine kleine Plattform gebaut. Kann ich auch nur bestätigen. Hat auch wunderbar funktioniert bis heute. Die liegen da und wachsen jetzt langsam zu. Das heißt, die werden immer unsichtbarer und der Boden ist aber super verfestigt und passt perfekt. Kannst du mit Baumaschinen drüber fahren, ohne dass da irgendwas kaputt geht. Also das ist schon, das war mir definitiv eine sehr große Hilfe. So und dann geht es auch schon los mit der Arbeit an der Kranplattform. Hier war ja immer noch neben der Terrasse so ein Blumenbeet, wo so ein paar von diesen, was sind das, Rhododendrons oder was gestanden haben. Die habe ich umgepflanzt, habe dann zugesehen, dass ich diesen Blumenkram da, dieses Blumenbeet da rauskriege, diese Randsteine weg und mir hier eine Kranplattform baue. Weil ja, das war dann tatsächlich, das hatte ich auch noch nicht so richtig auf dem Schirm, dass ich so früh mich schon hier um den Kran gekümmert hatte. War natürlich auch eine Aktion, sag ich mal, du guckst halt immer bei Ebay, bei Kleinenanzeigen, so irgendwann hast du dann einfach mal ein Angebot und dann musst du natürlich auch zugreifen. Und ob so ein Kran dann nachher ein, zwei Monate oder auch Jahre dann länger steht, wenn er erstmal da ist, dann ist es ja auch nicht schlimm. Deswegen, da musste ich dann eher natürlich die Gelegenheit nutzen und habe dann schon relativ früh einen Kran bekommen, obwohl ich den bis heute noch nicht benutzen musste. Ja, Tagebuch 106, da habe ich das Ding dann tatsächlich abgeholt. Zusammen mit einer Firma hier, dem Kollegen Westphal, mit dem bin ich jetzt mittlerweile auch ganz gut befreundet. Hat auch, war auch eine sehr interessante Sache, das mal zu sehen, wie so ein Kran abgebaut wird. Und so war schon ziemlich cool, das mal so mitgemacht zu haben bei bestem Wetter. Ja, da konnte ich also richtig schöne Aufnahmen von machen. Also die Tagebücher waren auch sehr cool. Muss ich auch nochmal ein eigenes Video drüber machen, so als kleine Doku, wie das Ganze läuft. Hier seht ihr, da kommt der Kran bei mir an. Und natürlich auch der Aufbau war natürlich nicht weniger spannend. Für mich, der sowas noch nie gesehen hat und so, war das schon ziemlich cool, das mal so gemacht zu haben. Und da ist er, mein eigener Baukran, er hebt sich in den Himmel. Und naja, die meisten werden es jetzt ja kennen. Viele haben dann gelacht, die sind ja schon tausendmal dran vorbeigefahren an der Hauptstraße. Und jetzt durch den Kran haben sie jetzt praktisch die Markierung, dass sie wissen, ach, da ist die Baustelle vom Fachwerker. Weil der ist natürlich jetzt tatsächlich auch aus relativ großer Entfernung zu sehen. Und naja, wie gesagt, bis heute habe ich noch nicht gebraucht, aber im nächsten Jahr bin ich davon überzeugt, wenn wir jetzt beim Dach richtig anfangen, dann wird der hier noch ziemlich gute Dienste leisten, nehme ich mal stark an. Und ja, ist ein altes Schätzchen, funktioniert. Und ob der jetzt ein, zwei Jahre hier länger steht, darauf kommt es ja auch nicht an. Und das ist jetzt ja nicht so, dass ich den hier groß kaputt verschleißen würde. Als nächstes habe ich mich dann tatsächlich auch wieder mehr um die Treppe gekümmert. Ihr seht, das war ja jetzt immer so ein Zwischenprojekt. Deswegen habe ich da auch, glaube ich, insgesamt relativ lange für gebraucht, weil ich da immer wieder bei angefangen habe, dann wieder weggelegt. Und das war auch wirklich eine bescheuerte Arbeit. Also das war nicht sehr schön. Das ist sehr schwierig gewesen, rauszukriegen, wie die jetzt verbaut war. Wo musst du jetzt was lösen, damit es auseinandernehmen kannst und so. Ach ja, das war sehr viel Jugend forscht. Und naja, auch das Handhaben hier von den Gewichten war auch alles nicht so einfach. Also da kann man schon sagen, das war durchaus zwischendurch auch mal gefährlich. Wenn du jetzt nicht willst, dass das alles kaputt geht oder da ins Treppenhaus dann klatscht und so. Da habe ich mir schon richtig einen fertig gemacht. Das sind dann so Arbeiten, die haben mir persönlich überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich glaube, da habe ich auch ziemlich lange das Ganze hängen lassen. So, dann sind wir jetzt schon im Tagebuch 110. Das war dann der letzte Abbau. Da war das praktisch alles klar. Da ist dann mein Zimmermeister nochmal einmal vorbeigekommen. Dann haben wir das zu zweit gemacht. Auch natürlich aus Gründen der Arbeitssicherheit. Weil das einfach so Punkte sind, wo du dann zu zweit mit vier Händen oder wenn du einfach an zwei Ecken anfassen kannst, das Ganze natürlich wesentlich besser handhaben kannst. Hier auch mit Hilfe vom Bagger. Letzten Endes, um das Ganze so ein bisschen zu handeln und so. Ja, das hat dann auf jeden Fall ganz gut funktioniert. Zu zweit haben wir dann den letzten Rest hier von dem Podest abgerissen. Das war natürlich dann mehr oder weniger nur noch eine Pflichtübung, wenn du dann erstmal das ganze Gelumpe darunter hast von den Gewichten her, dann jetzt hier dieses Podest abzubauen. War nicht mehr so schwer und dann ist einem auch erstmal klar geworden, wie viel Poroton da in diesem Treppenhaus noch so versteckt ist. Aber der Zimmermann war natürlich auch nicht nur zum Spaß hier, sondern wir haben dann angefangen an der rechten Seite der Gebelwand. Und zwar, wie man sieht, hier mit dem entsprechenden Ständer und den drei Riegeln dann. Das war auch interessant. Den haben wir tatsächlich mit dem Kran dann da reingehoben. Das ist ja hier mit dieser Ecke von dem Bruchsteinanbau. Da oben seht ihr ja auch Dach in der Dach und so. Das war alles ziemlich eng, hat aber am Ende funktioniert. Trotz des recht geringen Platzes war das auf jeden Fall auch eine ganz interessante Arbeit. Dann ging es weiter hier mit der Ecke, die in den Bruchsteinanbau so reingeht. Da haben wir dann, da seht ihr ja den Stahlträger, da haben wir noch so eine Zwischenschwelle dann eingebaut. Und eben dann da oben auch zwei Gefache praktisch rein, dass wir dann alles verbunden haben. Hier seht ihr dann mit dem Leimbinder, da ist jetzt ein Eichenholz drauf und so weiter. So ist diese ganze Ecke jetzt wieder picobello. Und ja, mit dem Stahlträger werden wir mal schauen in der Zukunft, was wir da noch mit machen. So, dann haben wir natürlich die Schwellen innen drinnen. Die fehlten ja auch noch von den beiden Innenwänden. So, hier seht ihr schon mal die Nummer 1 von der einen Seite. Und dann die etwas kleinere Schwelle auf der anderen Seite. Und natürlich draußen, seht ihr, da ist es mittlerweile auch schon fertig. Draußen dann dieses kleine Stück Schwelle auf der im Prinzip rechten Seite der Giebelwand. So, das haben wir dann auch alles noch fertig gemacht. Und so kann man jetzt sagen, waren an diesem Moment die Hauptarbeiten an der Giebelwand fertig. So, dann sind wir im 116. Tagebuch schon. Da ging es tatsächlich los mit dieser Protonschale, ich nenne es mal, im Treppenhaus. Da habe ich angefangen, ganz oben, da war es noch Sommer, richtig heiß. Oh Mann, ja, das war echt der Knaller. Und da, wenn man sich überlegt, das war das Tagebuch 116, Freunde. Und da haben wir jetzt praktisch fast den ganzen Rest des Jahres für gebraucht, um diese Protonschale da rauszureißen. Das ist schon ziemlich heftig. Jetzt habe ich leider keinen richtigen Zähler, wie viele Anhänger das voll waren. Aber das war schon richtig viel Proton. Hier sind wir jetzt auch schon Tagebuch später und so weiter, wo ich dann oben die Ecke schon raus habe, wo ich jetzt wirklich im Treppenhaus mit dem Gerüst dann anfange und Reihe für Reihe praktisch runterstämme. Weil anders geht es halt nicht. Das war wirklich eine sehr anstrengende, zeitraumende Arbeit an der Stelle. Aber zumindest wusstest du da jeden Tag, woran du bist und was du morgen zu tun hast. So, dann sind wir im Tagebuch 119. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich dann Helfer auf meiner Baustelle hatte. In diesem Fall angefangen haben der Thomas und der Alex. Die beiden waren meine Premieren-Gäste, wenn man so möchte. Und haben auch richtig reingehauen. Wir haben ja dann zu dritt so richtig mal diese Protonschale gerockt. Und das war wirklich ein sehr guter Einstieg. Hat richtig Bock gemacht. Wir haben natürlich auch zusammen Kaffeepause gemacht und so weiter. Viel gequatscht, viel gelacht, viel Blödsinn erzählt und so, wie sich das gehört. Ja, tipptopp. So, dann nächste Tagebuch war ich wieder allein unterwegs. Da habe ich dann erstmal ein bisschen aufgeräumt. So den Rest von der Protonschale abgerissen, was noch so übrig geblieben ist und so weiter. Was man denn so macht. Ja, dann Nr. 21 oder 121. Da war dann der gute Elmar, war denn da. Ja, und auch mit Elmar haben wir hier richtig was weggerissen. Wir haben also oben die Protonschale jetzt an der Giebelseite angefangen abzureißen. Haben hier erstmal ein Loch ins Fachwerk gemacht, dass wir unsere Lieferkette hier in Gang kriegen. Ja, das war so die ganzen Steine von innen. Möglichst einfach nach draußen befördern können, direkt in die Teleskopladerschaufel. Ja, auch das war richtig gut. Der Elmar hat auch richtig mit angepackt. Wir haben hier auch die Galerie abgerissen. Das hätte ich auch alleine niemals hinbekommen. Das war so auch sehr, sehr hilfreich, dass der gute Elmar da war. Und was auch ziemlich geil war, der Elmar war mit meinem absoluten Traumfahrzeug hier auf der Baustelle. Ah, einen Opel GT, Freunde. Was soll ich sagen? Habe ich mich direkt drin verliebt. Richtig geiles Auto. Tagebuch später ging es richtig zur Sache. Da waren nämlich die Mädels at work auf der Baustelle. Und wir haben hier richtig Spaß gehabt. Das war richtig cool. Die Mädels haben vor allen Dingen richtig hart mit angepackt. Oh, Steffi. Wenn du anpackst, dann ist das aber so ein bisschen auch, als wenn zwei andere loslassen, wa? Boah, weißt du? Mach da dein Kram weiter. Ein Tagebuch später war dann tatsächlich quasi Nachbar von den Mädels at work bei mir auf der Baustelle der gute Jens. Ja, ziemlich cool. Der hat auch richtig reingehauen. Und wir haben hier auch mit der Makita die Proton-Stahl. Ihr seht schon, wir sind jetzt schon an der Giebelwand angekommen, um da die Steine wegzureißen. Ja, das haben wir hier auch zu zweit. Immer im Wechsel. Hat auch wunderbar funktioniert. Ja, war eine recht schweißtreibende Arbeit. Aber auch der Jens, der hat da richtig was auf sich genommen. 500 Kilometer Anfahrt, um hier auf der Baustelle zu schwitzen. Ja, Respekt, sage ich ja nur. Aber auch da kann ich nur sagen, hat das super geklappt. Und wir haben hier richtig was vorwärts gebracht. Sieht man auch hier jetzt, ist praktisch nichts mehr über. Das war eigentlich, sagen wir mal, die Endarbeit an der Protonschale hier. Ja, viele Helfer, viele Arbeitsstunden hat es gekostet, den ganzen Kram da rauszukriegen. So, dann ging es weiter. Dann war der Zimmermeister da. Wir haben jetzt angefangen, die Außenwand abzustützen. Aber es war ja klar, nächstes Arbeitspaket werden die Fundamente. Und da habe ich hier schon so ein Stück weit mit angefangen, sagen wir mal, vorgefühlt. Aber was das am Ende tatsächlich für eine Katastrophe wird, das war mir zu dem Zeitpunkt zum Glück noch nicht so wirklich bewusst. Dass das also hier noch mehrere Kubikmeter tonnenweise da an Beton gibt. So, dann 125. Da hatte ich Versuch von dem guten Steffen, auch aus der Nachbarschaft. Der hat mir hier geholfen. Erstmal haben wir angefangen, hier mit dem Teleskoplader die Gefache rauszudrücken. Warum soll man das von Hand machen mit dem Vorschlaghammer, wenn es auch mit der Palettengabel geht? Das war so die Idee. Hat auch eigentlich funktioniert, auch wenn es vielleicht ein bisschen abenteuerlich ausgesehen hat. Insgesamt, wie ist das nochmal? Auch wenn es doof aussieht, wenn es funktioniert, ist es nicht doof. Dass das ganze Gefache übrigens so wackelt, das liegt einfach daran, dass die Wand schon entlastet war übrigens. So, Steffen hat auf jeden Fall hier richtig die Trümmerfrau gegeben. Wir mussten nämlich natürlich nach dem ganzen Kram hier richtig loslegen und aufräumen. Meine Fresse lag da viel Scheiß rum. Also ich glaube, ich habe nochmal zwei Tagebücher nur mit Aufräumen hier verbracht. Ja, aber ich habe natürlich einiges an Steinen auch auf Paletten sichern können. Ja, dann Tagebuch 127. Da habe ich dann mal wieder Eichenholz geholt. Eine riesen Lieferung dieses Mal. Drei volle Anhängerladungen mit Eichenholz. Insgesamt irgendwie dreieinhalb oder fast vier Tonnen Material. Richtig heftig. Das ist jetzt das gesamte Eichenholz, was wir noch brauchen für den Rest des Fachwerks. Also egal, was jetzt am Fachwerk noch kaputt ist, das können wir alles mit dem ganzen Eichenholz instand setzen. Ja, ihr seht, das ist schon echt ein Haufen und der hat mich auch entsprechend einen Haufen Geld gekostet. Das tat schon richtig weh. Dann hatte ich aber allerdings Hilfe auch von dem guten Micha. Der hat mir dann hier geholfen an dem Tag. Der tat mir richtig leid. Wir mussten diese Blöden, da ich diese, die ja nun länger lagern muss, mussten, die hier in diesen Seitengang, die Hölzer da bis keiner mehr aus den Faden hat, wie man zum Beispiel sagt. Und das war echt eine Knochenarbeit. Also da hat Micha richtig mit anpacken hier angepackt. Dann haben wir noch ein bisschen aufgeräumt, noch ein paar Steine gesammelt. Aber das war schon ein sehr anstrengender Tag. Da hatte ich auch richtig so ein bisschen Rücken danach. So, was macht man, wenn man Rücken hat? Man fängt einfach mal an mit ein bisschen Bodenblätter auseinander wämsen. Und das war so die Zeit, wo ich dachte, naja gut, könnte was werden. Und so langsam dämmerte es mir dann aber so nach ein, zwei Tagebüchern, dass das durchaus eine etwas langfristigere Geschichte werden kann. Hier mit dieser Bodenplatte. Das ist jetzt also schon über mehrere Tagebücher springen wir hier jetzt schon. Was das Ganze gedauert hat, erstmal diese Eisenringe hier freizulegen. Dann überhaupt erstmal da zum Teil auf den Boden zu kommen. Aber zum Teil ist da noch nicht mal den Boden zu sehen. Und in den meisten Fällen war unter der Betonschicht noch eine Betonschicht. Also das war wirklich diese Stelle hier, dieser ganze Treppenhaus-Bodenplattenkram hier. Der hat mich dieses Jahr durchaus zurückgeworfen, weil wie ihr nun auch wisst, da habe ich am Ende des Tages schon ziemlich lange dran rumgestemmt. Am Ende waren es an einigen Stellen über 60 Zentimeter. Nur Beton und eben auch noch gemischt, ein wenig armiert mit entsprechenden Eisen, Metallteilen oder irgendwelche Pfähle, so wie ihr das hier sieht, so alte Zaunpfähle aus Stahlbeton, die da auch einfach mit drin versenkt waren. Also das war hier wirklich eine ganz harte Nummer, die eine Menge Zeit, eine Menge Arbeit und auch Nerven gekostet hat, die uns hier auf jeden Fall ein bisschen zurückgeworfen hat in dem Ganzen. Aber immerhin konnte ich jetzt so langsam wieder anfangen mit dem Bagger, also überhaupt mal wieder mit Maschinen zu arbeiten, wodurch das Ganze dann irgendwann auch mal wieder so ein bisschen erträglicher wurde, wenn er nicht nur mit der Makita arbeiten muss, sondern auch mal mit anderen Maschinen. So, zwischendurch dann hier mal was anderes gemacht, mit Junior zusammen hier die Einfahrt ausgebessert von unserer Garage. War auch mal ganz nett, hier so ein bisschen altes Pflaster instand setzen. Das sind dann so die Kleinigkeiten, das gönnst du dir einfach mal zwischendurch im Sommer, wenn du mal einfach keinen Bock mehr hast, auf Beton auseinander kloppen. Dann machst du einfach mal sowas hier, ist dann schon nahezu entspannend das Ganze. Aber hilft ja nichts, 131 liegt an und ich bin immer noch an dieser Bodenplatte dabei. Da bin ich mittlerweile, das ist jetzt schon das dritte Tagebuch in Folge, kann man sagen, wo ich an dieser Bodenplatte arbeite. Hier seht ihr das nochmal, da habe ich das mal nachgemessen, da waren es an der Stelle lockere 60, 65 Zentimeter oder was. Wirklich unfassbar, was da versenkt wurde. Ja, da hatten dann einige vorher schon mal geschrieben, hol dir mal irgendwie einen großen Presslufthammer oder so, wo ich dann immer gesagt habe, ach komm hier, das ist mit der Makita alles kein Problem. Bei einer normalen Bodenplatte, die so 10 Zentimeter oder so bisher hier im Haus immer nur dick war, wäre das ja auch kein Problem gewesen. Aber hier an dieser Stelle dann eben doch irgendwie. Also diese ganzen Ringe da, die habe ich dann später noch auseinandergeflext. Aber auch hier seht ihr, ich habe es dann glaube ich hinterher einfach nicht mehr Bodenplatte genannt, sondern was jetzt noch folgt, da habe ich gesagt, das sind Reste vom Fundament. Da habe ich es einfach umdeklariert, um einfach sagen zu können, mit der Bodenplatte bin ich jetzt soweit fertig. Das ist ja schon fast schon Notwehr gewesen, dass man da einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Ja und dann seht ihr, ging es weiter, die ersten Schwellen freilegen, beziehungsweise das, was da von diesen Schwellen noch übrig ist. Und ihr seht hier wunderbar mit Bauschaum eingeklebt und einfach nur mit so einem Nagel, wirklich ohne Scheiß Leute, mit einem Nagel befestigt. Ja, das ist definitiv auch eine ziemliche Offenbarung gewesen, aber das war jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich. Das hat mich also tatsächlich nicht mehr groß geschockt, der Zustand von der Schwelle und wie das eben verarbeitet war. Aber an dieser Stelle der Baustelle ist uns das alles mittlerweile klar, wie das zusammengebaut ist. Und das war dann auch der Beginn meiner neuen Logistikkette. Da hatte ich mir im Vorfeld ja viele Gedanken drüber gemacht. Wir sind am Ende gemeinschaftlich auf diese Idee gekommen. Mach doch einfach Teleskoplader, Rampe davor und fahre mit dem Baumax-Dumper direkt in die Schaufel. Ja, das habe ich dann ausprobiert. Das hat wunderbar funktioniert. Und das habe ich auch dann für die gesamte Entsorgung von diesen Tonnen von Boden, Platte, Steine, Ziegel, sonst irgendwas, habe ich dann diese Logistikkette auch genauso beibehalten und es bis heute nicht bereut. Das hat echt wunderbar funktioniert. Ihr seht ja auch hier die ganzen Steine. Das sind alles noch Steine aus den Gefachen, die eben nicht heile waren, die halt kaputt waren oder halt nicht mehr zu verbauen waren. Die wandern alle in die Tonne. Ansonsten habe ich da, ich weiß gar nicht, drei Paletten, glaube ich, drei volle Paletten Kalksandsteine und auch drei Paletten Ziegel oder so gerettet, die man dann eventuell später nochmal irgendwo einbauen kann. Und so ein paar werden ja noch kommen. Ihr seht ja auch rechts da die Giebelseite. So ein paar Steine sind da ja noch so kunstvoll in den Gefachen verbaut. Aber das waren jetzt auch einige Wochen dann nur an Steine aus dem Haus rausfahren, will ich mal sagen. So von daher war das auch recht interessant. Aber mit der Logistik hat das am Ende doch recht gut gepasst. Und so habe ich mich zu der Zeit dann im Prinzip durch diesen ganzen Seitengang durchgearbeitet, durchgebaggert und habe da Tonne für Tonne an Material rausgefahren, weil ich da ja jetzt überall auch auf die entsprechende Tiefe muss. Also ich muss ja alles auf etwa 50 Zentimeter bringen, damit ich da nachher genug Platz habe für die entsprechende Schotterschicht und natürlich auch für die Bodenplatte. Und weil die Bodenplatte ja auch unter die Fachwerkwand muss, muss natürlich auch das gesamte Fundament von diesem Fachwerk da raus. Wo natürlich hier in diesem Bereich, ihr seht es, noch eine Protonenschale vorgebaut ist, die auch übelst hart war. Also die habe ich hier, da war ich auch tatsächlich ein bisschen am Verzweifeln. Die habe ich nämlich hier an dieser Stelle wirklich nicht auseinander gekriegt. Das war schon sehr interessant, womit die auch immer verklebt waren. Das hat richtig fett gehalten und war entsprechend schwer kaputt zu kriegen. Ich habe da auch alles mögliche probiert. Ich habe es mit dem Bagger probiert. Ich habe es mit der Brechstange probiert. Es war einfach nicht möglich, diese Steine auseinander zu kriegen, sodass am Ende halt nur rohe Gewalt geholfen hat. Sprich also Makita und dann Stein für Stein klein kloppen. Nur eben, ich nenne es mal hinteren Bereich, da hatte ich ein bisschen mehr Glück. Da konnte ich die tatsächlich mit einer Brechstange praktisch auseinander knacken, die Steine. Weil die einfach so voll waren mit Beton, haben sie das halt ausgehalten. Da ging es einigermaßen, wodurch ich wenigstens ein bisschen Zeit aufholen konnte. So, Nummer 136. Da habe ich dann meinen Vibrationsstampfer bekommen von Baumarkt. Den haben sie mir gesponsert, dankenswerterweise. Und ja, erstmal so ein bisschen, was sich hier einmal freut, hier ein bisschen auspacken und so. Ja, ziemlich cooles Ding. Dauerte allerdings noch ein paar Tagebücher, bis ich den dann zum ersten Mal tatsächlich eingesetzt hatte. Aber hier erstmal auspacken, gucken, Öl checken, Benzin drauf, starten und mich natürlich direkt mit blamieren. Hat auf jeden Fall alles wunderbar geklappt. Wer es gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Aber bevor der halt in Einsatz kam, musste ich natürlich hier erstmal fertig werden. Was ich gerade meinte, ihr seht jetzt, hier bin ich jetzt auf finaler Fußbodenhöhe, kann man sagen, von der Tiefe. Aber jetzt müssen die Fundamente drunter weg. Und die bestehen leider ungefähr zur Hälfte. Auch wieder natürlich, wie sollte es anders sein, aus Beton. Wodurch man auch hier richtig viel Stemmarbeit vor sich hat. Wo ich auch schon wieder gedacht habe, ach du liebe Zeit. Ja, das kann ja was werden, wenn ich jetzt hier auch wieder so lange brauche, um das ganze Ding auseinanderzustemmen. Dann habe ich zwischendurch ja noch hier meine Split-Klimaanlage installiert gekriegt. Ja, das hatte ich dann ja, das sind so kleine Nebensachen, die dann nebenbei nochmals. Split-Klimaanlage installieren, Außeneinheit, Inneneinheit, den ganzen Kram und so. Ziemlich cool. Mittlerweile läuft die ja auch hier bei mir. Hatte ich ja auch schon ein Video zu gemacht. Ja, tip top. Aber das sind so Kleinigkeiten, die Masse dann auch mal so. Auch zur Abwechslung ist das mal gar nicht schlecht, mal keine Makita in der Hand halten zu müssen. Sondern einfach mal irgendwas zusammenzubauen, was aufzubauen, anstatt es immer nur zu zerstören. Wobei wir bereits ein Tagebuch später richtig zerstört haben. Da war nämlich der gute Wolf hier auf meiner Baustelle. Der hat seine eigene Makita mitgebracht. Und dann haben wir hier ein Staccato der Zerstörung losgelassen. Ja, mit zwei Mann, zwei Makitas haben wir dieses Fundament einfach nur pulverisiert. Ja, das war wirklich, das hat richtig Spaß gemacht, Freunde. Da habt ihr auch das Video, hat auch sehr viele Kommentare gekriegt in die Richtung. Das war schon geil. Ja, Wolf, der ist echt eine richtige Abbruchmaschine. Und da haben wir hier zusammen richtig losgelegt. Die alte Schwelle, da wusste ich, ausgebaut. Da brauchte Wolf nur einmal mit dem Hammer draufhauen. Dann war die Sache geritzt, ja. Die Schwelle war natürlich auch nichts mehr mit los. Und ja, hier haben wir tatsächlich auch bis zum Dunkelwerden gearbeitet. Das war schon, ja, war auch wieder ein sehr cooler Tag, wo wir natürlich auch richtig was geschafft haben. Wir haben das gesamte Fundament da dran weggerissen. Das war also schon, kann man sagen, richtig heftig. Da hatten wir uns dann am Ende die Kaffeepause auch tatsächlich mal verdient. Und der gute Wolf, der war auch der letzte Helfer dann für dieses Jahr. Mal gucken, nächstes Jahr, ob es damit dann wieder weitere Freiwillige gibt. Das werden wir dann ja sehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier den Rest des Jahres dann alleine weitergemacht. Die Vorbereitungen für die Bodenplatte hier. Jetzt praktisch die Betonschicht haben wir in der Erde sitzen lassen. Einfach nur, damit das da ein bisschen stabiler bleibt. Ich mache jetzt noch die Detailarbeit, die Bruchsteine da raus, damit das Ganze auch vernünftig ist. Mache hier schon mal so ein bisschen sauber. Die originale, die ältere Schotterschicht, die da schon länger verbaut ist, sauber machen. Praktisch jetzt hier die Vorbereitungen dafür treffen, dass ich hier den neuen Schotter einfüllen kann. Dafür muss das eben alles auch so ein bisschen sauberer sein. Ja, das waren so die, ich sag mal, jetzt nähern wir uns dem Ende des Jahres. Wir sind jetzt hier schon bei den Abschlussarbeiten. Hier habe ich jetzt noch angefangen. Ich sage ja jetzt dazu nur noch Fundament und nicht mehr Bodenplatte. Aber auch hier sind noch einige Abrissarbeiten zu erledigen. Dann muss hier zum Schluss noch die Erde, wo ich jetzt hier noch stehe, raus. Ein bisschen Hilfe habe ich dieses Jahr auch noch gehabt. So eine Mann hat sich auch noch nicht nehmen lassen, nochmal mitzuhelfen hier auf der Baustelle. Und ja, das sind jetzt so wirklich die letzten Dinge gewesen hier dieses Jahr. Ich meine, das sind jetzt Sachen, das werdet ihr aus den letzten Videos kennen. Aber was natürlich jetzt nochmal interessant war, was ich unbedingt dieses Jahr natürlich noch probieren wollte, das war wenigstens einmal den Vibrationsstampfer hier anzureißen. Ich habe das jetzt hier in dieser Seite vorbereitet und ja, dann einmal ausprobieren. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ja, komprimiert ist das Ganze jetzt vernünftig oder verdichtet, wie man so schön sagt. So, da kann jetzt also die Schotterstich drauf und so arbeite ich mich jetzt hier durch den Raum nach hinten hin, also in Richtung Treppenhaus. Und damit wird es dann in den nächsten Tagebüchern, sage ich mal, weitergehen, weil das hier war jetzt mehr oder weniger dann der Abschluss für dieses Jahr. Zumindest was halt die Arbeiten hier auf der Baustelle betrifft. Ja, das Letzte, was noch passiert ist dieses Jahr, ich habe da noch ein bisschen Schotter gekriegt. Der Lkw-Fahrer hat, weiß ich auch nicht, der fand das, glaube ich, witzig, das einfach mitten auf den Hof zu schütten, aber andersrum gesehen, gut, ich muss hier nicht groß hin und her fahren und letzten Endes ist ja auch das Wegfahren von dem Schotter oder das Reinfahren von dem Schotter ins Haus ist ja mehr oder weniger auch die nächste Arbeit, die jetzt anliegt. So, von daher habe ich das jetzt auch nicht ganz so eng gesehen. 18,6 Tonnen waren das jetzt hier oder sind das hier laut Lieferschein und das wird dann definitiv im neuen Jahr die nächste Arbeit werden, nachdem ich die Ecke da hinten noch gestampft habe im Treppenhaus, dass ich diesen ganzen Kram ins Haus reinbekomme. Ja, was soll ich sagen, Freunde, da waren auf jeden Fall einige Überraschungen dabei. Also was mich zum Beispiel am meisten wirklich ernsthaft überrascht hat, das war wie früh ich hier mit dieser Treppe bereits angefangen hatte. Ja, das hatte ich wirklich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass wir so lange an dieser Treppe rumgezangelt haben. Ich meine, dass die Porotonschale hier recht viel Zeit in Anspruch genommen hat und die Bodenplatte und so weiter, alles gut, aber diese olle Treppe, das hatte ich schon wirklich nicht mehr so auf dem Schirm. Naja, so ist das, das Jahr 2022 ist vorbei, was willst du machen? Ja, so im nächsten Jahr geht es natürlich munter weiter. Da kann ich euch vielleicht kurz einmal verraten, wie es jetzt weiter geht. Also wir sind jetzt, ihr seht ja, hier bin ich jetzt dabei. Das heißt, wir fangen jetzt direkt an. Hier schorfele ich den Kram noch raus, dass ich das hier eben kriege. Dann geht es hier mit dem Vibrationsstampfer einmal durch, dass ich hier die ganze Ebene fertig kriege. Der Schotter liegt bereits auf dem Hof. Dann heißt es hier, bitteschön, 18 Tonnen Schotter reinfahren. Das Ganze auch wieder klar machen. Dann kommt der Teil der Bodenplatte hier in diesem Bereich da rein. Dann wird das Fachwerk saniert. Ja, sprich neue Schwellen rein. Dann legen wir mal, gucken wir mal drauf, welche Riegel und so weiter. Das heißt, dann machen wir hier die Fachwerkwand fertig. Und parallel, das hängt dann ja ein bisschen damit an, wie der Zimmermeister Zeit hat. Jedenfalls parallel fange ich dann natürlich schon an der hinteren Giebelwand an. Da muss von außen, da ist ja so ein kleiner Fußweg davor, der muss weggebaggert werden. Das Haus muss da an der Stelle auch ausgestattet werden, dass ich bis runter komme auf Bodenplattentiefe. Ja, da ist einiges zu tun. Vor allen Dingen im hinteren Bereich muss ich mal schauen. Da ist nämlich auch alles zugewachsen. Ob ich da nicht auch zuerst ein bisschen klar Schiff machen muss, bevor ich da überhaupt anfangen kann zu arbeiten. Weil im Moment komme ich da mit dem Bagger und dem Damper zwar hin, aber mit dem Teleskopler, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken. Ja, und da müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Das wird sich dann so im nächsten Jahr ergeben. Also auch der Beginn vom nächsten Jahr wird auf jeden Fall erstmal interessant und ereignisreich zu tun. Habe ich hier auf jeden Fall erstmal wieder genug. Da hatte ich erst ein paar Bedenken zwischendurch. So, ne, was machen wir aber? Ne, dann ist mir das eingefallen mit der Wand und so. Ach, ne, es bleibt also immer noch genug zu tun. Je nachdem, wann man mit dem Dach dann anfangen und so weiter. Das hat aber auch noch viel mit den Kosten und den Geldgeschichten dann zu tun. Aber das sehen wir dann im neuen Jahr, ne. So, deswegen danke ich euch erstmal für ein aufregendes Jahr 2022. Viele Stammzuschauer hier. Ich finde es immer wieder klasse. Ich lese ja immer wieder, wenn die Leute sich tatsächlich so die Tagebücher von Anfang bis Ende durchschauen. Also meinen Kanal finden und das cool finden und sich dann echt so richtig, wie sagt man bei Netflix, durchbinschen oder so, ne. Binschen, ja, ne. Wenn man so Serien durchzieht. Finde ich total geil. Hatte ich mal so die Idee, damit das ein bisschen einfacher ist, für die Leute, die so ein bisschen da eben voll Bock drauf haben, sich alle Episoden reinzuziehen, dass man so eine Art, man nennt das dann Supercut, dass ich also praktisch immer 10 Episoden zusammenschneide in ein Video, dass man dann also diese ganzen Intros und Outros alle rausschneidet, dass man wirklich nur das Video an sich hat und daraus dann praktisch so eine Season macht. Also Season 1 oder meinetwegen so 10 Videos oder 15 Videos. Muss man dann gucken, wie lang das Gesamtvideo wird. Könnte vielleicht gerade für die Leute, die so im Nachhinein alle Tagebücher schauen, eine ganz interessante Sache sein. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwann mal Bock und Muße zu habe, das dann so auf den Kanal hochzuladen. Eben genau zu diesem Zweck. Gut, ich kann nur sagen, Dankeschön, dass ihr dieses Jahr so hart hier bei der Stange wart. Ich sag's ja immer wieder in den Kaffeepausen. Ich bin schwer begeistert, wie das hier immer vorwärts geht in den Aufrufzahlen und wie ihr auch immer mitfiebert und vor allen Dingen auch mitdiskutiert, mithelft, wenn ich hier Fragen stelle, dass immer wieder Antworten kommen und so weiter. Ich find's absolut klasse, weil das hat so ein bisschen das Gefühl, als würden wir das hier alle so ein bisschen gemeinsam gestalten. Und ich muss ja auch immer sagen, ich hab auch schon sehr oft mit meinen Ideen erstmal so daneben gelegen, hab mir dann von euch so ein bisschen die Inspiration geholt, hab das mal in meinem Kopf mal so ein bisschen durchdacht, hab's dann adaptiert hier auf die Wirklichkeit und dann hat das tatsächlich funktioniert. Und das ist halt, da bin ich immer wieder begeistert von, weil oft lese ich dann immer, ja, was ich alles so weiß, was ich alles so weiß. So viel weiß ich gar nicht. Vieles nehme ich von euch mit und überlege mir dann irgendeine Lösung. Das ist immer total cool. Das kann man schon fast als so eine Art Community-Projekt hier betrachten. So von daher, vielen Dank an alle, die immer so ein bisschen mitdiskutieren und sich selber auch ein paar Gedanken dazu machen, wenn es hier an irgendwelche Arbeitsgeschichten geht, wie man denn sowas im Detail lösen könnte. So, jetzt hab ich aber genug gequatscht für heute, für dieses Jahr. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch in das Jahr 23. Haltet die Ohren steif und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ja, von mir war es das für dieses Jahr. Dankeschön für alles und bis denn. Ciao, ciao. Ja, moin moin zusammen. Ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimweckerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin auch im neuen Jahr wieder live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit dem ersten Videotagebuch 2023. Ja, letzte Woche hatten wir ja unsere, ich will es mal nennen, Silvesterfolge mit einem kleinen Jahresrückblick. Ja, war ja ganz interessant und jetzt, naja, neues Jahr, neues Glück, wie man so schön sagt. Ich bin nur so mittelmäßig, pessimistisch, realistisch für das Jahr 23, was so wird, aber lassen wir uns einfach mal so überraschen. Jedenfalls ging es hier locker wieder, munter weiter, will ich mal sagen, mit dem Verschätzen des Fachwerkers. Ich hab nämlich gedacht, Mensch, jetzt muss ich ja nur noch gerade mal eben schnell so ein bisschen diese Erde da aus der Ecke vom Treppenhaus noch rausschaffen, so zwei, drei Dumperladungen und dann kann ich den Schotter reinfahren. Ja, scheiße was, hat sich wieder erledigt. Das war nämlich definitiv ein paar mehr Schotter, ein paar mehr Dumperladungen an Erde, die da raus mussten. Naja, ich will mal sagen, so hab ich dieses Jahr erstmal ein bisschen langsam angefangen, aber man muss ja auch irgendwo noch so ein bisschen Raum für Steigerungen lassen. Deswegen an der Stelle quatsche ich auch gar nicht lange, sondern wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Anschauen. So Leute, und da sind wir wieder. Neues Jahr, neues Glück. Schauen wir mal, wie es 23 so weitergeht. Letzte Woche hatten wir den großen Rückblick, jetzt geht's weiter. Ihr habt gesehen, ich hab meinen Schotter bekommen, 18,6 Tonnen, original mit auf den Hof geschüttet, Timton, aber die kommen noch nicht rein. Ich muss jetzt erst noch drin so ein bisschen fertig machen. Es ist auch wieder richtig geiles Wetter. Es sind gerade 16 Grad. Es ist voll warm und naja, Regen und Nass und so. Aber gut, ist nicht so schlimm. Ich muss ja hier noch im Haus ein bisschen weitermachen. Womit fangen wir dieses Jahr an? Ungefähr das, was ich letztes Jahr schon gesagt habe. Das heißt, hier habe ich ja den Plan, mich in diese Richtung weiterzuarbeiten. Das heißt, jetzt geht's gleich los. Jetzt baggere ich erstmal die Erde, die da ist. Mann, ist das so. Es ist auch ein bisschen windiger hier. Die Erde baggere ich gleich raus. Dann ist sie schon mal weg. Dann sehe ich zu, dass ich den letzten Rest hier auseinandergestemmen kriege. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier alles erstmal auf ein Level bringen hier. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich mich schon daran traue, den Schotter reinzufahren. Das wäre dann ja direkt die nächste Aufgabe. Dann kann es im Prinzip losgehen. Naja, ich würde mal sagen, ich quatsche gleich lange. Ich fange jetzt mal an hier. Ja, von wegen Schotter reinfahren. Ich würde mal sagen, da träume ich zu dem Zeitpunkt noch von. Ihr seht ja hier die Erde. Ich habe das so gedacht. So drei Damperladungen oder was auch immer. Das baggerst du gerade raus. Und dann kann das auch schon weiter gehen. Aber da habe ich auf jeden Fall mal wieder so richtig geil verschätzt. Können wir die Damperladungen zählen. Ich glaube, es waren am Ende irgendwie, ich weiß es gar nicht, reichlich. So, und dann können wir mal gucken. Es hatten immer mal so hin und wieder kommen mal so Fragen, ob man mal so ein bisschen was in Echtzeit machen könnte. Nicht immer nur im Zeitraffer. Deswegen hier mal eine Damperfahrt. Tatsächlich jetzt hier in Echtzeit. Nicht mal irgendwie doppelt beschleunigt. Ja, so lahmarschig geht das in der realen Welt vorwärts. Aber das mache ich jetzt hier einmal, um mal zu zeigen. Das geht nämlich jetzt in Richtung Mount Fachwerker. Und wir hatten ja damals mal so in den Raum gestellt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, von da aus die Teleskopladerschaufel zu beladen. Jetzt, gut, muss ich natürlich um diesen Haufen Schotter hier drum rumfahren. Höh, Haufen Schotter, ja, schön wär's, ne? Und das, aber trotzdem ist natürlich die Strecke die gleiche. Und das ist schon ein ganz schöner Weg, ja? Mit dem, mit dem Dampfer da quer über den Hof. Weil du fährst hier halt durch diese ganze Kurvelei, musst du relativ oft halt im ersten Gang fahren. Und dann schaltest du zwischendurch mal wieder in den zweiten Gang. Aber, ja, das meiste musst du halt hier überall so im ersten Gang vorsichtig durch, weil es halt überall relativ eng ist, ne? Ihr seht da, ich hab zwischendurch jetzt auch meine Seguratec hier, diese Fahrplatten hier hingelegt, damit ich mir den Boden nicht so kaputt fahre. Das hier ist auch die erste Fahrt. Müssen wir mal drauf achten. Jetzt hier ist ja so ein Stück hier, wo ich jetzt fahre, wo keine Platten liegen. Da sieht es jetzt ja noch ganz gut aus. Und das ist vor allen Dingen ein Stück, wo ich nur gerade drüber fahre, wo ich also weder drehe noch sonst irgendwas mache. Und da müssen wir mal drauf achten, ich zeige euch das nachher nochmal, wie das dann aussieht, nur durchs Drüberfahren. Also diese Fahrplatten kann ich echt nur empfehlen, ne? Gerade bei so einer Witterung, wenn es denn noch matschig ist, selbst wenn man nur mit dem Dumper dann durch so einen Garten oder sonst irgendwas fährt, sollte man da immer so eine Überfahr, so einen Schutz drunter machen, weil sonst hast du nämlich ruckzuck den ganzen Garten auf links gedreht. Also da kann dann Mutti richtig sauer werden wahrscheinlich, wenn er Pech hat. Ihr seht, ich schütte das jetzt erstmal einfach irgendwo hin. Ich war mir da, da ist dann immer so ein bisschen die Frage, ich müsste jetzt eigentlich den ganzen Hügel so ein Stück weit anheben. Aber ich habe halt so überlegt, naja, am Ende des Tages so wahnsinnig viel Erde kommt jetzt auch nicht. Also wenn ich das Treppenhaus ausgeschachtet habe, dann kommt natürlich noch so ein bisschen was, wenn ich an der anderen Giebelwand dann dran elanke, ja, also so keine Ahnung, vielleicht drei Kubikmeter oder was. Aber damit ist dann auch gut. Also da brauche ich mir jetzt hier mit dem Hügel, naja, hoffentlich, nicht mehr ganz so Eindruck fertig machen. Das kann ich da jetzt einfach hinlegen und weiter geht's. Jetzt, Rückweg dauert ein bisschen länger. Ihr seht, hier ist richtig Wind. Da hatte ich richtig Gegenwind, kann man fast schon sagen. An dem Tag war es wirklich, also man kann schon von Sturm sprechen, wie das immer so ist, atmosphärisch, wenn dir da so eine Warmluft reingeschoben kommt, dann hast du immer sehr hohe Temperaturdifferenzen und dementsprechend auch entsprechend maximale Luftbewegung. So, jetzt können wir sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen Zeitraffer hier, das was hier vorrät geht. Ich denke, ihr habt gesehen, dass das schon, ja, immer doch ein ganz schöner Weg ist. Das ist zwar jetzt nicht anstrengend, da hinter dem Dampfer herzulaufen und ein bisschen zu baggern, aber es kostet dann am Ende des Tages durchaus so ein bisschen Zeit. Apropos Zeit, ich hatte den ja auch, wer es noch nicht mitbekommen hat, zwischen den Jahren, nee, wann habe ich das denn gemacht? Letzte Woche? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich bin alt. Da habe ich mal wieder einen Livestream gemacht. Ja, das war mal ganz, ganz witzig mal wieder. Hat auch, ich glaube, nicht ganz so lange gedauert. Diesmal waren es nur etwas über zwei Stunden. Man quasselt denn ja doch immer relativ viel. Ist jetzt nicht so, dass wir in dem Livestream da jetzt die größeren Probleme der Welt gelöst hätten, aber war, glaube ich, mal wieder ganz unterhaltsam. Da hatte ich das nämlich auch gezeigt. Ich habe ja vor, also jetzt Ende des Jahres, hatte ich ja noch erzählt, dass ich doch von Bosch diese Maschine da, die ominöse oder mysteriöse Maschine kriegen sollte, wo ich ja nicht wusste, was es ist. Die ist tatsächlich, also wirklich, die hätte ich mir unter den Weihnachtsbaum legen können. Ich habe mir ja echt so ein bisschen kaputt gelacht. Die ist also am 23. oder so, ist die angekommen. Und da hatte ich echt schon fast überlegt, ich lege es unter den Weihnachtsbaum und gucke mal, was das ist. Aber naja, also letzten Endes bin ich da, glaube ich, dann auch schon zu alt für den Scheiß. Jedenfalls habe ich die ausgepackt. Tatsächlich ist ein Bohrhammer gewesen. Also wer den Livestream gesehen hat, der weiß, dass ich das einmal in die Kamera gehalten. Schon ein relativ großes Ding. Ist also das größte Teil von Bosch aus dieser Profiserie mit Akku für die normale SDS Plus Aufnahme. Ich glaube, das ist die, wie heißt die, GBH 36 oder so ähnlich. Also die größte, die es gibt mit SDS Max, SDS Plus. Also ist jetzt für meine Zwecke eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil die genau zwischen die, wie soll man das nennen, also die passt ja genau zwischen meine kleine Kette, die ich da habe, diese Kette mit so zwei bis zweieinhalb Joule Schlagkraft, meine große Makita mit ihren, was hat die, 16, 18 Joule und die hat jetzt so knappe 7 Joule, glaube ich, 6 oder 5,8, 6,8, ich weiß nicht genau. Also würde sich so in der Mitte einreihen für viele Arbeiten auf dem Gerüst oder in der Höhe, wo du halt was Größeres brauchst oder eben auch zum Bohren ist die natürlich dann ziemlich geil, weil das ist halt ein Bohrhammer. Muss ich mal schauen, ich habe es jetzt hier in diesem Video nicht geschafft, die zu integrieren, dass ich es euch mal einmal vorstelle. Das kann ich dann im nächsten Video machen. Ich muss da ja noch so ein Stück von der Bodenplatte wegstemmen. Das könnte ich dann ja mal probieren, wie sich da diese Bosch dann so schlägt. Also ist schon ein recht solides Gerät, da werde ich mal gucken, ich glaube, ich werde dann mal eine Insta-Story oder so dazu machen und irgendwann zukünftig mal ein Testvideo, wenn ich damit ein bisschen gearbeitet habe. Aber Bosch will da irgendwie innerhalb von ein paar Wochen jetzt eine Reaktion sehen, sonst muss ich die zurückschicken. Und für so ein komplettes Testvideo, da habe ich jetzt auch gerade nicht die Zeit zu. Deswegen muss ich mal sehen, was ich das irgendwie mit so einer Insta-Story erstmal abdrucken kann. Boah, das ist heute mal so richtig windig, Leute. Alter, Alter, Alter. Wie ist denn einer weg? Hat irgendwer jetzt verstanden, was ich da sagen wollte? Keine Ahnung, Freunde. Es ist wirklich windig bei uns hier. Ihr seht auch hier jetzt links so ein bisschen, wie die Wand so ein bisschen am schwanken ist. Aber das, da macht euch keine Sorgen. Die Wand, das ist ja gar kein Thema. Die hängt da ja nur. Also da ist ja keine Belastung drauf. Die steht ja auf den Stützen. Und solange die Stützen nicht schwanken, ist alles in Ordnung. Ja, an der Stelle. Das Haus steht auf den Stützen auf jeden Fall immer besser, als es vorher auf dem zermürbten Fachwerk gestanden hat. Das kann ich euch so weit sagen. Aber hier seht ihr jetzt einmal links noch diese Reste von dem Fundament. Das muss ich ja auch noch wegkloppen. Und das, was ich eben meinte, das würde ich mal dann in der nächsten Woche mit dem Bosch-Gerät probieren, um da mal zu gucken, was da so läuft. Wo ich jetzt auch gerade so ein bisschen am Gange bin, Winterzeit ist ja auch immer die Zeit, wo man sich nach Baumaschinen umgucken kann. Nein, einen Bobcat habe ich jetzt erstmal nicht geplant. Aber ich plane einen größeren Bagger. Ich bin jetzt gerade am Gucken. Also mein Traum, mein absoluter Traumbagger ist so ein Kubota KX016-4. Letztens habe ich beim Händler einen gesehen, da war ich gleich angefixt. Also jetzt im Internet logischerweise, jetzt nicht hier vor Ort. Und ja, leider ist es oft so bei den Händlern, die haben dann zwar immer so Top-Maschinen drinne stehen, wenn der Anruf sagt, heißt es aber immer, ja nee, der ist gerade verkauft worden, wir haben auch noch irgendeinen anderen da. Ist irgendwie so eine kleine Masche bei Baumaschinenhändlern. Jedenfalls war der dann nicht mehr verfügbar, nur noch ein anderer. Alternativ könnte man sich so ein KX041-3 anschauen. Ist auch noch so ein Ding. Also sprich, ich suche gerade so einen Bagger in der Region 1,6 Tonnen, 1,7 Tonnen. Aber die größeren Bagger, also so ein Kubota KX018 oder 019, die sind einfach zu teuer. Die liegen schon locker bei 20.000. Und das ist mir zu viel. Aber jetzt bräuchte ich halt schon mal für draußen, das sind ja so mehr die letzten Aufgaben hier für drinnen. Und danach muss ich ja draußen baggern. Und dafür wäre dann so ein größerer, also eine Nummer größer, 1,6 Tonnen, sowas in dieser Richtung, schon ziemlich geil. Dann mache ich meinen kleinen Kubota hier fähig, kann den verbimmeln und tausche den dann praktisch ein gegen eine Nummer größer. Aber das ist natürlich immer ein elendiges Gesuche, rumtelefonieren und so weiter. Und man muss am Ende des Tages auch immer ein bisschen Glück haben, dass man dann gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, um eben dann auch wirklich einen Schnapper machen zu können. Ansonsten bezahlt sie für solche Dinger meistens immer viel zu viel Geld. So, naja, aber erstmal bin ich natürlich hier immer noch zufrieden mit meinem kleinen K08 Kubota. Und dann kommen wir an der Stelle zur ersten Kaffeepause 2023. Und es bleibt mir nichts anderes zu sagen wie Leute, Leute, macht einfach so weiter. Ich kann mich immer nur bedanken für eure Interaktionen hier immer wieder kommentieren, liken und einfach nur hart dabei bleiben hier an den Videos. Ich bin schwer begeistert und ja, wir werden mal sehen, wie wir das Jahr 2023 hier gemanagt kriegen. So, jetzt sind wir hier übrigens ein paar Stunden weiter, ein paar Fahrten weiter und hier seht ihr jetzt auch schon so langsam nimmt das hier Formen an. Also die Schutzplatten, ja, die schützen, aber da der Boden ist da schon so ein bisschen kaputt auf dem Weg zu Mauer und Fachwerker. Ja, jetzt habe ich wieder nicht mitgezählt, aber gut, das werdet ihr ja wahrscheinlich getan haben. Es waren auf jeden Fall doch jetzt schon einige Damperladungen, wenn ich daran denke, dass ich eigentlich davon ausgegangen bin, ich bagger da einmal gerade so ein bisschen, fahre da gerade so ein bisschen Erde raus und dann kann ich endlich bei dem Schotter anfangen. Das brennt mir ja schon so ein bisschen unter den Nägeln, diesen Schotter da in die Hütte reinzukriegen, aber hilft ja nichts. Zuerst muss da nun mal die Erde raus und vor allen Dingen muss ich auch noch die Kante, das habe ich nämlich auch gesehen, also die Kante, wo das Bruchsteinfundament drunter war mit diesem Betonsockel und so weiter, das muss ich auch noch ein bisschen anpassen. Also da, das ist auch, das läuft auch so ein bisschen schief raus und das soll ja nachher die Schalung werden. Ist auch alles nicht so optimal. Das riecht also alles noch so ein bisschen nach Arbeit an der Stelle. So und hier, jetzt kann man mal gerade, jetzt fahren wir hier vorbei, jetzt könnt ihr euch das mal angucken. Also hier alles Tutti und das hier ist jetzt nur vom Rüberfahren, nur geradeaus drüberfahren und da ist schon die Grasnarbe im Eimer und das, obwohl du ja nur mit dem Dampfer mit so ein bisschen Erde drüber fährst, das ist schon echt krass. Und hier schön immer durch die Möttge ist, ich brauche euch nicht erzählen, wie der Dampfer nachher wieder ausgesehen hat. Da musste Papa dann mit dem Wasserschlauch noch einmal bei, bevor ich das Ding wegstelle. Das kann ich mir dann auch immer nie angucken, wenn er dann von vorne bis sieben voll mit Schmodder ist. Der gute Bau, Max, war. Leute, und ich habe ja auch schon wieder das neue Jahr geht schon wieder genauso mit dem Verschätzen los, wie das letzte aufgehört hat, ja. Zum Glück habe ich ja die Klappe gehalten und habe jetzt nicht vorher eine Schätzung abgegeben, wie viel Erde das denn wohl sein könnte. Ich habe nämlich so, als ich angefangen habe zu baggern, habe ich so gedacht, naja, das werden vielleicht so drei Damperladungen hier, ja, scheiße. Jetzt habe ich nicht ganz mitgezählt, waren es fünf oder waren es sechs Damperladungen, also sprich so grobe eineinhalb Kubikmeter an Erde war das jetzt hier schon wieder. Meine Fresse, das ist echt der Hammer, was hier schon wieder rausgeht, du Donnerwetter. Und da habe ich wieder nur, ja, das hättest du früher von Hand geschippt, also ganz ehrlich, das war früher dann, ja, mit Hand. Und da kann ich wieder nur sagen, Mini-Bagger und Kettendamper, das muss einfach immer auf der Einkaufsliste stehen, wenn du hier so einen Bau bewerkstelligen willst. So, jetzt haben wir das jedenfalls voreinander. Ich habe es hier wieder so ein bisschen tiefer, wie da hinten im Prinzip auch, das heißt, ich kann jetzt gleich sehen, was ich hier noch so bei Anne wegstemme, das kann ich dann hier einfach reinraken, das verdichte ich dann mit. Und, ja, diese ganze Kante hier muss ich jetzt sehen, das ist ja schon vor Ewigkeiten fertig gemacht worden, das muss ich jetzt gleich auch ein bisschen sauber machen. Da ist noch ein Schalbrett hinter, das will ich noch da rausrupfen und jetzt letzten Endes alles so anpassen. Und da müssen wir mal sehen, hier ist jetzt ja die hohe Kante, muss man ja schon fast sagen und auch so in dieser Verlängerung irgendwo werden wir auch nachher die Bodenplatte vorhergießen. Das heißt also, das kann jetzt erstmal so bleiben, das mache ich noch ein bisschen schick hier. Bringe das jetzt alles auf eine Höhe, mache das ordentlich, stemme jetzt hier. Das hier ist natürlich noch Beton und so eine Kacke, da muss ich gleich mal gucken, hier stemme ich noch so ein bisschen weg und, naja, dann kann man das so langsam mal fertig machen hier. Auf eine Ebene, einmal durchstampfen das Ganze und im Prinzip kann der Schotter rein. Im Moment schüttet es nur leider draußen, das heißt mal gucken, ob ich das heute überhaupt noch mache. Ja, meine Güte, hatte ich an dem Samstag eine rosa-rote Brille auf hier auf meiner Baustelle. Also das kenne ich ja gar nicht von mir. Das muss wohl daher kommen, dass ein neues Jahr anfängt oder was. Also erstmal muss ich hier alles sauber machen, wie ihr seht, da den ganzen Kram, den Übergang, wie ich es ja auf der anderen Seite auch schon gemacht habe. Dann muss das im Treppenhaus vernünftig sauber gemacht werden, dann muss der ganze Kram da weggestemmt werden. Also ich weiß echt wirklich nicht, wie ich auf diesen Trichter komme und tatsächlich immer noch glaube, dass ich das mal eben schnell mache hier an dem Tag. Also echt unglaublich. Da muss erstmal wieder so ein bisschen so ein Realitätscheck gemacht werden. Da muss mal der Realitätsfachwerker mal wieder da durchkommen. Keine Ahnung. Jedenfalls musste jetzt hier, da habe ich mich nämlich auch schon wieder verschätzt. Ihr seht ja, ich habe jetzt den Schutt, der so dazwischen lag, den habe ich da hinten jetzt verteilt. Wie ich eben meinte, da habe ich extra ein bisschen tiefer ausgeschachtet, damit ich da eben einfach Platz habe, da was hinzuschmeißen. Wenn das dann nachher unter der Schotterschicht liegt, spielt das ja auch keine Rolle. Allerdings stelle ich dann hier jetzt auch schon wieder fest, Däubel, Däubel, wenn ich das jetzt hier liegen habe, das ist schon relativ viel, dann kommt da der Rest, wo ich jetzt bei bin, das kommt da auch noch mit hinzu und eigentlich ja das, jetzt hinter mir sozusagen, dieses Restfundament, was da weggestemmt werden muss, kommt da ja auch noch mit zu. Das heißt, das ist dann wieder viel zu viel Schotter. Ne, nicht Schotter, sondern Schutt. Und ja, dann komme ich wieder nicht klar mit meiner Höhe. Also, was machst du? Schüttest das alles wieder zusammen auf den Haufen, dass ich das dann gleich mit dem Baggern auch einmal da rausbaggern kann, weil das war dann doch schon wieder viel zu viel. Also, richtiges Schätzen habe ich also immer noch nicht gelernt. Da muss ich wohl auch in diesem Jahr noch so ein bisschen dran arbeiten. Und wo ich auch so ein bisschen dran arbeiten muss, das ist natürlich so der Plan für dieses Jahr. Man muss sich ja durchaus so eine Art Businessplan machen. Ne, ich bräuchte ja technisch gesehen auch zwei Businesspläne. Einmal, wie das jetzt hier auf der Baustelle so weitergehen soll, was dieses Jahr passieren soll. Und natürlich auch für meinen Kanal. Hatte ich ja letztens so ein kleines, auch so ein Rückblickvideo gemacht. Und da will ich ja schon sehen, dass ich dieses Jahr eben mal gucke, dass das Ganze auch interessant bleibt. Vielleicht ein paar neue Videoideen oder ein paar Serien, die man vielleicht realisieren konnte. Da muss ich mir mal ein paar Gedanken zu machen. Was aber auch wichtig ist, ist natürlich, wie es jetzt auf der Baustelle weitergehen soll. Und ja, da ist natürlich jetzt bei dem Dachstuhl die Logistik auch ein großes Ding. Also, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, wenn wir jetzt hier diese Seite Fachwerk fertig haben, also damit meine ich das Fundament und vor allen Dingen auch das Fachwerk selber, wenn das restauriert ist, dann kann ich das Ganze wieder untermauern, kann das Ganze wieder so hinstellen, dass das Fachwerk wieder selbstständig steht, Stützen können weg. Und dann müssen wir ja die Giebelwand hier im Hintergrund, die ihr jetzt sieht, das ist ja die nächste Baustelle. Und wenn die auch fertig ist, dann müsste man im Prinzip zusehen, weil du musst ja ein Gerüst haben für den Dachumbau. Also das Abriss und das Neubau vom Dach, da brauchst du natürlich ein Gerüst, also im Prinzip muss ich das ganze Haus einrüsten. Das geht aber auch nicht, wenn rund um Baustützen stehen und da alles halb aufgebaggert ist. Deswegen sage ich ja, ich brauche auch noch einen größeren Bagger, damit ich da dieses Jahr ein bisschen schneller vorankomme. Aber du musst das ja schon fertig haben, diese ganzen Fundamentkram, Drainage etc., alles was dazu gehört, Perimeter, Dämmung und so, dass das von außen klar ist, dann kannst du das zumachen. Dann kannst du ein Gerüst hinstellen und dann kannst du beim Dach anfangen. Und bei dem Gerüst war ich bislang der Meinung, dass ich das halt mit einer Firma machen muss, also sprich leihen muss, weil sonst was aus versicherungstechnischen Gründen, Berufsgenossenschaft etc., also ein privates Gerüst, da darf eben die Firma nicht mitarbeiten. Wenn man aber, das hatte einer in meinem Live-Chat, hatte das einer geschrieben und das hatte ich jetzt noch nicht näher recherchiert, aber das klang sehr interessant, dass ich ein Gerüst durchaus auch kaufen kann, aber das dann nur von der Fachfirma aufbauen lasse und die mir praktisch dann mein eigenes Gerüst dann sozusagen zertifizieren, dass das cool ist soweit. Dass das also dann wieder okay wäre. Das wäre natürlich für mich hier perfekt, weil dann wäre es völlig egal, wie lange das Gerüst steht. Kein Stress mit Mietkosten und so weiter und das ist glaube ich das Erste, wo ich mich jetzt erstmal drum kümmern muss, weil das Gerüst muss natürlich auch erstmal finden, also wie viel Quadratmeter brauche ich hier etc. Das wird ja definitiv kein kleines, also das werde ich mal in den nächsten Wochen in Angriff nehmen, wenn man so will und naja, ihr wisst ja, ich halte euch hier up to date und wenn ihr einen Hinweis habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ja, was soll ich sagen Freunde, das Wetter war jetzt mal wieder überraschend beschissen, so richtig schön windig und nass und hast du nicht gesehen, einige hatten ja so ihre Bedenken geäußert, ob das jetzt hier bei starkem Wind alles so hält mit unserer abgestützten Wand und so weiter, da habe ich eigentlich eher weniger Probleme, weil egal wie das Dreh ist und wenn es auf den Baustützen steht die Wand alle mal besser, als sie da vorher gestanden hat. Das gilt für so ziemlich alle Wände hier in diesem Haus, ja. So weit, so gut, in der nächsten Woche muss ich dann jetzt wirklich mal sehen, dass ich den Schotter hier in diese Bude reinkriege und ja, das werde ich auch genauso machen. Das heißt, jetzt habe ich ja tatsächlich die Erde da hinten raus und werde jetzt mal sehen, dass ich das Ganze nochmal schön Vibrationsstampfe, würde ich mal sagen, dieses kleine Stück Fundament, kleines Stück, ahnt ihr schon, was da kommt? Also ich ahne, dass ich dann nächste Woche komplett beisitze, dieses kleine Stück Fundament rauszukloppen, aber mit ein bisschen Glück ist das nur eine Sache von einer Stunde. Dann kann ich das Ganze clean machen, dann ist das schier, einmal Schotter drüber und dann geht das los hier. Also da werden wir mal sehen, für die nächste Woche das neue Jahr ist auf jeden Fall schon mal gegeben und deswegen sage ich an der Stelle, danke ich euch wieder fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis denn, Leute. Ciao, ciao. Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch. Ja, heute geht's dabei. Ich kann versprechen, ich werde auf jeden Fall ein klein wenig Schotter schon ins Haus bringen, aber am Ende des Tages haben mich doch die Vorbereitungen da in dieser blöden Ecke im Treppenhaus doch noch ein bisschen mehr Zeit und Nerven gekostet, als ich hier an dieser Stelle vielleicht zugeben will. Also von daher würde ich mal sagen, an dieser Stelle quatsche ich gar nicht lange, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So, Freunde, weiter geht's in meiner Lieblingsecke. Heute werde ich dann auch mal zum ersten Mal meine neue Bosch-Maschine testen. Da muss jetzt gerade noch der Akku aufgeladen werden und dann geht das richtig dabei. Ja, ich habe mir schon hier meine kleinen, also SDS Plus, habe ich ja tatsächlich relativ wenig, ja. Ich habe ja alles hier auf SDS Max, ja. Aber ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich sage mal so, von der Sache her, die macht schon einen recht kräftigen Eindruck. Also 5,8 Joule oder was die bringt, ist ja auch nicht zu verachten. Und da will ich mal schauen. Jetzt sind wir wahrscheinlich für die Bodenplatte, für den Beton ist das natürlich jetzt kein Ersatz. Der Meißel ist viel zu kurz. Da krümm ich mich ja wieder einen ab. Aber später, es geht ja noch mit Poroton hier weiter. Also da wird die, glaube ich, sehr interessant nachher werden, wenn ich dann auf dem Gerüst wieder am Arbeiten bin. Da habe ich ja schon ganz gute Erfahrungen gemacht mit den Akkumaschinen. Da muss ich mal sehen. Ich probiere die jetzt gleich mal aus. Wie gesagt, sobald der Akku voll ist in der Zwischenzeit, kann ich noch ein bisschen buddeln da weiter. Und naja, dann wollen wir mal gucken, dass wir das heute mal fertig kriegen. Ja, und so geht es als erstes los, dass ich hier wieder mal so ein bisschen aufräumen muss, den Schutt der letzten Tage hier raus. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen das Problem mit der Logistik, weil ich habe momentan gar keinen Anhänger da für den Schutt. Das heißt, ich muss irgendwie sehen, was ich nicht unter der Bodenplatte nachher verstecke. Muss ich irgendwie anderweilig nutzen. Aber naja, da wird sich wohl noch irgendwas hier auf der Baustelle einrichten lassen. So, wo wir schon mal dabei sind, werde ich jetzt hier noch einmal kurz die Frage beantworten, warum denn bitte schön diese alte, wunderbar robuste Bodenplatte denn aus dem Haus weichen muss. Da haben immer wieder viele gefragt, die praktisch den Sinn nicht verstehen von dem, was ich hier die ganze Zeit betreibe. Ja, warum denn jetzt diese Bodenplatte raus muss. Also erstmal muss man natürlich sagen, dass die Bodenplatte hier in diesem Bereich wirklich massiv war. Das war im Rest des Hauses nicht der Fall. Da war das teilweise nur so eine dünne Betonschicht, die diese halt auch nur auf den Lehmboden draufgelegt haben. Also das hatte jetzt nichts mit der Bodenplatte, das war wirklich nur eine Sauberkeitsschicht. Aber das Hauptproblem ist, ihr seht ja hier jetzt ein bisschen diese Höhe von der Bodenplatte und praktisch da das Ständerwerk. Da ist überhaupt kein Platz mehr. Das heißt, die haben die Bodenplatte praktisch auf die Höhe der Schwellen oder sogar unter die Schwelle. Also die Schwelle ist eigentlich viel größer. Und ja, das heißt, die Schwelle verschwindet in dieser Bodenplatte. Und das ist das Höhenniveau, was hier im ganzen Haus war. Da bleibt kein Platz für irgendeinen Fußbodenaufbau, ohne dass dabei die Schwelle verschwindet. Sprich also nicht gut. Und deswegen ist der Plan schon immer gewesen von Anfang an in diesem ganzen Haus sich in über einen halben Meter nach unten zu arbeiten. Das ist jetzt hier der Fall. Das heißt, hier sehen wir jetzt, ihr könnt den Zornschlag nicht erkennen, aber das sind bis hierhin ungefähr 70 Zentimeter. Jetzt habe ich hier ein bisschen tiefer ausgebuddelt, wisst ihr ja, weil ich hier noch im Gange bin. Und der Plan ist jetzt, da machen wir jetzt ja einen normalen Fußbodenaufbau. Das heißt, erst eine kapillarbrechende Schicht, etwa 25 Zentimeter mit Schotter. Dann sind wir hier. Auf den Schotter kommt dann so eine grobe 20 Zentimeter Bodenplatte. Das kommt immer, je nachdem, manchmal sind es 25 Zentimeter, manchmal 30, wie gesagt. Aber dann sind wir ungefähr hier mit der neuen Bodenplatte. Das ist dann finale Höhe Bodenplatte. Und das seht ihr ja auch in den anderen Bereichen. Das wird dann praktisch zur Schwelle hin, hinterher hochgemauert, damit die Schwelle natürlich, die muss ja auf der Bodenplatte stehen. Das heißt, die wird dann hochgemauert. Und dieser Bereich, diese 20 Zentimeter, die dann noch übrig sind, die werden dann eben mit Dämmmaterial aufgefüllt. Hier kommt dann eine ganz normale Fußbodendämmung rein. EPS, XPS, keine Ahnung was in der Richtung. Das ist ja im Fußbodenbereich, geht das halt nicht anders. Aber da kommen dann, ich meine, es waren 50, ich müsste, wir haben da so einen Plan von. Ich meine, es waren so 15, 18 Zentimeter, was wir geplant haben als Fußbodendämmung. Und dann natürlich der normale Fußbodenaufbau, sprich dann einen Estrich da drauf mit Fußbodenheizung und natürlich dann, was oben auf den Estrich drauf soll. Und dann hast du ein finales Maß, dass die Schwelle oberhalb dieses Fußbodens ist. Du hast dann zum einen einen kompletten Fußbodenaufbau, so wie man den praktisch standardmäßig auch baut. Mit allem Pipapo hast du eine vernünftige Bodendämmung gleichzeitig mit eingebracht und du hast letzten Endes die Schwelle für immer und ewig im Trockenen. Und da fragten auch einige wegen der Feuchtigkeitssperre. Feuchtigkeitssperre, die kommt später, wird das mit einer Schweißbahn, ich habe das überall da, wo ich schon gemauert habe, ist eine Sperrbahn drunter. Und später die Bodenplatte, die wird praktisch dann gegen Feuchtigkeit noch abgeschweißt und dann ist praktisch auch das Dämmmaterial, es ist dann alles im Trockenen sozusagen. Das ist der Fußbodenaufbau, so wie wir den hier realisieren. Also wer noch eine Frage hat, der kann das dann hier praktisch jetzt hier, habe ich das hoffentlich beantwortet. So, nachdem das jetzt geklärt ist, kann es weitergehen hier mit dem Abbruch. Da werde ich jetzt mal hier meiner neuen Bosch-Maschine eine Chance geben, sich hier zu beweisen. Und ihr seht, das funktioniert sogar gar nicht schlecht. Ich mache das jetzt hier einmal so in Echtzeit, dass man wirklich sieht, wobei an dieser Stelle der Beton tatsächlich ein bisschen weicher war als in den oberen Schichten. Also hier unten, das ist mehr so ein etwas leichteres Zeug gewesen. Aber ihr seht schon links im Bild, da guckt schon wieder so ein fieser, großer Bruchstein raus. Da habe ich schon wieder so ein bisschen Angst, weil unter diesem Beton scheint nämlich noch ein Rest von einem Bruchsteinfundament zu sein. Boah, und das kann nochmal lustig werden. Das muss ich mir nachher nochmal genau durchmessen, auf welcher Höhe ich da tatsächlich bin. Ob mich das danach erstört bezüglich der Bodenplatte oder ob ich das vielleicht sogar drin lassen kann. Das würde mir auf jeden Fall ziemlich gelegen kommen, sage ich mal. Naja, und das war es auch schon mit dem Akku. Von der Maschine links gehört es jetzt gleich. Sie geht auf. Das war es. Akku leer. Ja, aber wenn man sich das mal so anguckt, also ich meine, das ist natürlich jetzt klar, für sowas hier ist natürlich so eine Maschine eigentlich zu klein. Selbst meine große Makita höre ich ja immer wieder, wie kann man mit so einer kleinen Makita sowas hier angehen. Aber, muss ganz ehrlich sagen, die lässt sich gut, die wiegt ja nicht mal die Hälfte von der Makita. Dadurch lässt sie sich wirklich sehr gut handeln. Und, ähm, also ich finde, das war jetzt schon ganz respektabel, ganz ehrlich, Freunde, für so eine kleine Maschine. Gut, der Meißel ist recht spitz, aber du hast natürlich nicht diesen Hebel, ne. Ihr wisst, ich arbeite ja gerne so mit Hebelwirkung, was nicht gut fürs Bohrfutter ist, aber bis jetzt hat es die Makita ja ausgehalten. Aber, ähm, ja, also ich finde das vollkommen okay für so eine kleine Maschine. Also ich denke mal, da wird die pure Tonmauer schon mal noch so ein ganz klein bisschen in den Zittern kommen, wenn ich damit dann im richtigen Anwendungsbereich anfange. Naja, aber jetzt muss ich halt erst wieder Akku laden. Das ist dann so ein bisschen der Nachteil, ne. Also ich bräuchte jetzt noch einen zweiten Akku, damit das hier weitergeht. Ähm, der ist natürlich dann doch relativ schnell leer. Das muss man wohl sagen. Na, das war so ein bisschen der Nachteil, ne. Also acht bis zehn Minuten waren das, da war jetzt der Akku leer. Und, ähm, naja, deswegen, da ich ja hier jetzt eh auf Bodenniveau arbeite, kann ich hier auch gleich mit der Makita weitermachen. So, aber erst mal jetzt hier den Schutt erst mal wieder an die Seite, so ein bisschen die Lage peilen und, ähm, dann sieht man immer sehr schön, wo man noch ein bisschen Beton hat und wo letzten Endes die Bruchsteine sind. Und ihr seht, da kommen jetzt auch schon wieder Eisenstangen zum Vorschein. Das ist auch wieder so eine Überraschung. Ich hatte die schon in einigen, weiter links jetzt von hier aus gesehen. Da hatte ich die schon, da guckten die so raus, aber du weißt natürlich immer nicht, wie lang die sind. Aber die scheinen jetzt wirklich bis unter das, äh, ja, bis unter die andere Giebelwand oder so zu gehen. Also die sind echt übelst lang. Die verschwinden da auf jeden Fall noch in Beton und weiter als da hinten wollte ich jetzt eigentlich ja auch nicht stemmen. Das soll ja erst mal noch so stehen bleiben, bis jetzt die Traufenseite der Wand wenigstens wieder steht. Und naja gut, da muss man die da eben dann am Ende des Tages so ein bisschen abbrechen. Na, das geht halt da nicht anders. Ist halt auch nur irgend so ein, also eine richtige massive Stange ist das auch nicht. Man sieht, das ist auch so hohl. Das ist also mehr so ein Rohr. Und ich schätze mal, das haben sie da halt als in Anführungszeichen Art Bewährung da reingelegt. Warum man sowas jetzt da noch reinbaut, wenn der Beton da noch 60 Zentimeter drauf gegossen wird. Ja, wahrscheinlich war das auch alles einfach nur über oder so. Keine Ahnung. Aber mit dem Fundament ist hier recht interessant. Also die Bruchsteine, die ja jetzt zum Vorschein kommen, ist ganz interessant, weil ich mir schon immer die Frage gestellt habe, wie alt denn wohl dieser Anbau hier wäre. Das ist ja hier dieses Treppenhaus, wenn man das sieht am Fachwerk, das ist ja irgendwann mal angebaut worden. Und deswegen hatte ich ja schon die Vermutung, dass das hier alles nur Beton ist als Fundament. Aber hier scheint ja Bruchstein zu sein. Und das hier hat man definitiv nicht erst vor 40 Jahren gelegt. Das ist auf jeden Fall älter. Und naja gut, das heißt nicht, dass hier schon immer ein Fachwerkhaus als Erweiterung war. Das kann natürlich auch ein Schuppen oder sonst was mal gewesen sein. Ja, weiß ich nicht. Das wäre dann wieder so ein bisschen was für den historischen Fachwerker, dass ich da irgendwann mal, ja vielleicht mal sehe, was hier denn so war. So, jetzt seht ihr da mit der großen Makita geht das Ganze natürlich so ein bisschen fluffiger. Vor allen Dingen kannst du dann länger als 8 Minuten arbeiten. Das ist also auch gar nicht so schlecht. Und ich muss hier noch ein bisschen weiter reinarbeiten. Also zum einen hier in diese Richtung, dass ich da einen rechten Winkel hinkriege und natürlich auch nach außen, weil ich muss ja schon unter die Fachwerkwand kommen, dass ich halt die neue Bodenplatte wirklich bis unter das Fachwerk habe. Und der Rest von der Betongeschichte, das hatte ich ja in den letzten Videos schon mal erklärt, das ist ja ein recht breiter Sockel da gewesen, den lasse ich drin. Den kann ich nämlich zum einen wunderbar als Teil der Schalung verwenden. Da muss ich mir dann nicht ganz so einen fertig machen mit einer richtigen Schalung, weil da kann ich den Beton auch einfach gegengießen. Wen interessiert's? Und zum anderen stabilisiert der verbleibende Beton da auch wunderbar den Boden, damit ja mit den Stützen nichts passiert. Ist ja auch wichtig. Also ernsthaft, Freunde, manchmal da fühle ich mich auch wie so, keine Ahnung, jetzt habe ich das schon tausendmal gemacht und habe mich trotzdem wieder verschätzt. Ich habe beim letzten Mal gesagt, ich grab das hier ein bisschen tiefer aus, damit ich da den Schutt so ein bisschen drin verkappen kann, dass ich den eben nicht raustransportieren muss. Ja, das ist aber schon wieder so viel Schutt. Eine Damperladung habe ich jetzt gerade schon vor der Tür geschüttet, dass ich da mir so eine kleine Rampe mitgebaut habe. Alles gut, aber jetzt ist der Schutt vor der Tür und mehr brauche ich da draußen nicht. Hier ist aber immer noch so viel drin, verflixt nochmal. Das heißt, jetzt werde ich nochmal mit dem Bagger nochmal einmal hier ein bisschen Erde rausschachten, muss da eben noch eine Damperladung zum Mount-Fachwerker hinzu, damit ich die Chance habe, jetzt hier diese ganze Trümmerkram hier irgendwie hier noch zu vergraben. Aber sonst komme ich hier gar nicht vorwärts. Also ehrlich, das ist, da fragst du dich manchmal, hast du das eigentlich nicht, das hast du doch schon tausend gemacht und dann lernst nichts dazu. Ja, und das ist genau das, was ich eben meinte. Den Schutt kann ich halt nirgends lassen. Ich habe jetzt eine Ladung, was ich jetzt eben gesammelt habe an Schutt, den habe ich jetzt einfach vor das Haus geschüttet, sozusagen als kleine Rampe, um hier ins Haus reinzufahren. Das funktioniert auch recht gut. Jetzt mit dem mit dem Damper kann ich jetzt da perfekt rein und rausfahren. Aber mehr als eine Damperladung kann ich da halt auch nicht hinschütten und das ist ja schon noch relativ viel. Also mache ich das jetzt so, ich baggere hier, was ich gerade meinte, ein bisschen Erde raus. Die Erde kann ich ja hinten auf meinen Form-Mount-Fachwerker schmeißen und diese zusätzlichen Zentimeter, die ich jetzt hier gewinne, die kann ich dann nachher einfach mit dem Schutt auffüllen. Weil, wie gesagt, irgendwo muss ich den lassen. Jetzt können wir hier auch rüberfahre, ist das Ganze auch so ein bisschen smoother als vorher. Da war das nämlich immer eine ganz schöne Kante zum Rauf- und Runterfahren. Und letzten Endes, wenn ich überlege, wie oft ich da noch rein- und rausfahren muss mit allen möglichen Geräten, da stört das auch nicht, wenn ich da noch so eine alte Kante da bauen würde. So, auf dem Mount-Fachwerker raus damit mit dem Scheiß sozusagen und weiter geht's. Heute ist das Wetter auch irgendwie, ja, ist das Januarwetter, nennt man das so, wahrscheinlich der zukünftige Januarwetter. Nicht ganz so windig wie beim letzten Mal, aber dafür immer wieder Regen zwischendurch und nass. Das bedeutet auf jeden Fall auch mal schön Möttke, womit du dir auch immer schön wieder alles einsaust, obwohl ich da ja schon die Überfahrplatten hingelegt habe. Aber oben auf dem Mount-Fachwerker habe ich den halt nicht. Das heißt, das bisschen Möttke da oben reicht dann schon, das kannst du dann immer wunderbar verteilen. So, jetzt haben wir hier mal wieder eine etwas andere Perspektive. Ich spiele ja immer gerne mit meiner Magnethalterung hier rum für die GoPro. und ja, da ist sowas ja hoffentlich wird jetzt keinem von euch schlecht, ja, durch diese ganze Drehbewegung. Ja, ist immer ganz witzig. Mit der GoPro habe ich auch wieder Ärger gehabt, diese Woche. Da verabschieden sich jetzt nämlich die Akkus und das ist mega nervig. Ich habe das hier, glaube ich, ganz gut kaschiert. Wer richtig gut aufpasst, der wird hin und wieder mal eine kleine Inkontinenz, jetzt hätte ich fast Inkontinenz gesagt, Inkontinuisät feststellen, weil, ja, die blöde GoPro einfach ausgeht. Also der Akku zeigt an 78%, dann startest du die Aufnahme und nach einer Minute geht die GoPro aus und sagt, Akku ist leer. Und dann schaltest du die GoPro wieder ein, also wenn du das dann gemerkt hast, dass dir ausgegangen ist und dann sagt der Akku 76%. Also das ist echt geil. Vor allen Dingen habe ich das jetzt mit zwei Akkus bereits, die ich schon aussortiert habe, bei denen das nicht richtig funktioniert, die wirklich also random bei irgendeinem Akkustand dann behaupten, sie wären leer. Ja, super geil. Und ja, apropos hier jetzt Aufnahmen, das ist auch mal wieder eine Special-Aufnahme mit der Magnethalterung. Einmal verfolgen wir mal die Kette und gucken wir uns mal an, wie wir den Dreck verteilen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch mal hattet, also mit der GoPro, ich muss ja ehrlich sagen, bin ich echt schon unzufrieden. Die macht zwar gute Aufnahmen und sehr smooth und so, ihr seht es ja hier an so einem wackeligen Damper, sehr scharfes Bild ohne Verwackelung, aber bei der GoPro Hero 9, da habe ich nur Probleme mit gehabt, die habe ich ja nachher dann einfach nur noch weggegeben, weil ich die nicht mehr benutzen wollte, weil die völlig beschissen funktionierte. Die GoPro 10 funktioniert jetzt die Kamera zwar ziemlich gut, da habe ich noch keine Probleme, ich habe hier zwei GoPro 10s im Einsatz, funktionieren wunderbar, bin ich sehr zufrieden mit, aber jetzt machen die Akkus Probleme. Die Akkus sind nicht mal ein Jahr alt, also ein halbes, dreiviertel Jahr sind die alt und jetzt geht das los, dass die nicht mehr richtig funktionieren, dass die also wirklich 78% Akkukapazität, teilweise dann oder 50%, das ist halt total random, die zeigen irgendwas an, du startest die Aufnahme und dann gehen die aus. Und das habe ich auch gemerkt, hier jetzt als es so kalt war, wollten die auch nicht, also da musste ich wirklich grundsätzlich die Akkus in der Tasche behalten, damit ich die vorwärme, weil eben bei den Minusgraden, die wir die letzten, ja vor einem Monat oder so mal hier hatten, da hat die aber auch nicht funktioniert, da ist die auch bei 90% Akkuleistung, ist die einfach ausgegangen und hat behauptet, der Akku funktioniert nicht oder der Akku ist leer. Und da brauche ich wohl nicht erwähnen, dass das auch automatisch dazu führt, dass die ein oder andere Aufnahme im IMEIS, Sir. Und bevor es denn weitergeht, ist es wohl mal wieder Zeit für eine kleine Kaffeepause und an der Stelle sage ich mal wieder dickes, dickes Dankeschön an alle Zuschauer da draußen, die immer so fleißig hier meine Videos schauen, kommentieren, liken und vielleicht auch mal weiterempfehlen. Vielen Dank, Freunde! Auch wenn wir festgestellt haben im letzten Livestream, den ich nämlich hier in diesem Video gemacht habe, ja, wir haben genau dieses Video hier im Livestream zusammen, zusammengeschnitten. Ihr seht hier den Chatverlauf, wir haben so ein paar Grüße und so weiter, da haben wir festgestellt, dass tatsächlich viele die Kaffeepause einfach überspringen. Ja, okay, naja, dann, naja, trotzdem danke, wa? War auf jeden Fall cool und, ähm, also jetzt damit meine ich den Livestream und ich denke mal, ähm, dass wir das durchaus öfters machen könnten, wer also da mal schauen wollte, den Livestream, der ist natürlich online, kann man sich im Nachhinein noch anschauen, aber da ist natürlich live am besten, aber ich denke mal schon, dass man vielleicht so ein, zweimal im Monat einen wirklich geplanten Livestream mit irgendwelchen Themen, das kann man sich ja dann jeweils überdenken, kann man mit sich ja mal machen, also ich hab da schon, ich hab's ja jetzt noch nicht so oft gemacht, ich hab da immer irgendwie nicht so den Spaß dran gehabt, aber mittlerweile, ich find das schon ganz lustig, ne? Also so mit dem, mit dem Chatten nebenbei und ein bisschen live dann Fragen, äh, Antwortspielchen und so, war schon ziemlich cool, gefällt mir und ich denke, das werden wir in Zukunft mal öfter machen. So, wo ich jetzt hier auch bei bin oder was ich in Zukunft nicht mehr so oft eigentlich machen will, das ist jetzt hier, was ich eben meinte, jetzt muss ich eben die Kante weiter nach draußen arbeiten, dass ich halt Platz für die Bodenplatte schaffe, dass die auf jeden Fall bis unter die Fachwerkwand reicht. Dafür musst du eben dann sehen, dass jetzt hier die Kante aus Bruchstein und zum Teil eben Beton und zum Teil Klinker, Steine und was weiß ich nicht, was da alle drin ist. Und dafür benutze ich jetzt hier, seht ihr, nochmal die kleine Bosch, nämlich mit einem Flachmeißel. Da kann ich eine relativ schöne, glatte Fläche hinkriegen, dass das nicht ganz so, so össlich aussieht, sondern, dass man da möglichst einen recht guten glatten Abschluss hinkriegt von der Bodenplatte. Außerdem bin ich jetzt unter dem Fachwerk am Gange und das ist mit dem langen Meißel der Makita ein bisschen schwierig. Das geht dann tatsächlich hier mit der wesentlich kleineren und handlicheren Bosch viel einfacher und auch rückenschonender, weil ich mich da so blöd nach vorne beugen muss, um da dran zu kommen. Deswegen hier nehme ich nochmal eine Akkuladung mit, nochmal 10 Minuten, die man dann Zeit hat, hier den ganzen Beton wie so ein Steinmetz hier fühle ich mich da teilweise, dass man hier den Beton so in die richtige Form bringt, muss man ja schon sagen. Dann könnten wir vielleicht nochmal kurz über meinen neuen Bagger sprechen. Also naja, in Spee muss man ja sagen. Ich suche ja immer noch einen schönen Bagger, irgendwie so 1,6 bis 1,8 Tonnen. Bin ich noch nicht wirklich weitergekommen. Ich habe jetzt noch so ein paar von Tipps von euch gekriegt, also in Richtung Bobcat oder Hitachi, was es da sonst noch so gibt an Marken, wo man mal schauen könnte. Und jetzt fragen mich tatsächlich viele, haben mich jetzt schon per Mail angeschrieben, wann ich denn wohl meinen Kubota verkaufen würde. Weil jeder will den haben. Ich bin natürlich jetzt erstmal, Freunde, also der Trend geht ja zum Zweitbagger. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sofort den Kubota abstoße. Den möchte ich schon noch ein bisschen behalten und da muss ich mal gucken. Vielleicht wäre ich den zum Sommer hin oder so verkaufen, aber da muss ich mal gucken. Also das steht noch nicht fest. Also nur, weil ich jetzt einen neuen Bagger suche, heißt das nicht automatisch, dass ich sofort zwei Sekunden später meinen guten kleinen Kubota abgebe. Aber ich bin auch noch tatsächlich, ich habe immer noch keinen vernünftigen gefunden. Die meisten, dummerweise, stehen immer extrem weit weg und dann ist das auch immer alles Mist, wenn er dann so ewig weit fahren muss, um dir den dann anzugucken, um dann festzustellen, das ist dann wieder nix. Aber da muss ich einfach mal noch ein paar Tage abwarten. So, jetzt geht es an hier, das Ganze hier ein bisschen stampfen. Ich habe hier übrigens auch dieses Mal tatsächlich daran gedacht, den Schalter umzulegen, sodass der Stampfer hier entsprechend zügig anspringt. Und dann kann er so direkt losgehen mit dieser Ecke. Wir haben das jetzt auch soweit hier, habt ihr ja gesehen, vorbereitet. Ich habe jetzt hier ein bisschen Schutt mit rein verkappt. Ich habe ein bisschen, ja, ein bisschen Erde noch oben drauf. Das ist ganz gut, dann fliegen die Steine nicht so durch die Gegend, wenn du da jetzt mit dem Stampfer rüber gehst. Und insgesamt bin ich jetzt hier sogar noch ein bisschen tiefer, als ich eigentlich sein müsste. Also ich habe, das ist beim Rausbaggern immer schwierig, weil du nicht so genau sehen kannst. Man hat dann sehr schnell zehn Zentimeter oder so, ja, ausgebaggert mit dem Bagger. Und die musst du natürlich auch erstmal wieder auffüllen. Und wenn du dann da Schutt reinwirfst, dann sieht das erst viel aus. Wenn du es dann aber stampfst, dann wird das halt ein ganzes Eck weniger. Und wenn du da am Ende zu tief bist, das ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber dann brauchst du logischerweise mehr Schotter. Und der Schotter kostet natürlich Geld. Also deswegen macht es dann schon Sinn, da jetzt nicht zu viel zu nehmen. Deswegen nehme ich jetzt hier mal den Kreuzlinienlaser, messe das mal so ein bisschen durch, stelle halt fest, so ein, zwei Zentimeter kann der sparsame Fachwerker da noch drauf baggern. Da ich hier in diese Ecke, wo ich jetzt hier gerade am Gange bin, da habe ich noch schön so ein bisschen Lehm, weißt du, da komme ich mit der Baggerschaufel aber nicht hin. Deswegen mache ich das gerade mit dem Spaten wenigstens noch so ein bisschen, ja. Also so ein Zentimeter noch oder zwei vielleicht an Höhe einspaß, da wo es jetzt echt zu niedrig ist. Und dann ist das gut. Ich meine auch da wieder, irgendwann will es auch mal fertig werden. Und dann ist am Ende auch egal, ob du da nachher ein Zentimeter mehr Schotter oder weniger da reinramst. Also von daher ist das dann auch soweit egal. So jetzt hier noch einmal mit dem Stampfer rüber rödeln, der Vollständigkeit halber. Und dann ist das soweit gut. Dann kann ich wirklich sagen, diese Ecke ist soweit vorbereitet. Und ich kann mit dem nächsten Schritt anfangen, nämlich dem Geotextil. Das war auch noch eine witzige Geschichte mit dem Zeug. Diese Rolle hier, die habe ich, also ich hatte erst eine volle Rolle. Die war dann irgendwann alle. Das ist mir aber erst aufgefallen, als ich die letzte Umdrehung gemacht habe. Scheiße, ich brauchte an dem Tag aber welches. Und dann habe ich bei eBay Kleinanzeigen direkt bei uns im Ort, hat einer so eine gebrauchte Restrolle verkauft. Die habe ich direkt abgeholt. Stunden später hatte ich wieder Geotextil auf der Baustelle. Also das fand ich, das war echt extrem witzig an der Stelle. So Freunde, jetzt geht es endlich beim Schotter bei. Das Geotextil liegt aus. Wer fragen will, das ist dafür da, damit sich der Schotter nicht direkt mit der Erde verbindet. Ja, wenn du den Schotter jetzt reinschüttest und würdest du ein bisschen stampfen, dann würde der sich ja in die Erde hineindrücken. Und damit das nicht passiert, damit das eine schöne Trennschicht bleibt, legt man hier dieses Geotextil aus, so wie ich es jetzt hier gemacht habe, da kommt es nicht auf Millimeter an. Ja, also wenn jetzt so eine Kante bleibt, das ist scheißegal. Hauptsache im Groben und Ganzen bleibt der Schotter Schotter und der Lehm darunter der Lehm. Ja, so, das haben wir jetzt hier erstmal. Jetzt werde ich mal sehen, mein Plan ist jetzt hier anzufangen, deswegen habe ich das hier so ein bisschen verstärkt, damit ich mit dem Dampfer jetzt die ersten Ladungen lade ich jetzt hier erstmal direkt ab, baue mir aus dem Schotter eine kleine Rampe, damit ich dann zukünftig hier immer reinfangen kann. Und dann arbeite ich mich einfach von hinten hier einmal komplett durch. Das ist jetzt der Plan. Und ich habe gerade die anderen Löffel drangehangen, den großen 60er, den Grabenraumlöffel, damit kann man so ein bisschen mehr Schotter. Ich muss mal gucken, ob das gut geht, weil der ist recht schwer. Da muss ich gleich mal gucken, ob das passt. Und ja, dann würde ich sagen, in die Hände gespuckt. Mal gucken, bevor es dunkel wird, wenigstens noch so eine Tonne oder zwei oder so, wenigstens noch einen Schotter hier in die Bude rein schlüren, wa? Ja und dann geht das endlich los. Ich habe zwischendurch den Löffel gewechselt auf meinen 60er Grabenraumlöffel. Aber ihr seht, das ist nicht so einfach, damit jetzt schön in den Damper rein zu baggern. Zwar passt natürlich in den größeren Löffel mehr rein, aber das nützt dir nix, wenn du das nicht vernünftig in den Damper geladen kriegst. Da fällt eine Menge daneben, weil der Löffel auf jeden Fall breiter ist als der Damper. Und hier sieht man auch selbst diese, die Länge jetzt von dem Löffel ist fast länger als die Ladefläche vom Damper. Das macht es dann nicht so einfach, das vernünftig zu portionieren. Also mit dem kleineren Löffel, da kannst du dann immer abwechselnd eine Ladung weiter vorne, eine Ladung weiter hinten machen. Und mit dem breiten Löffel geht das halt nicht. Da kann ich nur stumpf reinladen. Und ihr seht auch hier, die Verteilung des Schotters in dem Damper ist halt nicht so wirklich optimal. Also ich würde fast behaupten, wenn ich das mit dem kleinen Löffel mache, das ist ja, was habe ich denn dann? 40er, diesen normalen. Ich glaube, dann kannst du das sogar besser machen. Da musst du zwar öfter mit dem Bagger in den Schotter rein, aber dadurch, dass du dann halt den Damper besser beladen kannst, vielleicht bist du damit sogar schneller. So, aber andersrum, jetzt habe ich den Löffel gewechselt. Ihr wisst, ich habe ja keinen Schnellwechsel. Das ist also auch immer voll das Gezangel, die Bolzen raus und alles wieder fetten und rein und bla. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, scheiße, so wie ich es jetzt hier eben gemacht habe, den Damper praktisch genau 90 Grad und dann mit der Schnauze in den Schotter reinfahren, geht das eigentlich ganz gut. Dann fällt zumindest nichts daneben und das meiste landet ja im Damper und ach mein Gott, dann läuft das schon. So, jetzt seht ihr hier, ich mache das jetzt hier erstmal in der Mitte einen Haufen, damit ich hier vernünftig von der Bodenplatte reinfahren kann, weil das ist eine ganz schöne Kante, das darf man nicht unterschätzen. Das vernünftig, da muss schon echt viel Schotter hin. Das muss dann halt zum Ende hin logischerweise dann verteilen. Das ist noch so ein bisschen so eine Wissenschaft, dass du da nicht zu viel dann drinne hast, dass es dann wieder rausbaggern muss, weil du halt zu viel Schotter dann nachher da drinne hast. Aber gut, das dauert ja noch. Ihr seht, ich fange ja gerade erst an hier bei diesem kleinen Häufchen hier. Was habe ich gesagt? 18,6 Tonnen insgesamt und dann mal gucken. Also das ist jetzt hier noch eine schöne Arbeit. Ich will mal hoffen, jetzt hier an dem Tag war wenigstens kein Regen angesagt, weil das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn es die nächsten Tage dann regnet und ich da im Regen stehe und den Schotter dann reinzufahren. Das ist jetzt hier eine Ladung nach der nächsten und da könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, das nächste Tagebuch, das wird auf jeden Fall ziemlich schotterlastig. Wenn ich jetzt hier wieder ans Optimieren denke, dann würde ich sagen, für diese Arbeit, genau hierfür wäre jetzt so ein kleiner Bobcat, so ein Kompaktlader, ziemlich geil. Ich habe ja auch wirklich, darf ich eigentlich gar nicht sagen, habe ich auch wirklich so ein bisschen nachgeschaut bei Ebay, aber habe ich auch keinen gefunden, jetzt so auf die Schnelle, weil das darf auch nur so ein kleiner sein. Der darf nicht groß breiter als ein Meter sein, weil ich halt da vorne durch die Stütze, durch das Tor irgendwie durch muss und das ist nun mal nur ein Meter fünf oder so breit. Also das ist schon sehr eng und so ein Kompaktlader ist ja auch sehr unübersichtlich. Also man muss dann schon aufpassen, wenn man damit ins Haus fahren möchte. Aber das wäre noch geil gewesen. Hier so genau für diese kleine Arbeit, so einen kleinen Mini-Kompaktlader, wäre cool. Aber naja, muss man ja mal gucken. Das ist ja auch mal so eine Sache mit der Finanzierung. So ein Ding kostet auch schnell 6.000 bis 8.000 Euro oder was, wenn du Glück hast. Und naja, will ja auch irgendwo herkommen. Ja Leute, an der Stelle muss ich so ein bisschen zugeben, da habe ich mich ja von euch so ein ganz klein wenig triggern lassen. Deswegen ist dieses Tagebuch hier auch heute mal wieder so ein ganz klein bisschen länger geworden, weil ich wollte unbedingt noch hier den Schotter zumindest angefangen haben. Ihr seht ja jetzt so ein paar Damperladungen waren es denn ja doch am Ende. Letztes Mal hatte nämlich irgendwer in die Kommentare geschrieben, so immer noch kein Schotter hier. Wie lange dauert das denn? Und da muss ich dann zugeben, da hatte ich ein bisschen schildes Gewissen, weil ja ehrlich, so wie das ist, so am Jahresende über Weihnachten habe ich nicht gearbeitet, Silvester, Neujahr habe ich nicht gearbeitet. Und bis sie dann wieder so ein bisschen aus dem Pushen kommst, kennt ihr wahrscheinlich selber auf der Arbeit, ist man auch nicht gleich ab Tag 1 wieder 100% aktiv dabei und produktiv. Und so ging es mir auch beim letzten Mal. Da habe ich halt nur so ein bisschen was getan. relativ früh feiern. Und das habe ich jetzt heute auf jeden Fall kompensiert. Diese Ecke da hinten, ja, die hat wirklich mal wieder länger gedauert, als sie dauern sollte. Aber egal, ist vergessen. Jetzt ist der ganze Kram da fertig. Die Geotextil nicht drin. Ja, die ersten Schaufeln sind drin. Das heißt, nächste Woche wird das, glaube ich, mal so eine richtige Bewegungswoche und zwar Schotterbewegungswoche. Damit meine ich nicht auf meinem Konto, sondern vom Hof in mein Haus. Und ja, ich hoffe doch mal, wir können ja hier an der Stelle wieder kurz fragen, ob ihr glaubt, dass ich in der nächsten Woche den kompletten Schotter hier reinkriege, oder ob ich mich da wieder irgendwo verzettel. Da bin ich mal gespannt. So, naja, das war es jedenfalls von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn noch was sein sollte, ihr wisst, schreibt es einfach in die Kommentare. Und dann danke ich euch, wie immer, fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denn, Leute. Ciao, ciao. Ja, moin moin zusammen. Ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker. Und ich bin mal wieder live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch. Ja, Freunde, und heute wird es, was ich letzte Woche bereits angekündigt habe, mal so richtig schotterlastig. Ihr seht, da ist immer noch reichlich Haufen von übrig. Aber ich kann euch versprechen, heute geht da einiges von ins Haus. Und naja, das Wetter war jetzt zwar nicht ganz so geil. Ich meine, jetzt ist wieder, ich sag mal, so weiß das irgendwie Herbstwetter oder was. Wobei, nee, eigentlich aber egal. Jetzt ist wieder kalt, unter Null und gefroren und höher. Aber jetzt die letzte Woche war es leider ziemlich regnerisch. Das heißt, ich habe mir schön nassen Arsch geholt beim Schotterbaggern. Aber an der Stelle quatsche ich auch gar nicht lange, sondern wünsche euch wie immer viel Spaß beim Anschauen. Ja, Leute, der Tag beginnt mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die gute Nachricht, also unser Wetterbericht in Deutschland, so mit Regenradar und so, ist absolut präzise. Die schlechte Nachricht ist aber, es war Regen vorhergesagt. Und genau das ist eingetreten. Das heißt, ich werde gleich schön hier mit dem Bagger im Regen arbeiten müssen. Aber gut, dafür habe ich ja auch entsprechende Kleidung, nehme ich mal. So, was man jetzt aber sehr schön sehen kann, das kann ich euch einmal kurz zeigen. Ihr seht hier schön, wie das Wasser hier hoch drückt. Das ist so hier in Richtung Hang. Und das hatte ich schon letztes Jahr beobachtet, dass wenn du hier ein bisschen runter baggerst, relativ schnell sozusagen auf die nächste Wasserschicht dann kommst. Und ja, das ist schon, das ist der Grund, warum ich mir hier auch so einen fertig mache mit dem Schotter. Lieber ein Zentimeter weniger. Und eben auch nachher an der Giebelwand einmal komplett dran lang baggern möchte und eine Drainage da vorher legen möchte. Damit Wasser, was praktisch vom Hang hier so runter drückt, dass das idealerweise am Haus vorbeigeleitet wird, wenn es denn mal ein bisschen mehr ist. Das ist jetzt hier alles Pillefett. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, das ist nachher in der Schotterschicht, interessiert keinen Menschen mehr. Aber für den Fall der Fälle sollte man das besser außen rum leiten. Naja, so, dann ziehe ich mir jetzt mal Regenjacke an und stelle mich mal schön in den Regen und sehe zu, dass ich hier weiter meinen Schotter reinkriege. Mal gucken, ob wir heute die, ich schätze mal 15 Tonnen Massas noch sind, reinkriegen hier. Ja, Leute, das Baggern ist des Bauherren Lust vor allen Dingen im Regen. Da wäre jetzt tatsächlich ein Bagger mit Kabine natürlich wesentlich geiler. Aber, boah, was willst du machen? Da musst du dann eben draußen im Regen sitzen. Ich habe dann auch zugesehen, dass ich mir so ein kleines Tuch besorge, dass ich immer vorher einmal über die Sitzfläche feudeln kann, damit ich nicht mehr ganz so einen nassen Hintern kriege. Das ist halt, ja, was willst du machen? So, und das ist eigentlich auch schon, was wir bis jetzt gesehen haben. Mehr oder weniger das, was uns auch den Rest des Videos erwarten wird. Baggern, Damper fahren, ausschütten. Baggern, Damper fahren, ausschütten. Naja, und in der Zwischenzeit hin und wieder mal den Pegel checken. Und so ein bisschen den Schotter verteilen. Ja, das ist also heute jetzt technisch nicht wirklich sehr aufregend. Sagen wir mal an der Stelle vielleicht sogar eher so ein bisschen entspannend. Naja, da können wir dann vielleicht die Zeit ja nutzen, um so ein bisschen über andere Themen zwischendurch hier noch zu quatschen. Weil, was ich meine, viel erklären brauche ich da nicht. Vielleicht nur so ein paar Anmerkungen. Also hier, ihr seht diese Rampe, die ich mir da gebaut habe, ganz zu Beginn. Das ist natürlich viel zu viel Schotter an dieser Stelle. Das ist allerdings notwendig, damit ich mit dem vollen Dumper da halbwegs vernünftig reinfahren kann. Man muss auch mit dem Dumper, wenn man damit über Schotter fährt, muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Der hat zwar auch diesen kleinen Schutz rechts und links an den Ketten. Ich hatte das aber schon mal früher beim Schotterfahren, dass sich, wenn du mit dem Dumper längst über den Schotter, dann schiebst du praktisch die Steine in das Fahrwerk rein. Und das ist immer ein bisschen blöd, weil wenn du Pech hast, dann liegt das nachher genau mittig in der Kette. Und wenn das dann über die Umlenkrollen dann läuft, mit dem Stein da drin, dann kann es passieren, dass die Kette abspringt. Das habe ich einmal gehabt mit dem vollen Dumper, damals noch, als ich mit dem Shepard-Dumper gearbeitet habe. Und das ist immer Mist. Du bleibst dann stehen, mitten in der Tür, ist die Kette abgesprungen und der Dumper ist voll, dann stehst du da. Dann guckst du erst mal blöd. Und deswegen muss man immer gucken, wer darauf achtet, wird das auch sehen. Ich mache da nur sehr vorsichtige Lenkbewegungen, also nicht irgendwie auf der Stelle 90 Grad drehen, weil das eben nicht funktioniert, so auf so Schotter, beziehungsweise das passiert, was ich gerade erklärt habe. So, hier mit dem Baggern hatte ich ja letzte Woche schon geübt. Deswegen wusste ich jetzt so halt, wie der Haar so läuft. Dumper ein bisschen quer stellen und so weiter und so weiter. Und das funktioniert ja auch ganz gut. Hier schön immer alles in den Schmodder rein. Aber was ich eben schon meinte, letzten Endes ist das alles nicht so wild. Da kommt später noch eine Drainage vorher. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da jetzt einiges von außen auch schlichtweg dann da reingeflossen ist. Weil da, naja, nun irgendwie so mit Wänden habe ich es ja gerade im Moment nicht so hier in dieser Hütte. Und ja, das Einzige, wo man halt darauf warten muss, ist, dass man jetzt nicht zu viel Schotter reinfährt. Ich meine, da bin ich jetzt an dieser Stelle noch ein bisschen von entfernt. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier im Laufe so hinkriege, dass ich das schön gleichmäßig verteile. Nicht zu viel vor allen Dingen, aber auch natürlich nicht zu wenig. Da muss man mal gucken. Jetzt erstmal ist es natürlich einfach nur rein, rein, rein. Da brauchst du nicht groß drüber nachdenken. Du musst da überhaupt erstmal die entsprechenden Tonnen da reinkriegen. Ja, das war jetzt auch. Ich habe auch tatsächlich während dieser Arbeiten hier mehrfach dran gedacht. Ich hatte ja diese Woche auch das Video mit dem Schaumglas-Schotter gemacht. Wir hatten ja tatsächlich auch hier im Laufe dieser Arbeiten hier auch ganz oft in dem Tagebuch mal Leute nachgefragt, warum ich denn keinen Schaumglas-Schotter nehmen würde und so weiter. Und naja, das ist hoffentlich jetzt mit dem Video aus dieser Woche dann klar geworden. Also auch wenn das durchaus kein so schlechtes Zeug ist, aber mein Dämmkonzept sieht halt hier grundsätzlich ein bisschen anders aus. Bei mir kommt ja nachher dann die Dämmung als entsprechende Platte auf die Bodenplatte. So ist der Plan hier gewesen und deswegen habe ich halt keinen Bedarf an Schaumglas-Schotter. Wo ich allerdings Bedarf habe, wo ich mir jetzt mal eigentlich gucke, ist wegen der Action-Cams. Ich hatte es ja letzte Woche auch schon erwähnt, dass das mit den Akkus jetzt gerade, also es ist wirklich so meine GoPro-Akkus, ich habe ja hier zwei GoPro Hero 10 im Einsatz für meine Aufnahmen und entsprechend viele Akkus, also ich glaube irgendwie sechs Akkus oder so habe ich hier. Die brauchst du halt, wenn du mit zwei Kameras wirklich parallel filmst, bis die aufgeladen sind, das dauert immer sehr lange und so weiter. Also du brauchst wirklich mindestens drei Akkus pro Kamera. Und zwei davon oder drei davon sind halt jetzt schon naturgemäß schon ein Jahr oder so vom Alter her, ein, anderthalb Jahr vielleicht knapp und ja, die funktionieren wirklich nicht mehr. Das ist das, was ich letzte Woche sagte, die Kamera geht einfach aus und behauptet eben selbst bei 70% Akkuladung, dass der Akku leer wäre. Und das ist echt scheiße, weil der Akku ansonsten noch wunderbar funktioniert. Also der lässt sich laden, der funktioniert auch. Das ist auch nur random. Das ist manchmal, sagt die Kamera, nee geht nicht und manchmal nimmt sie den aber auch bis 30%. Aber dann ist meistens sowieso Schluss. Und das ist schon echt mager. Ich will mal sagen, gut, ich benutze die Kameras ja schon hier wirklich regelmäßig jede Woche. Vielleicht ist das zu viel für so ein 500 Euro Produkt. Kann sein, ich muss mal schauen, jetzt könnte ich natürlich einfach neue Akkus kaufen und die Klappe halten. Aber mich nervt sowas natürlich auch immer. Und da hat dann auch einer geschrieben, Mensch, guck dir doch mal hier von DJI an. DJI hat auch eine Action Cam, Action Osmo 3 oder so ähnlich. Also DJI habe ich ja nun bei meinen Drohnen und bin da ja extrem zufrieden mit. Und die haben ja auch eigentlich eine relativ gute Kompetenz in Kameras. Und das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Die Osmo 3 scheint sogar günstiger zu sein als so eine GoPro Hero. Und da muss ich mal gucken. Also das werde ich mal vielleicht mal ausprobieren. Das könnte mal ein recht interessantes Konkurrenzprodukt sein. Weil diese Heroes oder mir schreiben tatsächlich einige von euch immer, ja, die Probleme mit der Hero habe ich auch gehabt und hin und her und so. Und das ist halt schon irgendwie bitter. Du bezahlst echt ein Schweinegeld für diese Dinger. Das ganze Zubehör kostet alles ein Schweinegeld. Ich meine, gut, das funktioniert ja auch alles immer wunderbar miteinander. Aber ebenso grundsätzlich ist diese Qualität im Sinne von, was ich da schon für Probleme mit hatte, mit den Aufnahmen, dass da entweder die SD-Karten platt gemacht wurden, jetzt sind die Akkus, die nicht richtig funktionieren. Also die Zuverlässigkeit von diesen Kameras ist da schon relativ mager für das, was sie kosten. Ich meine, die Aufnahmequalität ist tipptopp. Da will ich überhaupt nichts gegen sagen, was die können mit der Zeitlupe, mit dieser hohen Auflösung und was weiß ich nicht alles. Alles gut und schön. Aber das nützt mir halt immer nichts, wenn dann so eine Aufnahme nachher im Eimer ist. Oder dann fehlt. Du weißt, du machst die Kamera an, gehst weg, fängst an zu arbeiten und auf einmal guckst, dann guckst du irgendwann zur Kamera und siehst, die läuft ja gar nicht mehr. So, weißt du, so. Das ist dann immer ein bisschen nervig. Naja, werde ich mal schauen. Das war auf jeden Fall ein guter Tipp, glaube ich, mit der DJI. Da werde ich mal gucken, ob ich da eventuell mal dieses Jahr noch rein investiere, noch einen anderen Hersteller ausprobiere. Weil ein anderer Hersteller wäre mir jetzt tatsächlich nicht bekannt, der in diesem Segment, also hochqualitative Action-Cams, irgendwelche Sachen fertigt. Oder wisst ihr da noch irgendwas? So, dann machen wir mal einen kleinen Zwischenbericht hier an der Stelle. Das Ganze sieht schon ganz gut aus, läuft sozusagen. Also, auf was ich auf jeden Fall sagen kann, der Schotter wird ausreichen. Wir können uns ja mal den Haufen draußen angucken. Jetzt muss ich hinten, also das ist auch, die Taktik ist ganz einfach. Du fängst jetzt hinten an, siehst dir zu. Ich hole gerade mal den Kreuzlinien-Laser raus. Hinten die Höhe, dass ich da schon mal Pari bin, ja, dass das passt. Dann hat man auch optisch so einen Horizont, dass man weiß, wo muss ich eigentlich hin? Bin ich jetzt zu tief, bin ich schon zu hoch? Weil was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass man hier zu viel Schotter reinmacht. Weil das kannst du dann nachher wieder schön von Hand hier rausschippen. Weil zu viel ist schlecht, dann ist die Betonplatte nachher zu dünn. Lieber einen Tucken zu wenig, das ist nicht schlimm. Dann wird der Beton ein bisschen dicker, aber auf gar keinen Fall zu viel. Und ja, dann werden wir gleich mal so ein bisschen messen, wie das Ganze aussieht. Aber ihr seht schon, es ist ja schon ganz gut gefüllt. Und ja, wenn ich mal so gucke, ich habe da noch mal so ein bisschen, also während ich eben so am Baggern war, habe ich mal so ein bisschen nachgerechnet noch. Und habe dann so überlegt, so Däubel, Däubel, was hatten wir noch mal gerechnet? Also, ihr seht ja, wie das hier, das wird gar nicht weniger. Also klar, das war jetzt da, wo der Bagger steht, da waren auch Schotter. Aber so wahnsinnig weniger ist das ja noch gar nicht mal geworden. Und dann habe ich noch mal so überlegt, ja Mensch, was hast du denn da überhaupt gerechnet? Ja, wir hatten uns das von den Quadratmetern mit der 25 Zentimeter Schotter und so weiter, haben wir uns ausgerechnet, dass wir so etwa 12, 13, vielleicht 14 Tonnen brauchen. Das war so die grobe Annahme, kommt immer so ein bisschen darauf an, mit wie viel Gewicht man das jetzt pro Kubikmeter rechnet hier. Aber jetzt so von den Kubikmetern haben wir dann so ungefähr gesagt, so circa 13, 14 Tonnen. Haben wir gesagt, okay, holen wir mal 15. So, mit 15 kommen wir aus. So, jetzt haben wir es ja bestellt, wir haben es ja liefern lassen. So, da macht es natürlich keinen Sinn, sich das jetzt einmal liefern zu lassen. Und wenn ich dann, ich brauche ja noch mal einmal für den letzten Streifen unter der anderen Giebel, dann brauche ich ja noch mal Schotter. Und dann will ich das ja nicht noch mal wegen 3 Tonnen oder so noch mal. So, das heißt, haben wir gesagt, was passt auf so einen LKW drauf? Da passen 18 Tonnen drauf. Alles klar, macht die 18 Tonnen voll. So, jetzt, das heißt aber, dass ich hier ungefähr, wenn ich jetzt tatsächlich richtig gerechnet habe, hier grobe 5 Tonnen zu viel auf dem Hof liegen habe. Na, schöner Mist. Schönen Dank übrigens auch noch, dass der LKW-Fahrer, ne, dass er mir das mitten auf den Hof geschüttet hat. Muss ich nachher mal schauen, wenn ich drinnen fertig bin. Dann aber gut, ich habe ja auch zum Glück, Teleskoplader ist ja alles kein Problem. Ja, ist ja nur meckern oder heulen auf hohem Niveau. Dann muss ich eben einmal mit dem Teleskoplader hier noch bei und muss den ganzen Klumpatsch. Ne, ihr seht, also ich habe das ja sonst auch mal hier hinten in der Ecke gehabt. Wobei ich halt hier auch mal ein bisschen gucken muss. Das muss halt hier so liegen. Ich darf nicht da rein, weil hier muss ich noch das Abwasserrohr langlegen. Also hier darf ich auch nichts hin. Das muss hier, hier so ungefähr liegen. Aber gut, das ist wieder ein Problem für Zukunftsfachwerker. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich da die richtige Menge Schotter reinkriege und mich da jetzt nicht mehr so groß vermesse. Genau, und dann geht so ein bisschen etwas nervigere Arbeit los. Jetzt gehst du nämlich da komplett durch. Muss das alles verteilen, muss so ein bisschen gucken mit dem Zollstock. Beziehungsweise ich habe mir das nachher am Spaten. Ihr seht das vielleicht, jetzt am Anfang habe ich noch einen Zollstock in der Hand. Später gucke ich einfach nur auf den Spaten. Dann kann man das nämlich auch ungefähr dann sehen. Das kommt halt nicht auf Millimeter an. Nur erstmal, dass die Richtung stimmt. Dass man das jetzt alles erstmal mit dem Laser so ein bisschen aufs grobe Maß bringt. Wichtig ist halt, dass es nicht zu viel ist. Ich habe jetzt überall, was ich meine, so ein bisschen mehr natürlich. Weil ich will es ja noch stampfen. Und dann muss man da jetzt durch. Alles verteilen und fertig machen. Ich hatte das nämlich an einer anderen Stelle schon mal. Da habe ich da von vornherein viel zu viel drin gehabt. Naja, und das baggerst du dann halt. Beziehungsweise schaufelst du von Hand dann alles wieder raus. Wenn das echt zu viel ist. Und daher gucke ich hier von Anfang an so ein bisschen. Aber das ist echt ein bisschen nervig. Weil man es schwer, jetzt sage ich mal, in dieser Fläche immer schwer erkennen kann. Wo ist jetzt mehr, wo ist weniger. Und man eben wirklich immer wieder messen muss, schaufeln muss, messen muss. Und ihr seht da, da habe ich schon gleich gesehen. Aha, hier fehlt noch einiges. Da habe ich dann nochmal eine Ladung Schotter hin. Und dann geht das dabei. Also das ist jetzt hier sozusagen die nächste Phase von dem Ganzen hier. Jetzt eben war das Baggern. Jetzt ist erstmal so ein bisschen das Verteilen. Und das Nivellieren ist jetzt wichtig. Ja, was könnten wir noch? Ich habe noch hier, wo wir gerade am Nivellieren sind, mit dem Bagger. Bin ich ja auch ein Stück jetzt am gucken. Also ich habe da noch so einen Händler an der Hand. Der kriegt wohl jetzt nächste Woche oder was? Kriegt der wohl noch einen KX16, so meinen Traumbagger, den Kubota, da an der Maschine rein? Ich bin jetzt aber noch nicht so groß weitergekommen. Einige schreiben schon, hier so ein Bobcat und so ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber im Moment, wenn ich bei eBay Kleinanzeigen halte, ich habe da jetzt die Suchaufträge drin. Da ist halt auch nicht so wahnsinnig viel los. Da muss man mal gucken, wie das immer so ist. Manche sind einfach viel zu teuer, manche sind einfach Schrott. Und naja, da muss man halt immer was finden, was dann am Ende des Tages auch passt. Und dafür muss man halt auch mal ein bisschen suchen. Was ich allerdings auch nochmal geguckt habe. Das hatten ja auch mal einige. Ich habe ja auch mal so ein paar Videos mal wieder gemacht über China-Bagger und so weiter. Jetzt will ich mir natürlich um Himmels Willen nicht irgendeinen billigen China-Bagger kaufen. Das ist auch klar. Ich will mich jetzt hierher nicht selbst geißeln. Aber da gab es ja immer wieder mal die Sachen, dass es ja auch etwas hochwertigere, schrägstrich bessere China-Bagger gäbe, die auch durchaus konkurrenzfähig wären mit den etablierten Dingern. Zum Beispiel Sunward. Da hatten wir irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, dass die wohl gar nicht so schlecht wären und durchaus konkurrenzfähig. Und naja, so im Rahmen des Selbstprobierens hätte ich auch mal Bock drauf, das einfach mal auszutesten, ob das wirklich läuft. Muss ich mal gucken. Vielleicht kann man da irgendwo eine Maschine finden, die so in meinen Preisspektrum passt von dem, was ich mir so leisten kann. Weil das sind meistens dann auch immer relativ neue Maschinen. Naja, muss ich mal gucken. Das ist auf jeden Fall im Moment noch alles offen. Ich bin auf der Suche und halte euch natürlich informiert, wenn sich da etwas tut. So, und bevor es jetzt weitergeht, erstmal eine kleine Kaffeepause an der Stelle und ein dickes Dankeschön an alle da draußen, die immer so fleißig meine Videos schauen, kommentieren, liken und auch mal weiterempfehlen und vielleicht auch an dieser Stelle nicht einfach weiter skippen. Zwinker, zwinker. Von daher vielen, vielen Dank. So, dann geht es jetzt weiter hier auf die letzten Arbeitsschritte, wobei ich jetzt auch sagen muss, es ist doch überraschend viel Handarbeit jetzt hier noch zum Schluss. Ich hatte mich eigentlich morgens noch auf einen schönen Tag mit den Maschinen gefreut. Sprich, naja, ich muss ja selber kaum Hand anlegen, das macht ja alles der Bagger und der Dumper. Aber am Ende des Tages muss man doch relativ viel Material hier von Hand noch durch die Gegend schippen. Das bleibt halt dann nicht aus. Hier muss ich noch meine Bretter befreien. Die hatte ich da ja ursprünglich halt hingelegt, damit ich da nicht überall den Schotter da verteile. Und vor allen Dingen, dass eben auch jetzt hier besonders der Baustall da nicht so verbogen wird, wenn ihr da mit dem Dumper rübermöllerst. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch keine, ich weiß nicht, schnellere oder intelligentere Methode, um hier den Schotter zu verteilen. Also weiß ich nicht. Da bin ich wieder gespannt, ob da der ein oder andere sagt, Mensch, wir machen das immer so, ist viel einfacher. Aber ja, muss man mal gucken. Bin ich mal gespannt. Das ist ja immer, ich lerne ja solche Sachen dann meistens erst hinterher durch eure Kommentare dann letzten Endes. Aber naja, müssen wir mal gucken. Jetzt lade ich mir hier noch eine Ladung voll, weil ich jetzt zwischendurch natürlich gemessen habe und gesehen habe, ja okay, ich weiß nicht genau, wie viel da noch zu tun ist. Deswegen mache ich erstmal eine Dumperladung noch voll. Habe dann aber entschieden, dass ich das an dem Tag nicht mehr machen wollte. Ihr seht, jetzt regnet es hier auch schon wieder. Ich bin komplett durch Nest und irgendwann vergeht hier da auch schlichtweg die Lust, muss man ja sagen. Und deswegen habe ich dann entschlossen, das mache ich dann beim nächsten Mal sozusagen. Aber ich habe immerhin schon mal die Ladung dann auf dem Damper. Das heißt, wenn eine Ladung ausreicht, dann brauche ich wesentlich den Bagger nochmal extra anschmeißen und komme dann hoffentlich mit einer aus. Das heißt, dann mit dem Vibrationsstampfer mache ich dann beim nächsten Mal weiter und hoffe dann einfach, dass ich damit irgendwie die Zielhöhe dann hinbekommen werde. So, jetzt sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich habe das jetzt hier auf ein grobes Maß erstmal gebracht. Das ist jetzt so etwa zwei Zentimeter höher noch als es muss, aber ich muss es ja noch ein bisschen verdichten. Und ich denke mal so zwei, drei Zentimeter kriege ich das dann noch runtergestampft. Aber insgesamt, wenn man mal so guckt, ist das jetzt schon mal, ja, so langsam kommt die Ordnung in die Bude. Aber ich sage mal jetzt ehrlich, ihr Leute, ich habe jetzt heute keinen Bock mehr noch den Stampfer rauszuholen und hier rüber zu vibrieren. Ich habe mir jetzt eine Packung, habe ich mir noch gesichert, eine Packung Schotter habe ich schon mal in den Dings, in den Damper gepackt. Und ich glaube, jetzt werde ich mal den guten Marseille Ferguson mal wieder starten und mal einmal gerade probieren, weil der Haufen jetzt doch, wie ich ja zwischendurch schon befürchtet habe, doch noch größer als erwartet geblieben ist. Jetzt versuche ich mal, ob ich mit dem Teleskoplader das so ein bisschen zusammengeragt kriege und so ein bisschen weiter hier in die Ecke. Aber das ist, ich sage mal, hier auf so einem kleinen Hof mit so einem großen Teleskoplader gar nicht so einfach, weil der dafür nicht gerade sehr wendig ist. Also man kann damit nicht so schön laden, wie jetzt mit einem Radlader oder so. Das geht damit nicht so gut, weil die Schaufel halt im Verhältnis echt groß ist. Naja, muss ich mal gucken. Ich probiere das einfach jetzt mal aus. Ich habe jetzt was anderes hier die ganze Zeit in diesem Scheißregen. Ich bin jetzt wirklich bis auf die Unterhose nass, Freunde. Ja, da vergeht dann irgendwann auch der Spaß. Also deswegen sage ich, das läuft mir ja nicht weg, das mache ich denn morgen oder übermorgen oder so. So, dann wollen wir mal schauen. Und dann ist er schon ewig nicht mehr angeschmissen, den guten Masssee. Das ist aber, der läuft aber immer noch. So, jetzt muss ich nur gerade so ein paar Steine lagen vorne noch drin. Habe ich jetzt aber keinen Bock zu, die jetzt extra da runter in der Wiese zu fahren. Also ein paar Bruchsteine, die kann ich auch nochmal aufladen, das ist denen auch egal. So, machen wir mal die Tür zu. Muss ich nur die Hüftung anhaben, sonst beschlägt mir hier gleich alles drin. Schätze ich mal. So. Wie gesagt, mit so einer Kiste ist das gar nicht so einfach, weil der echt unübersichtlich ist. Diese riesige Schaufel, du siehst die Ecke nicht von der Schaufel und das ist halt echt schwierig. Aber wir probieren das mal aus. Mal sehen, dass ich jetzt ein bisschen Orientierung kriege hier. So, jetzt würde ich mal sagen, schieben wir einen erstmal so ein bisschen. Ah, ich mach mal das Fenster auf, sonst sehe ich sowieso gar nichts. So, jetzt ist's das Ju Milch. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, jetzt kann ich nicht ein bisschen, wenn ich jetzt schon mal leise. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. So, eine Stunde ist, wir haben ja hier das Co. Das müssen wir jetzt nur irgendwie zehnmal wiederholen wahrscheinlich. Guck mal, da bleibt die Hälfte liegen, das ist nicht so schön. 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 Wenn ich das jetzt mit dem Bagger alles umbaggern müsste, dann hätte ich aber auch Spaß. Was sag ich dir, dann hätte ich Spaß. Lass alles mit dem Bagger wegbaggern und dann weißt du auch, was du entstanden hast. Was ist das? Ja. Was ist das? 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 Das wäre jetzt mit so einem kleinen Bobcat, glaube ich, ganz witzig. So, schumpf, 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 schumpf. So, jetzt muss ich nämlich so ein bisschen Eiern hier. Jetzt muss ich hier die Seite wegkriegen. So, jetzt muss ich mich los sein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt wird es kompliziert, jetzt haben wir nämlich da noch so einen Rest Der Rest ist gut, so zwei Tonnen halt, so ein kleiner Rest Den muss ich jetzt mal schauen, wie ich da dran komme Weil wenn ich den nicht in den Haufen reinschiebe, dann verteidigt das jetzt nur über den Hof Jetzt ist es nämlich, jetzt siehst du hier nix und so, das ist jetzt richtig scheiße Mal gucken mal her, ob ich den hier ein bisschen in diese Richtung geschoben kriege Das ist aber auch hier Der hat ja in diesen Eichenbalken da hingelegt Der ist ja völlig im Weg So So Ah, das geht ja in diesem Durchdruck. Jetzt schulde ich das gleich dahinten hin, damit ich das aber nicht hinahme. Ja, gucke mal. Mensch, das läuft ja besser, als ich gedacht habe. Ja, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass ich das doch so gut mal wegkriege. Das geht natürlich wieder nix, nicht, dass ich meinen schönen Eichwald platt mache hier. So, sieht das aus. So, jetzt habe ich es ein bisschen nach da verteilt, aber diese Ecke da, die ziehe ich jetzt, glaube ich, nicht so einfach weg. Weil das schiebst du dann nämlich da am Ende nur drauf. Na gut, ein bisschen, ein bisschen haben wir geschafft. Keine Kollaterale steht, bitte. Ich sehe nix. Ah, doch, was? Das ist aber auch eng hier immer noch. So, das ist jetzt nur drauf. So, das hier ist noch eine Pille-Pfalle hier. Das bisschen, da kann ich auch mal gerade noch die Schwippe nehmen. Da bin ich mir jetzt auch nicht zu schade drum. So, das ist jetzt immer noch eine Pille-Pfalle. Ja Leute, was soll ich sagen, insgesamt bin ich natürlich zufrieden, das ganze Material hier reingeschlürt zu haben, aber ist halt ein bisschen dumm gelaufen. Wenn du dann ausgerechnet mal einmal draußen arbeiten musst, das lässt dich ja nun nicht ändern und dann regnet es den ganzen Tag. Ja gut, naja, was soll's, ist ja letzten Endes, habe ich mir hauptsächlich nur einen nassen Arsch geholt mit der Jacke und so, ist ja alles halb so schlimm, aber eben auf den Bagger da rumhampeln. Da wäre jetzt so ein etwas größerer Bagger mit Kabine, wäre jetzt geil gewesen, dann bleibt zumindest der Sitz trocken, hast du nicht immer die ganze Buchse auch noch nass. Naja, wie dem auch sei, das ist jetzt, ich hatte ja letzte Woche schon ein paar Tonnen, wie viel weiß ich nicht, also in der Summe sind auf jeden Fall jetzt hier so knappe rund 14 Tonnen sind jetzt hier drin, die ich hier jetzt hier reingebracht habe. Ja, das hättest du vor ein paar Jahren alleine auch nicht so bewältigt, mal eben so, das ist schon, das ist mit den richtigen Maschinen, kannst du da schon einige schaffen. So, von daher alles gut. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt, was ich ja schon meinte, so ein bisschen von der Höhe her passt das noch nicht ganz. Ich werde es jetzt erstmal mit dem Vibrationsstampfer einmal durchgehen, dann mal gucken, auf was für einer finalen Höhe ich bin. Dann wird mit Sicherheit noch die ein oder andere Damperladung nochmal hier rein müssen, damit ich nicht zu viel, weil ich will natürlich auch nicht nachher eine 35 Zentimeter Betonplatte haben, sondern das soll ja schon so maximal, also so zwischen 25, also 25 ist eigentlich schon viel, ne, da muss ich mal sehen. Und dann das Ganze ausnivellieren, ist dann so ein bisschen Fummelarbeit, vor allen Dingen auch hier meine Kante. Da habe ich jetzt ja die Betonkante hier stehen lassen, aber gerade hier in diesem vorderen Bereich ist die ein bisschen zu niedrig, das heißt, da muss ich dann auch noch ein Stück Holz oben drauf und dafür muss ich die Kante auch so ein bisschen, sagen wir mal, sauber abstimmen, dass ich da nicht so viele, ja, so viel Versatz reinkriege, muss ich mal gucken. Das wird nächste Woche auf jeden Fall noch ein bisschen gefummelt, das dann alles vorzubereiten. Das ist ja praktisch jetzt die Vorbereitung der Schalung. Der Baustahl ist schon da, Baustahlmatten sind angekommen, aber die kommen ja praktisch erst zum Schluss hier rein. Also, das sehen wir mal, dann gucken wir mal, wie weit wir da halt in der nächsten Woche kommen. Naja, Leute, das war es dann auf jeden Fall für mich, für heute, für diese Woche. Wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst mir ein Like da und so weiter und so fort. Und ich freue mich immer, ihr wisst. Und dann würde ich sagen, bleibt sauber, noch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denn, Leute, ciao, ciao. Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch. Heute geht es dabei, die letzten Vorbereitungen für den letzten Teil, nee, letzten Teil, vorletzten Teil der Bodenplatte. Werde ich mal gucken, dass ich die heute abschließe. Mal schauen, nächste Woche wollen wir eigentlich Beton machen, wenn das Wetter sich dann hält. Ja, es ist so ein bisschen fraglich, ob es jetzt friert oder nicht. Im Moment ist es relativ kühl, aber warten wir mal ab. Jetzt geht es erstmal dabei, ein bisschen, naja, wie das immer so ist, letzte Vorbereitungen dauern ja oft länger als erwartet. Und naja, ich würde mal sagen, an der Stelle quatsche ich auch gar nicht lange, sondern wünsche euch wie immer viel Spaß beim Anschauen. Ja, starten müssen wir allerdings mit so ein paar Restarbeiten aus letzter Woche, als ich hier mit meinem Teleskoplader den Schotterhaufen versetzt habe, was durchaus gut geklappt hat. Aber, ähm, ja, wer das letzte Woche gesehen hat, das war ja nicht ganz so einfach, jetzt hier gerade diese Ecke hier noch wegzubekommen, ja. Und das hat es jetzt nicht mehr ins letzte Video reingeschafft. Ja, ich sag mal so, äh, ich hab auch überlegt, ob ich das überhaupt hier nochmal zeige, weil das ist schon so ein bisschen, ja, nennt mich bekloppt, ja. Jetzt guckt mal da diese Ecke. Das ist natürlich auch wieder typisch, ich hab gedacht, ach komm hier, das bisschen, das kannst du gerade mit der Schippe wegmachen, ne. Hab aber dann beim Schippen festgestellt, ach du liebe Zeit, das ist aber doch ganz schön viel Schotter, den ich da noch schippen muss. Jetzt hätte jeder vernünftige Mensch, hätte natürlich jetzt den Bagger nochmal rausgeholt. Wisst ihr, warum ich das hier nicht gemacht habe? Warum ich meinen Bagger in der Scheune hab stehen lassen? Weil ich den kurz vorher gerade sauber gemacht habe, ja. Ich hab gerade den Wasserschlauch da dran, hab alles sauber gemacht, der Bagger war jetzt picobello und stand in der Werkstatt. Und ja, da wollte ich den nicht wieder rausholen. Aber so ticke ich halt. Naja. So, dann hab ich Baustahl bestellt, ist ja nun für die nächsten Arbeiten ziemlich wichtig, ne. Irgendwie für die Vorbereitung der Bodenplatte. Hab ich mich bei den Preisen so ein bisschen erschrocken. Aktuell kostet so eine Baustahlmatte, dieses Q188 oder was das hier ist, irgendwas um die 80, 83 Euro oder so. So, heide witzka. Ja, also ich meine, das hat sonst so um die, keine Ahnung, 60, 65 Euro gekostet. Also da merkt man auch so die etwas größeren oder höher gewordenen Preise, ne. Aber hier tippitoppi, einmal Guss mit dem Kran abgeladen, ist das immer eine geile Sache. So, und dann ging's dabei, was ich letzte Woche nicht mehr geschafft habe, beziehungsweise wo ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Nämlich das ganze Verdichten von dem Schotter. Ähm, klar, das ist natürlich ein bisschen schöner, einfacher zu tun mit einer Rüttelplatte, ne, weil du da ein bisschen mehr Fläche hast, das Ganze ein bisschen einfacher geht. Aber hier auch so engen Raum kannst du mit einer Rüttelplatte auch nicht viel machen. Hier siehst du ja hier auch gerade hier, wenn es um das Fachwerk geht, da muss ich ja selbst mit so einem kleinen Stammfahrn auch richtig drumrum zirkeln, um da in jede Ecke zu kommen, ne. Aber funktionieren tut's letzten Endes genauso. Ähm, jetzt muss ich mal schauen, was ich ja letzte Woche schon meinte, dass die Höhe insgesamt passt, dass die Bodenplatte also überall auf jeden Fall dick genug wird. Und hab das hier eigentlich ganz gut von der Höhe her rausbekommen, ne, dass ich da also, ähm, ich hatte ja letzte Woche gesagt, ein bisschen mehr drauf, weil durch das Stampfen verdichtet sich ja logischerweise alles und dann bist du am Ende natürlich ein bisschen tiefer als vorher. Hatte hier allerdings, da hinten diese Ecke, da fehlte mir tatsächlich noch Schotter, also da hab ich, äh, war es ein bisschen zu wenig, ne, wenn du dann da irgendwie nachher eine 30 cm Bodenplatte hast, das muss denn ja auch nicht sein. Und deswegen hab ich da nochmal extra ein bisschen Schotter von draußen geholt. So, dann machst du noch einen zweiten Durchgang hinterher und, ähm, dann ist eigentlich alles soweit gut, ne. Und das merkst du auch, wenn du jetzt drüber gehst und auch wie der Stampfer sich verhält. Daran merkt man auch eigentlich sehr schön beim Arbeiten, ähm, wie gut das Verdichtungsverhältnis am Ende da tatsächlich ist, ne. Also so, wenn du da zweimal drüber gehst, ist das eigentlich alles tutti. Und so langsam werde ich hier auch mit meinem Baumarkt-Vibrationsstampfer warm, ne. Ihr wisst ja, vor ein paar Wochen, als ich damit losgelegt habe, da ging's ja erstmal los. Wie ist denn das hier, was ist jetzt der Schok, wie, wo, was, warum, warum springt das Ding nicht an? Ach ja, da ist ja ein Motorschalter und so weiter. Habe ich mich ja reichlich dämlich angestellt. Mittlerweile funktioniert das alles, ne. Jetzt habe ich das Teil quasi im Griff. Jetzt habe ich raus, wie es funktioniert. Und, ähm, ja, funktioniert auch wunderbar. Jetzt weiß ich gerade aus dem Kopf nicht, wie viel Energie der hier so reinbringen kann. Also, jetzt hier so beim, beim Vibrieren. Aber ihr seht ja schon, da kommt auch einiges bei rum. Und wenn man das jetzt, ähm, so von der Technik her halt, wie es vernünftig macht, dann kriegt man das ganz gut hin. Was ich jetzt an der Stelle hier noch habe, ist, da ist jetzt ein bisschen zu viel Schotter, ne. Das ist dann, irgendwann kannst du das halt auch nicht mehr verdichten. Also, da ist jetzt ein bisschen zu viel Schotter, eben war es so ein bisschen zu wenig. Also, naja, da muss man eben so ein bisschen gucken. Es kommt ja hier nicht auf einen Zentimeter an. Das ist so ein bisschen das Schöne. Ähm, da kannst du halt so vorherziehen, wo es ein bisschen zu viel ist. Ist dann auch egal, ne. Es darf halt nur nicht, äh, äh, dann, dann nachher, dass die Bodenplatte zu dünn wird irgendwo an Stellen, ne. Oder zu ungleichmäßig. Das muss natürlich auch nicht sein. Ähm, hatten einige geschrieben letztes Mal. Das könnte man ja auch irgendwie so abziehen, ne. Mit, äh, in Anführungszeichen mit dem Richtscheit oder so. Nee, Freunde, so einfach geht das nicht, ne. Das ist ja hier kein Sand, das ist Schotter. Und, ähm, den kriegst du nicht so einfach abgezogen. Also, auch gerade, wenn du da einmal mit dem Stampfer drüber gegangen bist, da ziehst du gar nichts mehr ab. Also, da musst du dann schon mit der Schuppe, so wie ich das eben gemacht habe, da richtig rein und das Zeug da, da rausdrücken. Anders funktioniert das nicht, ne. Also, da kannst du nicht mal eben einfach so, äh, drüber ziehen und dann hast du das in der geraden Ebene. Das, äh, stellt man sich vielleicht so in der Theorie vor. Aber, äh, in der Praxis, ähm, ist das denn doch nicht ganz so einfach. Ganz so einfach ist übrigens auch nicht meine Baggersuche, ja. Ich bin ja immer noch am Suchen, ähm, ja, irgendwie so die meisten Händler, mit denen ich so Kontakt habe, die haben es immer irgendwie nicht nötig, dir einen Bagger zu verkaufen. Und jetzt habe ich noch einen in Aussicht, einen Caterpillar. Klingt auch ganz interessant. Einen etwas größeren sogar, nicht 1,4, 1,5, sondern 1,8 Tonnen. Könnte für mich auch ganz interessant sein. Muss ich mal schauen. Vielleicht gibt es da ja für die nächste Woche noch ein Update zu, weil, ja, im Moment ist das echt alles so ein bisschen schwierig. So, haben wir das geschafft. Zwei Gänge hier durchgestampft. Ich glaube, das hat, äh, ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Das hat ganz gut funktioniert von der Höhe her. Äh, da hinten hatte ich ein bisschen zu wenig. Ich habe ja nun da hinten angefangen. Deswegen habe ich mir eine Schubkarre, so eine halbe Schubkarre Schotter geholt, um das auszugleichen. Aber beim Laufe hierhin ein bisschen zu viel gehabt. Naja, Mist, hätte ich mal hier angefangen, dann hätte ich jetzt nicht eine Schubkarre Schotter über. Aber egal. So, das ist soweit cool. Die Höhe passt echt gut. Also, da bin ich glatt so ein bisschen zufrieden mit mir. Ja, die Höhe habe ich ganz gut hingekriegt. Jetzt läuft das überall so auf so eine 25 cm Bodenplatte hinaus. Mal sind es 27, mal 26. Aber Minimum 25, das reicht locker. Nach außen hin sind es eher 27. Alles gut. Können wir so machen. Und, ähm, ja, das ist soweit schön. Jetzt muss ich gucken, die nächste Aufgabe, jetzt hier diese Kante. Ihr seht ja, hier ist das hoch genug in diesem Bereich. Das Haus läuft ja hier in den Boden rein. Deswegen ist hier diese Betonkante hoch genug. Da brauche ich mich um Schalung nicht kümmern. Aber spätestens ab dieser Beule da hinten, da geht es dann los. Da bin ich nämlich zu niedrig. Das heißt, da muss ich mir auch noch irgendwie eine Schalung ausdenken. Da reicht diese Betonkante nicht aus. Und jetzt ist mein Plan hier einmal so, vielleicht mit meiner kleinen Bosch-Maschine. Einmal mit dem, da habe ich nämlich einen schönen Flachmeißel für. Einmal rübergehen, dass das halbwegs gerade ist. Und da braucht im Prinzip nur eine Latte oder so drauf. Die kannst du dann da mit Bauschaum draufkleben, ein bisschen befestigen und so weiter und so weiter. Dann ist das cool, ne? Dann reicht das als Schalung eigentlich auch aus. Muss ja nur sehen, dass der Beton hier drin bleibt und dass da nichts überschwappt, ne? So, muss ich mal gucken. Das gucke ich mir jetzt echt mal an, wie ich das hinkriege, dass das jetzt hier eine saubere Kante wird. Und ja, Baustahl ist ja auch schon da. Dann kann ich mal gucken, wie ich diese 6 Meter Platten hier reinkriege. Und ja, es läuft auf jeden Fall. So langsam kommen wir der neuen Bodenplatte ein Stückchen näher. So, dann war es an der Zeit, mich um diese Schalung hier zu kümmern. Und das ist, wie ich schon sagte, so eine Art Jugend forscht. Ja, ich muss jetzt mal gucken. Ich wollte ja zum Teil diese Betonkante da auch gleichzeitig als Schalung verwenden, was natürlich auch durchaus ein paar Nachteile hat. Aber im Moment, hatte ich ja erwähnt, diese Betongeschichte muss da einfach drinbleiben, weil das stützt natürlich auch den Boden. Und ihr seht ja da hinten die Baustützen. Da steht ja praktisch die ganze Hausseite drauf. Und deswegen habe ich diese Betonkante natürlich jetzt auch drinnen gelassen, weil das nicht anders ging. Aber die ist natürlich sehr unruhig. Das heißt, ich muss das erst mal sehen. Deswegen habe ich diese lange Latte da oben drauf gelegt. Erst mal zu gucken, dass ich das Ganze halbwegs gerade kriege. Also so ein paar kleine, das muss jetzt nicht wirklich 100% auf Millimeter sein. Das wird sich nachher über die Folie dann praktisch auch abdichten. Das ist nicht so das Problem. Aber grundsätzlich sollte es natürlich erst mal halbwegs passen. Vor allem, weil ich auch gucken muss, wie hoch ich bin jetzt hier in diesem Bereich. Also zur vorderen Giebelwand, sage ich mal. Da bin ich auch relativ niedrig. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall noch irgendwie ein Schalungsbrett oben drauf basteln, weil eben die Originalbodenplatte, ihr seht ja links, ist ja ein Stück von der Bodenplatte. Da kann man ja auch so mit bloßem Auge schon erkennen, die ist ein ganzes Stück höher als jetzt hier diese kleine Betonkante, die ich hier gerade ein bisschen gerade mache. Und das muss ich eben jetzt gucken, wie ich das zusammenkriege. Und ja, da habe ich dann so gewisse Sachen ausprobiert. Man muss halt dann immer schauen. Das ist halt was völlig anderes wie eine normale Schalung, die man jetzt bauen würde. Da machst du halt die Schalbretter dran, richtige Höhe, die befestigst du vernünftig und dann hast du eine Schalung. Im Prinzip muss das ja nur in Anführungszeichen eine Wanne sein, in die ich den Beton hineingießen kann und die das Ganze natürlich dann auch von der Belastung her aushält. Und hier ist das jetzt so ein Mischding, was die ganze Sache natürlich nicht ganz so einfach macht. So, jetzt habe ich mal hier so ein bisschen, sage ich mal, Jugendforsch gemacht mit meiner etwas besonderen Schalung hier an der Stelle und bin jetzt zu folgender Idee gekommen. Ich habe mir jetzt hier etwas größere Balken rausgesucht. Ich habe ja hier Holzreste genug hier aus dem ganzen Bau und die werde ich jetzt, ich werde die Kante noch ein ganzes bisschen verfeinern. Dann lege ich die da drauf und die müssen ja noch befestigt werden. Da nehme ich jetzt ein paar von meinen guten alten Winkeln und werde die einfach in den Beton reinbohren. Das funktioniert nämlich ganz gut. Das heißt, hier einmal festbohren, ganz normal Dübel, Schraube rein, fertig. Dann sind die Hölzer oben auf jeden Fall ganz gut gehalten und die Betonkante wird so ungefähr auf der Mitte der Hölzer nachher liegen. Also so ganz grob. So, da gehe ich hier dran lang bis hier hin und hier im hinteren Bereich muss ich noch ein bisschen fummeln. Hier muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr stemmen. Das ist noch nicht ganz so ordentlich. Und hier hinten, sage ich mal, hier kommt die normale Schalung hin. Das habe ich hier schon ausprobiert. Wir machen das ja immer, wer das noch nicht gesehen hat, wie man das Metall damit reinbekommt in die Schalung. Wir müssen ja immer sehen, dass das so wie hier auch ein bisschen rausschaut. Da macht man praktisch eine zweischalige Bauweise. Man macht ein unteres Brett, was die Höhe hat von dem Bereich unten und dann nagelt man von oben nochmal ein Brett obendrauf. So, und dann kannst du das Metall hier durchgucken lassen. Und das reicht vollkommen aus. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Da läuft kein Beton durch. Wenn man das richtig festnagelt, dann passiert da nichts. Also so funktioniert das. Und das werde ich jetzt hier auch machen. Hier einmal dran lang bis da hinten. Dann kommen hier noch ein paar Maurer. Ne, wie heißen die hier? Die Stangen kommen, haue ich hier noch rein, dass das natürlich gegen den Druck dann hält. Na, dann schauen wir mal. Wenn ich jetzt hier die Schalung fertig habe, dann kann ich mal gucken, dass ich hier das Metall reinkriege. Das heißt, erst noch eine Plane drunter. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, mit der Plane, das ist wirklich eine kleine Anekdote. Als wir damals, ist ja nun wirklich schon ein paar Tage her, diese eine Bodenplatte, die im Esszimmer entstanden ist. Da mussten wir ja erst ein Stück Bodenplatte bauen unter der Hausecke, damit wir genug Möglichkeiten zum Abstürzen haben. Und dann konnten wir ja erst weiter basteln. Und ja, da haben wir tatsächlich die Schalung gebaut und alles. Und dann, ja, wollten wir eigentlich rausgehen und den Betonmischer anschmeißen. Und dann irgendwie so, Mensch, Däubel, irgendwie sieht das hier aber, irgendwas passt hier noch nicht. Und dann ist uns eingefallen, Mensch, Scheiße, da muss doch noch die Folie drunter. Oh, naja gut, war denn nicht das Problem. Das war so eine isolierte Schalung. Die haben wir dann einfach angehoben, haben die Folie drunter gezogen. Da ging das einigermaßen. Aber, ja, muss man immer schon dran denken, dass das alles läuft. So, hier seht ihr, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Da habe ich ja noch ein Stück von der Betonkante. Da habe ich jetzt einfach ein Loch reingebohrt, Dübel reingesetzt und das mit einem entsprechenden Winkel dann angeschraubt. So hält das Ganze. Das heißt, ich habe jetzt damit einen oberen Teil der Schalung praktisch, wo der Beton gegenfließen kann, was halt genug stabil ist und auch hoch genug ist. Und wenn ich später dann die Folie von innen da drüber lege, dann ist die letzten Endes auch dicht. Der Nachteil, den man jetzt hier hat, mit dieser etwas, naja, seltsam anmutenden Konstruktion, ist natürlich, dass ich nicht so eine wunderschöne Kante hinbekomme. Normalerweise ist ja so, die Schalung, die Schalbretter, das ist ja eine komplett gerade Ebene. Und wenn du die dann später abbaust, dann hast du auch wirklich eine sehr schöne, rechtwinklige Bodenplatte. Das ist natürlich dann geil, wenn du da mit später dann zum Beispiel, sagen wir mal Stichwort Perimeterdämmung oder so, die kannst du dann natürlich direkt dann dran bauen. Das geht jetzt hier nicht so gut. Was ich ja meinte, diese Betonkante in dem Boden, das lässt sich einfach nicht ändern. Da werde ich also später nochmal mit Sicherheit nochmal das Fluchen anfangen, weil ich jetzt hier so oder so eine ungerade Kante bekomme. Wenn also, jetzt müssen wir mal ein bisschen weiterspinnen, wenn wir jetzt das Haus, jetzt ist die Betonbodenplatte gegossen, dann haben wir das hochgemauert, das Fachwerk ist saniert. Und irgendwann stellen wir das Fachwerk wieder aufs Fachwerk und nehmen die Stützen weg. Und wenn die Stützen wegkommen, dann würde ich ja auch hier sowieso nochmal aufbaggern müssen, weil ich ja eben genau diese Geschichten wie Perimeterdämmung etc., Drainage dran lang und so, ja alles noch verlegen muss. Und dann muss ich mir halt Gedanken machen, wie ich diese Kante dann eventuell abstämme oder sonst irgendwas, damit ich dann da eine vernünftige Oberfläche kriege, um da dann auch, ja, einen möglichst guten Anschluss der Dämmung zu kriegen. Aber das ist noch lange hin, was jetzt viel wichtiger ist, ist natürlich auch noch eine kleine Kaffeepause. Und an der Stelle ein dickes Dankeschön an alle da draußen, die so gerne hier meine Videos schauen, liken, kommentieren. Und übrigens, hier seht ihr es, dieses Mal habe ich auch mal echten Kaffee in meiner Kaffeetasse. Soll ja nicht heißen, dass ich hier immer nur fake. Ja, um Himmels Willen. Jedenfalls vielen, vielen Dank an alle, die mich hier so auf meiner Baustelle ein klein wenig unterstützen. Und dann geht es weiter hier mit meiner Schalung. Ich musste dann leider feststellen, dass diese Betonkante in diesem nächsten Bereich hier nicht ganz so dicke ist. Das heißt, da hat das mit den Winkeln nicht geklappt. Ihr habt ja eben schon gesehen. Ich habe das dann einfach mit ein paar Holzverbindungen gemacht. Einfach ein paar kleine Dachlatten, Nagel rein, fertig. Letzten Endes muss man ja überlegen, die Kraft, die Kraft ist hauptsächlich, dass die Betonfüllung nachher, also der flüssige Beton, natürlich nach außen drücken will. Das heißt, dagegen musst du das am ehesten schützen. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie aufschwimmt oder so, aber idealerweise versuchst du es natürlich sowohl nach unten als auch nach außen zu fixieren. So, das habe ich jetzt hier soweit erreicht. Hier muss ich jetzt ein bisschen messen, hier in diesen hinteren Bereich. Da brauche ich eigentlich nicht mehr so viel. Ich habe da zwischendurch immer wieder einen Kreuzlinienlaser dran gehalten und das passt eigentlich soweit ganz gut. Hier muss man nur gucken, hier ist halt der Beton jetzt wirklich ziemlich brüchig. Also da kannst du ja so drunter herlaufen, weil der unter der Lattung da, aber das ist auch nicht so wild. Auch da wieder ist dann die Idee, das werde ich dann, wenn ich das jetzt von soweit fertig habe, dann ziehe ich da ja die Folie hoch und die kann man dann, und dann habe ich ja eine Innenseite und dann kann ich von außen wieder rumgucken, ob ich dann da vielleicht ein bisschen Schotter gegendrücke oder noch ein Holzbrett reinstecke. Da muss ich dann schauen. Ich muss es aber von außen machen, weil sonst kriege ich das da halt nie wieder raus. Wenn ich das da jetzt zwischen Schalung und dieser Betonkante, dann ist das da auch drin. Deswegen muss ich das irgendwie von außen machen. So, PE-Folie ist das nächste Wichtige, was ich ja eben schon meinte. Da hatte ich ja noch eigentlich, wie ich dachte, relativ viel von da. Aber so ganz rechts habe ich da nicht mitgehabt, wie ich da hier an dieser Stelle feststellen musste. Das nenne ich mal genau passend. Alter Verwalter, ich habe immer diese Rolle von der PE-Folie, die liegt ja schon seit Ewigkeiten hier rum. Und am Anfang habe ich eine Folie gehabt, die war vierlagig. Also sprich, wenn du die jetzt ausklappst, dann ist sie vier Meter breit. Und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich hätte die wieder bestellt beim letzten Mal. Also vier Meter breit. Und ja, aber offenbar habe ich wieder mal gespart. Der Fachwerker Sparfugs war im Werk. Diese Folie ist nämlich nur einfach gelegt. Das heißt, die kannst du nur auf zwei Meter ausklappen. Das heißt, ich benötige zwei Bahnen, um hier durchzukommen. Und ja, das war jetzt genau das Ende. Das würde ich mal sagen, das war jetzt pures Glück, dass das gepasst hat. Sonst hätte ich jetzt heute echt noch los müssen und eine neue PE-Folie holen. Ja, weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat. Aber ja, naja gut, es passt ja gerade so. Ich will mich nicht beschweren, von daher alles gut schweigen gehabt. Das ist wieder so typisch, weißt du. Ja, geil. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt nochmal um PE-Folie kümmern, weil du brauchst eigentlich auf einer Baustelle immer irgendwie was. Also da werde ich mir nochmal eine Rolle besorgen. Auch wieder nur zwei Meter breiter auf jeden Fall, weil jetzt brauche ich ja wirklich nicht mehr so viel. Aber da habe ich echt gedacht so, nein, ne, da habe ich mir zwei Meter gekauft und statt vier Meter, naja, wieder was gelernt. So, als nächstes brauche ich jetzt eine kleine, wie soll man es nennen, Unterstützung für die Baustahlmatte. Wenn ich die da jetzt so reinlege, die muss ja auf der Höhe bleiben. Vor allen Dingen, wenn wir mal hinterher da drüber latschen, während wir den Beton da reingießen, dann muss die ja in Position bleiben. Und dafür gibt es sogar extra, auf dem Markt natürlich, aus Stahl, gibt es extra so Stützen, die man kaufen kann, sind aber auch schweineteuer. Was aber auch geht, das haben wir bis jetzt immer gemacht, ist letzten Endes, du nimmst sowas wie hier, Waschbetonfliesen. Wichtig ist, dass das halt das gleiche Material ist, also dass das nix saugfähig ist. Also jetzt ein Kalksandstein sollte man da nicht für nehmen. Aber jetzt hier, sowas hier funktioniert eigentlich wunderbar. Die legst du in so einer kleinen Pyramide, sag ich mal, drei oder vier Stück übereinander und dann reicht das vollkommen aus. Ich habe jetzt mal gerade geguckt, ich brauche allerdings so ungefähr, durch diese Länge, ungefähr sieben Stück, allerdings doppelt gelegt. Also brauche ich so vier, zehn. Und für jede von den Säulen, wenn ich sie jetzt mal, brauche ich mindestens drei Fliesenteile, wenn nicht sogar manchmal vier, je nachdem wie hoch das ist, damit der Baustall danach ja halbwegs waagerecht drinne liegt. Zum Glück habe ich ja ein paar von den alten Platten noch hier, die werde ich jetzt erst mal kleinkloppen. Ja, das wie gesagt, ist so ein kleiner Spartipp für Häuslebauer, wenn man so in der Sanierung ist. Da muss man das ja nicht ganz so hart nehmen, wie im Neubau, wo es da mega Anforderungen gibt an die Bodenplatten. Da gibt es ja halt unterschiedliche Dinger. Da gibt es so Betonabstandhalter, da gibt es so Stahl und so Schlangen, die man drunter legen kann, die dann halt den Abstand halten oder auch wirklich so Ständerteile. Aber egal wie du das drehst, zumindest die Dinger sind alle schweineteuer. Und das brauchst du halt nicht. Du musst eben gucken, dass du was nimmst, was ich gerade sagte, was nicht saugfähig ist. Sowas wie das hier ist ja, Waschbeton praktisch. Das kannst du da einfach reinlegen. Das verbindet sich nachher mit dem Beton und das ist völlig egal. Vor allen Dingen bei den Stärken von der Bodenplatte, von denen wir hier sprechen, da spielt das halt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du da einen Abstandshalter drinne hast, weil da latscht der nachher drüber. Also wenn der Beton gegossen wird und da muss das halbwegs stabil alles sein. Aber mehr auch nicht. So, dann geht's los. Endlich kann der Baustahl ins Haus. Ich muss allerdings so ein bisschen vor den 6 Meter kapitulieren. Die habe ich klein geschnitten in jeweils 3 Meter Enden, weil so ein 6 Meter End, das kriegst du alleine einfach nicht gemanagt. Das Geile ist, so eine Baustahlmatte ist 6 Meter mal 2,30 Meter und diese 2,30 Meter passen hier genau rein. Das ist total geil. Da habe ich mir richtig einen gefreut. Das ist nämlich ziemlich cool. Da spart ihr einiges an Schnitzerei hier mit dem ganzen Stahl und macht die Ganze so ein bisschen schneller und einfacher zu verarbeiten hier. Jetzt kann ich das hier vernünftig einpassen. Ich muss jetzt vor allen Dingen jetzt von hier aus gesehen hinten, also an der anderen Bodenplatte, die läuft so ein bisschen schief. Da haben wir irgendwie damals die Schalung nicht im 90-Grad-Winkel gebaut. Irgendwie, ich glaube, da war eine Stütze im Weg oder so. Und deswegen passt natürlich jetzt hier eine rechtwinklige Baustahlmatte nicht rein. Deswegen muss ich hier so ein paar Zacken von der Matte abkneifen, damit die da halt passig dann vorliegt. Dann muss ich eben gucken, dass ich das Ganze befestige. Das muss jetzt rundum an der alten oder der herausstehenden Baustahlmatte wird jetzt alles vernünftig befestigt, dass da nichts mit passiert. Und ist alles noch ein bisschen wobbelig. Ihr seht, ich muss da hin und wieder mal noch ein bisschen gucken. Das muss ich jetzt außen, das mache ich dann später von außen, dass ich das noch auf eine vernünftige Höhe bringe. Das ist dann halt so, sag ich mal, die Feinarbeiten, dass der Baustahl da natürlich halbwegs gerade drinnen liegt. Das sollte denn schon sein. Und jetzt muss ich das Ganze befestigen. Dafür gibt es so ein, ja, keine Ahnung, so ein Werkzeug halt. Und so kleine Dinger. Also ich habe echt, da fehlen mir jetzt absolut die Substantive. Ich habe hier gerade kompletten Fachmangel. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich meine. So, was ich hier jetzt mache, ich befestige die Baustahlmatte an der vorhandenen Baustahlmatte. Dann nimmst du hier so eine kleine Metallteile für. Die bindet man praktisch da drum und dann muss man das zusammen, ja, zangeln halt. Also das hier ist so ein, ja, zusammenzangler. Und das sind praktisch die Teile dafür. Und das ist eigentlich total praktisch. Du legst das hier nur drum, dann fädelst du hier, hier ist ja so eine kleine Dings dran, das fädelst du dann hier in die Schlaufe ein und dann muss man nur einmal ziehen und dann ist das zusammengezangelt. Tipptopp. Das ist eine echte Erleichterung. Da musst du nicht so immer den großen Drehmeister machen. So, da kannst du das jetzt hier befestigen, dass die auf jeden Fall in der entsprechenden Spur bleibt und entpassert. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Also zusammenzangler, ne, gibt es wahrscheinlich bei Amazon. Link ist in der Beschreibung. Ja, Patent bei Fachwerker. Ne, wirklich cooles Ding. Und damit kannst du das wesentlich einfacher zusammenzwirbeln, wie du diese, ja, dass die Matten praktisch dann auch zusammenbleiben. So, das muss ich jetzt hier praktisch auf der ganzen Länge machen. Ich muss ja sehen, dass ich das jetzt hier gesehen rechts an der rausstehenden Matte befestige und natürlich auch die Matten untereinander. Dadurch, dass ich sie jetzt ja einmal durchgeschnitten habe, muss das auch da wieder ein bisschen überlappen und dann zusammengezangelt werden. und dann passt das wieder. Das Coole ist, ich habe vier Matten hatte ich bestellt komplett, weil ich mir gedacht habe, ah, drei Matten, ne, drei Matten könnten reichen. Also ursprünglich wollte ich drei Matten bestellen, weil die halt so teuer sind. Ne, also zwei Matten hatte ich geplant für hier und eben noch eine Matte dann für die andere Giebelseite, die ihr jetzt da im hinteren Bereich seht. Da muss ja auch noch ein Stück Bodenplatte drunter, aber die ist ja nicht so groß. Die ist dann vielleicht nur einen Meter breit und da hätte dann eine Matte gereicht. Ne, sechs Meter. Wenn du die in der Mitte durchschneidest, sagst du 1,15 mal 12 Meter, das hätte genau gepasst, da habe ich drei Matten. Dann habe ich überlegt, ach, ne, ne, nimmst du lieber noch eine vierte Matte, nachher stehst du da wegen einer Matte wieder. Ihr wisst ja, wie gut ich so im Schätzen und so immer bin, ja. Da habe ich gesagt, ne, lieber eine mehr. Und bin aber jetzt tatsächlich etwas begeistert, weil ich hier genau die geplante Menge, ich bin wirklich ganz genau mit zwei Baustahlmatten ausgekommen. Also eigentlich genau das, was ich mir vorher ausgerechnet hatte. Und ja, das kommt nicht oft vor, dass das so gut passt. Aber in diesem Fall hat es halt geklappt. Ja, während ich jetzt hier wieder am Zusammenbasteln da bin, noch kurz nochmal hier meine Geschichte mit meinen GoPro-Kameras. Die hat nämlich hier auch schon wieder rumgespackt. Jetzt ist nämlich der nächste Akku abgekackt. Jetzt habe ich tatsächlich drei Akkus. Das sind aber, ich hatte die damals beschriftet, das sind tatsächlich die ersten drei Akkus, die ich auch zu den Kameras gekauft hatte. Die jetzt praktisch den Geist aufgeben, so nach einer, na, etwas über einem Jahr, ne, oder so eineinhalb Jahre vielleicht. Ja, ich finde es ein bisschen peinlich für so eine teure Geschichte, dass da die Akkus den Geist aufgeben. Ich hatte allerdings auch mal bei DJI nachgeguckt oder, naja, andersrum mal nachgefragt, ob die vielleicht Interesse hätten. Ne, haben sie natürlich nicht. So, ne, mir jetzt irgendwie eine Kamera zu sponsern. Scheiße. Werde ich dann mal bei Gelegenheit ausprobieren, weil ich habe jetzt gesehen, dass DJI, äh, Quatsch, DJI, das GoPro jetzt neue Akkus auf den Markt gebracht hat. Sogenannte Endurance-Akkus, die gerade für niedrige Temperaturen gut funktionieren sollen. Ja, habe ich mir jetzt, die gab es dann hier bei uns im Saturn im Angebot, habe ich mir da mal welche bestellt. Ja, mal gucken. Ja, so. Also letzten Endes, die Kameras funktionieren ja. Es sind ja nur die Akkus jetzt gerade. Wobei das schon wieder was wäre für unsere Verschwörungstheoretiker. Ja, also GoPro bringt zum Winterbeginn ein Update für die Kameras raus. Auf einmal funktionieren deine alten Akkus nicht mehr vernünftig und gleichzeitig bringt GoPro neue Endurance-Akkus für kalte Umgebung auf den Markt. Hm, naja, man könnte jetzt meinen, da steckt ein Plan dahinter. Aber egal, die waren jetzt, wie gesagt, im Angebot. Jetzt habe ich da vier Stück nochmal von gekauft und damit sollte ich jetzt erstmal ein ganzes Eck über die Runden kommen. So, jetzt hier diese Schalung hier. Da muss ich noch ein bisschen mehr Mühe reinstecken. Es wird aber langsam dunkel. Deswegen haue ich hier nur noch ein paar mit dem Hammer drauf und dann soll es das für heute sein. Den Rest mache ich dann, wenn es wieder ein bisschen heller ist. Ja, Leute, ist ja immer wieder lustig, ja, diese Geschichte. Ich muss nur noch so ein bisschen was vorbereiten. Und dann dauert das schon wieder fast einen halben Tag. Jetzt wird es dann schon wieder dunkel. Aber ich habe es geschafft. Der ganze Kram ist drin. Mit den Baustahlmatten, die musste ich jetzt leider durchtrennen. Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte sie in einem Stück hier reinschlüren. Aber diese sechs Meter, die sind dann sechs Meter lang. Und vom Gewicht her geht das. Aber die sind so unfassbar unhandlich mit diesem wobbeligen Scheiß. Ich musste sie jetzt halt trennen, dass ich da halt immer nur die Hälfte von nehme. Hast ein bisschen mehr Arbeit mit, aber andersrum, anders kriegst du es alleine einfach nicht hin. Da hättest du jetzt mindestens zwei Leute für gebraucht. Egal, der Kram ist drin. Der Beton kann kommen. Noch so ein paar Kleinigkeiten muss ich noch machen. Das sind so kleine Fisselmatenten hier und da noch. Muss ich mal sehen. Das mache ich aber noch. So hier da die Folie fest tackern. Da darf kein Hohlraum zwischen sein und so. Das kriege ich alles noch hin, bevor der Beton kommt. Naja, ist auch soweit vorbereitet. Beton kann kommen. Mal gucken, ob das nächste Woche schon was wird. Ich hoffe mal schon. Das Wetter passt im Moment einigermaßen. Es ist jetzt nicht so, dass es gerade friert oder so. Ist gerade so an der Grenze. Könnte halt wie es hinhauen. Naja, das soll es halt jedenfalls für heute gewesen sein. Hier aus meiner Nachtschicht-Baustelle. Und ja, was soll ich sagen, Freunde? Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Tagebuch wieder. Bis denn, Freunde. Ciao, ciao. Ja, moin moin zusammen. Ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausamierer und Heimweckerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker. Und ich bin mal wieder live auf meiner völlig verregneten Baustelle an einem Samstag mit einem neuen Video-Tagebuch. Und heute hat das Tagebuch so ein bisschen was für euch bereit. Ich meine, es war ja jetzt schon eine lange Durststrecke mit diesen ganzen Protonen und Vorbereitungen von der ganzen Bodenplatte und so weiter. Und ja, es hat sich ja so ein bisschen was ergeben. Ich denke mal, ich werde da schon längst drüber erzählt haben, weil ich sowas ja wieder mal nicht für mich behalten kann, ja, dass ich mir einen neuen Bagger gekauft habe. Ja, den zeige ich euch natürlich. Und wir schauen uns mal an. Wir sind jetzt so in den letzten Vorbereitungen für die Bodenplatte. Dann gucken wir uns den Bagger mal so ein bisschen an. Und was viel wichtiger ist, heute gießen wir auch die Bodenplatte. Dann haben wir das Thema ein für alle Mal erledigt und können uns weiteren Arbeitspaketen widmen. Aber an der Stelle würde ich sagen, wie immer, quatsche ich gar nicht lange. Sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So, dann fangen wir an mit den letzten Restarbeiten, die da noch notwendig waren. Ich habe mich jetzt ja dazu entschieden, die Folie praktisch bis oben hin zu ziehen. Eigentlich hatte ich ursprünglich gedacht, ich lasse die Betonkante, die da noch in den Rasen hineingeht, lasse ich stehen. Und der neue Beton geht dann einfach bis dagegen und gut ist. Das Problem ist nur, dass die Höhe halt nicht so wirklich ausreicht. Dann habt ihr ja gesehen, letzte Woche musste ich das Ganze, habe ich dann ja noch ein Stück weit eingeschalt, dass ich praktisch noch was oben drauf gebaut habe. Das Problem, was du dann dabei mal hast, das wirklich richtig dicht zu bekommen. Das ist ja schon wichtig, wenn du das jetzt voll schüttest mit flüssigem Beton, ja, also mehr oder weniger flüssig, also diese Masse, dann muss das schon wirklich dicht sein und auch halten. Und das konnte ich jetzt halt mit der einfachen Betonkante da nicht sicherstellen. Deswegen muss ich jetzt hier die Folie bis oben hinziehen. Die lege ich da auch aus und dann doppelt wieder zurück und so weiter, um die Lücken dann ausgleichen zu können, dass auf jeden Fall der Beton um Himmels Willen in der Schalung bleibt, ja. Das Problem ist halt, dass ich dann hinterher eine relativ unruhige Außenkante hinbekomme, die ich natürlich dann irgendwann später, wie ich immer so schön sage, der Fach, der Zukunftsfachwerker, muss ich dann irgendwann darum kümmern, dass er das wieder gerade kriegt, weil wenn dann so Perimeterdämmung etc., da kommt ja noch Drainage etc. vorher, dann muss das natürlich sauber sein. Das muss dann eine gerade, möglichst gerade Fläche sein. Aber das haben wir dann auch so überlegt, was da noch so läuft, ja. Das dauert noch ein bisschen, weil ich schätze mal an dieser Kante draußen, da gehe ich erst wieder bei, wenn das Dach fertig ist und das Gerüst wieder weg ist, also das Gerüst, was jetzt noch nicht mal da ist, wenn das wieder weg ist und das Dach fertig ist, dann würde das im Grunde erst wieder akut werden und ach, weißt du, ich vergesse das heute und rehe ich mich dann später drüber auf, was ich hier wieder für einen Blödsinn verzapft habe. So, damit wäre das jetzt auch geschafft heute Morgen noch auf die Schnelle, gerade noch die Plane befestigt. Da geht es eigentlich nur darum, dass die genug Luft hat, dass da der Beton schön reinfließen kann bis dran. Ich habe es jetzt noch doppelt gelegt, dass da nichts passieren kann, alles cool, so ein bisschen befestigt hier mit dem Tacker, geht auch mal ganz gut und alles gut. Da hinten müssen noch Schnurrpinne rein, das machen wir aber erst, wenn der Beton kommt vorher, nochmal mit dem Fachmann das Ganze nochmal abnehmen, dass die Schalung da hinten, dass das wirklich passt. Dann Schnurrpin rein, befestigen, dass das nicht nach außen drücken kann. Aber ansonsten können wir das jetzt erstmal so lassen und ja, dann können wir mal gucken. Ich zeige euch gleich mal draußen, wie es dann jetzt weitergehen soll. Übrigens habt ihr meine neue Mütze schon gesehen. Ich habe wieder eine kleine Lieferung von Burgia bekommen. Ein Überraschungspaket, habe ich diesmal gar nicht bestellt oder gar nicht mit gerechnet. Ein kleines Überraschungspaket mit Fachwerkerlogo und Beschriftung. Ein paar dummerweise jetzt im Winter sieht man es nicht, hauptsächlich Pullis, T-Shirts und so weiter. Ja, ziemlich cool. Herzlichen Dank an der Stelle. Werde ich euch mal die Tage noch zeigen. Habe ich jetzt gerade nicht hier. Mir fällt nur gerade auf, dass ich hier ja meine neue Mütze an habe. Die ist tipptopp, die passt voll geil, die ist schön warm, voll geil. Und jetzt kommt erstmal der Kracher, Freunde. Was ich euch jetzt einmal zeigen möchte, bevor wir uns da oben dem nächsten Arbeitspaket widmen, einmal einen kleinen, ja, einen kleinen Werkzeugview. Na, was haltet ihr da davon? Ich habe mir erstmal jetzt einen Minibagger gegönnt, ne, einen Caterpillar 301.8c. Joa, 1,8 Tonnen Minibagger und, ja, ist, was ist der? Ist natürlich gebraucht, eben wie 2008er Baujahr und so weiter. 2600 Stunden, ganz normale, hat natürlich ein paar Gebrauchsspuren. Ich muss mal gucken, was ich schon festgestellt habe. Die Ketten sind nicht mehr ganz so dolle. Da ist an der einen Kette ist ein Riss dran und so, da muss ich mal gucken. Das ist mir natürlich erst hier zu Hause aufgefallen, wie das immer so ist, ne, so, oh, da rege ich mich ja, hätte ich ja schon wieder schön noch ein bisschen handeln können, ne, ich Idiot. Aber egal, ist mir erst zu Hause aufgefallen. Und eine Sache ist noch, weiß vielleicht zufällig einer von euch, wie man die Spurverbreiterung hier einstellt. Also der hat natürlich eine verstellbare Spur, ja, aber ich habe absolut noch nicht rausgekriegt, wie die funktioniert. Es ist hier ein Schalter drin, man kann einen Schalter drücken. Das ist ja, in der Regel sind das ja immer Zusatzoptionen für einen vorhandenen Kreis. Also der hat zum Beispiel auch einen Schnellwechsler, einen hydraulischen und um den zu aktivieren, musst du halt auch einen Knopf drücken und verriegeln und dann kannst du praktisch mit dem Knopf, der für den oder der Hebel, der für den Schild zum hohen Router fahren ist, mit dem kannst du dann den Schnellwechsler betätigen. Und ich hatte auch gedacht, so ähnlich würde das vielleicht auch funktionieren mit der Spurverbreiterung, aber irgendwie kriegt das nicht hin. Und das Coole ist ja, dass du für solche Maschinen ja keine Bedienungsanleitungen kriegst. Also im Internet oder so, keine Chance, die musst du alle kaufen. Das war für meinen Kubota auch schon so. Da habe ich auch irgendwie bei Ebay so eine PDF-Geschichte für 20 Euro oder so gekauft. Da musst du dir echte Betriebsanleitung kaufen und wenn der Ersatzteil ist und so, das musst du ja bei Baumaschinen knallhart alles kaufen. Er ist echt der Knaller. Jetzt muss ich mal gucken, Caterpillar habe ich vorher auch noch nicht gehabt. Ist ja letzten Endes auch eine Profi-Maschine, also wüsste ich jetzt nichts. Vielleicht habt ihr irgendwas, was da an Schwachstelle oder so mit ist. Lauf ein Tutor. Sind drei Löffel dabei gewesen. Einmal jetzt hier der große, ist glaube ich ein Meter, dann noch zwei Tiefenlöffel. Also alles tippitoppi mit einem Schnellwechsel an hydraulischen. Ist glaube ich ein eigener von Caterpillar. Also jetzt kein Lehnhoff oder irgendwie so ein Kram. Was ich aber auch sehr geil finde, ist da ist ein Haken dran. Das heißt, da kannst du zum Beispiel auch dann direkt einen Schluff oder ein Dings reinhängen und irgendwas dann ziehen und so. Ist natürlich auch sehr schnuckelig. Und ansonsten die übliche Ausstattung. Also den werde ich euch noch mal, ich werde jetzt mal gucken, wie ich das immer so mache. Am Anfang einmal so ein bisschen sauber machen. Ich werde jetzt mal gucken. Alles einmal abschmieren. Einmal alle, ja du musst ja erstmal diese ganzen fetten Nupsis da alle finden. Erstmal gucken, dass du alle Fettmoppels da findest. Dann einmal abschmieren. Einmal gucken, so ein bisschen die Maschine kennenlernen. Und dann kann ich da auch schön mit arbeiten. Aber ich freue mich auf jeden Fall ein neues Spielzeug hier auf meiner Baustelle. Was natürlich jetzt nicht bedeutet, jetzt sehe ich schon wieder die Ersten, die schon direkt das E-Mail-Programm aufmachen und mir schreiben wollen, äh Fachwerker, was geht denn jetzt ab mit deinem Kubota? Den behalte ich natürlich jetzt erstmal noch. Zum einen, weil ich da auch noch, da muss ich noch, da habe ich dieses Jahr noch keinen Service mitgemacht. Das heißt, da mache ich noch Ölwechsel und Antriebe hatte ich ja gerade erst. Ich muss mal gucken, also ein paar Kleinigkeiten. Ich wollte noch ein bisschen einmal jetzt wieder Tutti machen und dann werde ich den erst noch ein bisschen behalten, weil ich auch noch plane, so ein, zwei Videos zu machen. Also so Vergleichsvideos, ne, in den 1,8 Tonner gegen eben so einen kleinen Bagger und so weiter, Reichweite, bla bla bla. Also da plane ich noch ein, zwei Videos zu machen. Und naja, dann muss ich mal gucken, ne. Also man hängt ja auch schon so ein bisschen dran. Wie lange habe ich den jetzt? 2020 habe ich den gekauft. Ja, den habe ich jetzt, ja, drei Jahre im Prinzip. Ja, den habe ich im Januar 1,20 gekauft. Ja, voll geil. Und ja, voll das geile Ding. Deswegen, den möchte ich eigentlich nicht so gerne weggeben. Den werde ich erst mal noch ein Stück weit behalten für so kleine Geschichten. Kann ich den bestimmt auch noch gebrauchen. Ihr wisst ja, brauchen geht vor, ne, haben geht vor brauchen oder so. Muss ich mal gucken. Also bitte, schreibt mich nicht an oder so. Ich werde das noch bekannt geben, wenn ich den irgendwann mal verkaufe oder ich stelle ihn halt einfach rein. Aber im Moment ist das noch nicht akut. Also macht euch da keinen Stress. Der soll hier noch nicht vom Hof verschwinden. So, aber ich habe ein neues Pferd im Stall. Da muss ich mal ein bisschen schauen. Wie gesagt, jetzt einmal so ein Service, eine Wartung, einmal alles checken. Ihr wisst ja, ich gucke immer lieber vorher einmal alles nach, ob alles in Ordnung ist, dass man gleich sieht, wo etwas nicht in Ordnung ist, dass man es gleich repariert. Weil meistens wird es ja schlimmer, wenn man sich da nicht drum kümmert. Gerade wenn man damit arbeitet. und da sehe ich jetzt erstmal zu, dass alles cool ist und dann geht das los mit dem Ding, wa? Ja, zum Thema Funktion von dem Verstellferwerk. Da bin ich mittlerweile ein bisschen weiter. Caterpillar hatte sich gemeldet. Da habe ich jetzt so ein Service-Ding da beantragt. Da musst du ja so einen Account machen und was weiß ich nicht alles, dass du da überhaupt erst mal irgendwelche Teile bestellen darfst. Ja, also dass die Herren sich darauf einigen, dass du tatsächlich einen Ölfilter bestellen kannst. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls habe ich den dann direkt gefragt am Telefon, wie sieht das aus? Und da hat er das bestätigt. Also Junge, wenn du den Schalter umlegst und eben den Schild betätigst, dann müsste das eigentlich gehen. Gut, tut es nicht. Also gehe ich mal davon aus, dass da irgendein Defekt ist, vielleicht irgendein Umschaltventil, irgendein Relais oder sonst irgendwas. Naja, dann habe ich ein bisschen Fehlersuche, dass ich da mal gucke, woran das am Ende des Tages liegen kann. So, und das ist glaube ich jetzt auch genau der perfekte Augenblick, um meine neue Fettpresse auszuprobieren. Und an der Stelle geht ein dickes, dickes Dankeschön raus an den guten Thorsten Knöller. Der hat mir nämlich schon im letzten Jahr, ich glaube, meine Güte, Thorsten, wie lange ist das her? War das schon Oktober, November? Also wirklich, hat er mir die von meiner Wunschliste bestellt. Das war auch ein bisschen seltsam übrigens. Die hatte ich ganz kurz auf meiner Wunschliste drauf. Hier diese Würth-Presse. Fand die aber dann doch relativ teuer. Ja, und deswegen habe ich die wieder runtergenommen. Aber irgendwie hast du es trotzdem geschafft, mir die von der Wunschliste zu bestellen. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Jedenfalls habe ich hier die Presse und dazu sogar noch originales Würth-Fett. Ja, alter Schwede, das muss man ja schon fast einrahmen hier. Und ja, ziemlich cool. Damit werde ich jetzt gleich, die baue ich mal gerade zusammen und dann werde ich mal mein erstes Abschmieren hier von meinem neuen Caterpillar-Bagger, Thorsten, mit deiner Fettpresse hier machen. Herzlichen Dank dafür. Ziemlich cool. Ich bin mal gespannt, ob die vernünftig, also die macht. Ich habe sie eben schon mal einmal ausgepackt. Das heißt, warum? Ich kann so nicht, ey, entschuldig, packe ich die auch mal aus hier. Was bin ich denn? So. Die macht nämlich auch einen sehr guten Eindruck. Also, das ist schon ein relativ vernünftiger Schlauch. Ja, mal gucken, wie gut, also das steht und fällt eigentlich immer hier vorne mit dem, mit dem, ja, wie nennt man das? Dieses Verbindungsteil für den Nippel letzten Endes, für den Fettnippel. Je nachdem, wie gut das funktioniert, dass das dicht ist. Aber naja, auf jeden Fall macht die Presse schon mal einen sehr guten Eindruck von der Verarbeitung her, sehr fest, sehr stramm. Ja, bin ich mal gespannt. Dann baue ich mal gerade zusammen und dann gucken wir mal, dass wir hier den Bagger das erste Mal gebührend mit der neuen Fettpresse abschmieren, wa? So, gucken wir mal. Schon mal ganz cool. Hier. Ja, ganz unten, das ist immer so ein bisschen, ach ja doch. So, dann einmal den Deckel ab. Hm, schmacko fazzi, lecker Fett. So, dann das Ganze da rein. Dann kann man das hier vorne abziehen. Oh, nein, das ist, das ist auch wieder geil. Das ist so typisch, Alter. Den Nippel, an dem du es abziehen sollst, das ist dann das Ding, was als erstes abreißt. Oh, Kurva. Scheiße. Mann, jetzt bist du hier wieder, jetzt bin ich hier wieder am, am, am Arbeiten hier. Warte mal, vielleicht kann ich das ja mit dem Schraubendreher noch, na, verflixt noch mal. Weißt du, teures Fett. Und dann ist das hier aber auch wieder, so, zack. Dann den Deckel drauf. So, zack. Dann einmal das Ding hier reingeschraubt. Das muss ich, glaube ich, gleich auch noch einmal mit dem Schraubenschlüssel richtig anziehen. Da ist nämlich schon ganz schön Druck drauf, so ist das nicht. Ja, und dann kann man die hier entsichern. Und kann praktisch, dann spürt man auch eigentlich, wenn was kommt. Ah, tadaa. Da ist es. So. So einfach geht das. So schnell hat man eine Fettklasse in Betrieb genommen. und dann kann das hier losgehen. Diese ganzen Schmierpunkte, die hatte ich eben schon so freigelegt. Der war ja alle vollgestopft mit Fett. Ich meine, das ist immer gut, wenn du eine Maschine dir anguckst oder sie anschaust und da ist halt überall ganz viel Fett dran. Das ist immer gut, weil das letzten Endes natürlich schützt. Da muss man immer aufpassen, auch wenn man sie sauber macht, dass man dann immer wieder hinterher einfettet und so, wenn man irgendwo das Fett an den entsprechenden Punkten abgenommen hat. So, die ganzen Schmierpunkte bin ich dann durchgegangen und jetzt geht es einmal daran, hier den Löffel da wieder einzuhängen. Muss ich dann so ein bisschen gucken, mit der, seht ihr jetzt gleich sehr schön, mit dieser Schnell oder der hydraulischen Dings. Die fährt jetzt gleich, da kann ich mal so, da dieser Haken da, der fährt jetzt gleich ein und dann ist das Ding verriegelt. Also das ist schon ziemlich cool, dass das so funktioniert. Doof ist, man sieht das aus dem Führerhaus nicht so richtig, also musst du so ein bisschen nach Gefühl, musst du draufdrücken und dann einfach ein bisschen warten und dann eben von ausgehen, dass du verriegelt bist. Also da musst du dann, ja, das ist so das Einzige. Was ich auch sehr cool finde, ihr seht ihr das auch, dieser Haken, der da außen dran ist, an diesem Schnellwechsler. Das finde ich extrem praktisch und ich denke auch, das werde ich mit Sicherheit ein paar Mal gebrauchen können in der Zukunft, aber so weit so gut. Einmal hier ein bisschen Probefahren, das Dingeln, bevor es da mit ans Arbeiten geht und was soll ich sagen. Im Prinzip funktioniert die Fahrwerksverstellung, aber das ist jetzt auch erstmal nicht so, ja, nicht so weltbewegend wichtig im Moment. Was aber definitiv wichtig ist, ist natürlich noch eine kleine Kaffeepause zu machen, bevor es losgeht und ich hier mit dem Bagger richtig Unheil anrichte und an der Stelle ein dickes Dankeschön an euch da draußen, die ihr meine Videos schaut, liked, kommentiert und immer wieder mal hier und da weiter empfehlt. Wie gesagt, ich bin immer wieder geflasht. Wir haben jetzt 84.000 Abonnenten, Leute. Das geht mal richtig vorwärts hier. Und so geht es auch vorwärts zu meinem ersten Einsatzort. Ich habe mir nämlich jetzt vorgestellt, dass ich hinten an der Gartenhütte, da ist ja so ein riesiges Feld voll Unrat und das ist eigentlich der optimale Platz, um mal mit dem Bagger zum ersten Mal zu arbeiten. Allerdings habe ich dann gleich schon festgestellt, oha, der hat jetzt ja auch Kabine und so weiter und um da hinten hinzukommen, muss ich so ein paar tiefhängende Äste, die ich eigentlich schon lange mal abgeschnitten haben wollte, die muss ich jetzt tatsächlich abschneiden, sonst komme ich da nicht vernünftig mit dem Bagger hin, beziehungsweise dann würden da die Äste über dem Bagger kratzen. Naja, und das muss ja auch nicht sein. Und diese Ecke hier, ihr kennt sie vielleicht aus der einen oder anderen Luftaufnahme, das ist so eine richtige Rumpel-Ecke. Hier ist nur alles zugewachsen, da ist wirklich nichts Nützliches drin, absolute Katastrophe, nur gedöhnt. Ihr könnt das nochmal wunderbar sehen jetzt, wie wirklich katastrophale Ecke. Und ich muss jetzt zukünftig ja zusehen, dass ich vorne am Haus ein bisschen Platz schaffe, also auch da diesen Rhododendron-Kram da ausgraben und so und der muss ja wieder irgendwo hin und jetzt habe ich mir vorgestellt, diese Ecke hier, wenn ich die jetzt frei mache, ein bisschen ordentlich, dann ein bisschen, ja, also erstmal den ganzen Müll, da sind auch ganz viele Wurzeln drin und hast du nicht gesehen, das da erstmal alles raus, dann den Rhododendron vorne am Haus, dann vernünftig wieder ausgraben und den hier dann entsprechend wieder einpflanzen. Das müsste eigentlich wunderbar funktionieren, hier hat der auch keinen Schatten, hier kriegt der schön Sonne und so weiter. Ihr seht ja rechts an der Hütte oder an der Rückseite von der Hütte, da ist ja auch Rhododendron, das heißt, hier packe ich dann einfach noch ein bisschen mehr hin und dann ist das gut und vor allen Dingen, ich habe dann am Haus den entsprechenden Platz, den ich später mit Sicherheit brauche, wenn wir da dann an der Giebelseite anfangen und auch beim Dach und so weiter, also sprich, da brauche ich Platz und ja, diesen ganzen Kram, den kann man dann hier hin umziehen. Also das geht hier mit dem Bagger schon ziemlich gut, würde ich sagen. Hier sieht man zum Beispiel, wie wunderbar einfach der da mal eben so eine Wurzel da raus rupft. Also das kann ich euch sagen, mit dem kleinen Kubota, also diese Stelle hier, die hatte ich schon länger im Visier, dass ich da mal bei wollte, aber mit dem kleinen Kubota, diese ganzen Wurzeln, da tust du dich richtig schwer, also die musst du richtig ausgraben, da musst du drum herumgraben, da musst du eventuell die Wurzeln dann noch mit einer Kettensäge abschneiden, bis du die dann mit diesem kleinen Bagger rauskriegst. Naja, und der, der zuckt da nicht mal. Also ich habe mich teilweise echt gewundert, dass auf einmal eine Wurzel im Löffel lag, beim Rüberziehen, also das ist schon echt heftig. Das ist schon eine etwas andere Liga, so rein vom Gewicht her, merkst du das natürlich auch, hier sieht man so ein bisschen die Spuren. Das ist hier auch relativ weich, aber da mache ich mir ja keine Illusion, dass ich das alles auch später wieder richtig refurbischen muss, hier diesen ganzen Garten. Also da ist auch nichts, was ich da jetzt wirklich kaputt machen kann. Wer da oben mal zu Fuß durchgeht, da musst du echt froh sein, dass du dir nicht die Haxen brichst. Da sind so viele Löcher von Wühlmäusen, Maulwürfen und was weiß ich nicht alles. Dieser ganze Boden, da kannst du auch mit keinem Rasen mehr richtig drüber fahren. Aber das ist alles da eine einzige Katastrophe. Das musst du wirklich später mal so richtig, vielleicht auch mit professioneller Hilfe von einem Landschaftsbauer oder was, richtig rekultivieren, den ganzen Boden da vernünftig erstmal wieder anlegen. Also da habe ich noch eine Menge zu tun, aber zuerst muss natürlich das Haus fertig werden, bevor ich hier von so einem schönen Garten träume. Und bis dahin ist es jetzt erstmal egal, da geht es jetzt hier nur darum, dass ich hier den Platz habe und eben auch das jetzt später dann ausgrabe für die entsprechenden Wurzeln. Den Baum habt ihr eben gesehen, das war auch so ein morsches Ding. Da hatte der Katerpillar auch nur einmal gegen gehustet. Dann ist das Ding dann auch Geschichte gewesen. Ich muss mal nachher gucken, ob ich das noch auseinander dividiere, so ein bisschen Erde und Bäumchen oder was. Naja, das schaue ich da mal, wenn ich es da abtransportiere. So, dann will ich euch mal ein bisschen mit hier reinnehmen zum Baggern. Ich kann nur sagen, jetzt hier nach den ersten paar Mal hin und her schaufeln. Alter Verwalter, das ist echt eine ganz andere Liga, so was so die Kraft und so weiter und die Standsicherheit betrifft. Also ich muss ja zugeben, ich habe tatsächlich mit so einem Bagger in dieser Kategorie noch gar nicht gearbeitet. Also so 1,5 bis 2 Tonnen, sondern nur einmal diesen riesigen 6 Tonnen Bagger. Ich meine, da ist natürlich klar, dass das Ding in echt abgeht und natürlich meinen süßen, kleinen Kubota. Und das ist schon echt eine Hausnummer. Ich bin echt begeistert, wie du hier vorwärts gehst. Hier ziehst du einfach die Wurzeln. Ich habe schon gedacht, so hier sind ein paar Wurzeln drin. Das kann ja was werden. Von wegen, das kann was werden. Dann machst du einmal ruckel die Zug und dann fliegen dir die Dinger um die Ohren. Ja, voll geil. Und das mit dem großen Löffel, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist schon echt der Hammer. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt sehe ich mal zu, dass ich hier noch den Rest rauszangele und da können wir mal gerade so ein bisschen von den Innen baggern. Ja, guck, wir haben hier auch ein Radio übrigens drin. Ein Radio ist auch sehr geil, aber das muss ich natürlich jetzt ausmachen wegen Copyright und so. Dann läuft da irgendein Lied. So, klick, klack. Letzten Endes Baggersteuerung, kennt ihr ja, das ist jetzt hier nichts. Hier vor und zurück fahren, hier unten hast du noch Knigmatik und so weiter, den Schild hoch und runter und den ganzen anderen Quatsch. Hier noch ein paar Knöpfe, wie gesagt, das erkläre ich eben noch mal. Ich bin nur gerade so ein bisschen geflasht vor dem Ding. So, Scheibe hier auch, ein bisschen frische Luft. So, los geht das. So, los geht das. Auf jeden Fall verstehe ich jetzt so langsam, warum diese Baggergröße, also sowas so 1,6, 1,8 Tonnen, so eine bevorzugte Größe für Gartenlandschaftsbauer ist. Das ist halt immer noch ein recht kompaktes Ding, das kriegst du noch transportiert mit normalen Fahrzeugen, aber das ist schon echt heftig, was der hier so an Kraft hat. Da bin ich wirklich übelst geflasht von und wie schnell ich hier diesen ganzen Bereich hier dem Erdboden gleich gemacht habe, da war ich echt schon begeistert von. Da will ich mal gucken, da geht es dann nächste Woche auf jeden Fall weiter. Und wo ich auch mal schauen muss, das ist das Thema unterbrechungsfreie Stromversorgung. Also nicht jetzt hier für die Baustelle, sondern für mich im Büro. Ich sitze ja nur den ganzen Tag da und muss an meinem PC arbeiten und es ist tatsächlich gewesen, dass wir jetzt die letzten Wochen hier häufiger mal einen Stromausfall hatten. Also, ne, Leute, kein Blackout, ja. Um Wimps willen, das hätte da wohl selber mitgekriegt. Nein, aber einfach nur so ein Stromausfall, dass man mal klatsch macht, die ganze Kacke geht aus und ein paar Sekunden später geht alles wieder an. Das ist halt total nervig, wenn du so eine Instabilität im Netz hast, weil dann deine ganze Arbeit, die du gerade machst, flöten geht, ist nicht gut für die Technik und so weiter. Und jetzt bin ich wirklich so weit, dass ich mich da mal drum kümmern möchte und bin so ein bisschen am Schauen auch hier in Richtung dieser Powerbanks. Ja, tatsächlich. Aber die gibt es ja auch mit unterbrechungsfreier Stromversorgung. Vielleicht habt ihr ja irgendeinen Tipp, Idee oder auch schon Erfahrung mit irgendeinem Teil gemacht, wo das denn auch vernünftig funktioniert. Das, was ich meine, es ist halt echt total nervig und da möchte ich jetzt ganz gerne mein Büro in dieser Hinsicht so ein ganz klein bisschen aufrüsten, um da nicht immer jedes Mal meine Arbeit wieder neu anfangen zu müssen. So, und wir hatten am Wochenende so schönes Wetter. Ihr habt es ja eben gesehen, goldenen Sonnenuntergang. Und jetzt ist hier mitten in der Woche, der Beton ist bestellt, der Betonfahrer war pünktlich da und es geht los. Meine beiden Kollegen, Klaus und Dennis sind wieder dabei. Also mein Zimmermeister, der ist auf jeden Fall multimäßig unterwegs. Der kann eben nicht nur Zimmer arbeiten, sondern auch Beton. Das ist immer, immer gut. Und ja, der Betonfahrer zum Glück dieses Mal war der auch sehr talentiert. Das ist nämlich auch mal so eine Sache. Manche Beton, also manche Laster-Lkw-Fahrer, die haben, ja, sage ich mal, nicht so den eigenen Ansporn, dir das Leben leichter zu machen, indem sie das, ja, so wie hier jetzt, wirklich nah ans Gebäude fahren und die Wege möglichst verkürzen, sondern die sagen einfach, nee, da kann ich nicht hinfahren, da mache ich nicht, ne, sieh mal zu. Und dann stehst du da. Das hatten wir auch schon mal, so von dieses Mal war der Betonfahrer wirklich gut drauf, hat das gut hingekriegt. Und ihr seht, wir haben jetzt hier eine Verlängerung, also eine Verlängerung hat der immer dabei, der Betonfahrer, ne, so was wie hier. Aber das reicht halt noch nicht, damit wir das eben mittig da oder möglichst weit nach hinten auch kriegen, weil je weiter wir das jetzt reinkriegen, desto weniger müssen wir nachher schippen. Ihr seht das jetzt hier, bis dahin sind wir gekommen, mehr Rohr hatten wir jetzt einfach nicht da. Das ist ein bisschen schade, ne, wenn man das noch ein bisschen weiter hätte fahren können, so einen Meter, da musst du halt einen Meter weniger schippen, weil das ist schon mit dieser Betonmasse, wenn du das da so durchs Haus paddeln musst mit einer Schippe, das ist schon echt anstrengend, ne, das sieht jetzt hier so easy peasy aus im Zeitraffer, aber ich kann euch sagen, da weißt du auf jeden Fall, was du getan hast, wenn du das Zeug hier so durchgeschlürt hast, ne. Wir hatten auch erst überlegt, oder was auch schön gewesen wäre, wenn der Betonlaster praktisch von hier aus gesehen als rechts daneben das Haus gefahren wäre, ne, also da am Kran vorbei praktisch und dann an die Hauswand, dann hätte man das so seitlich ja sehr schön dann reinfahren können, aber das ist das Problem, also ich hatte den Fahrer gefragt, der volle Betonlaster, wie er da steht, wie er dann eben reinrangiert hat, der wiegt über 30 Tonnen und, naja, da brauchst du nicht überlegen, also selbst mit den, mit den Überfahrplatten, wenn wir die da hingelegt hätten, der, der Boden, es ist am Regnen draußen und alles, der Boden ist komplett nass und weich, der hätte da alles kaputt gefahren, ne, also da beißt keiner mehr aus dem Faden ab, ne, der hätte da alles platt gemacht und dann hat er auch gesagt, dass da, da würde er nicht reinfahren, das hätte auch vom Rangieren her jetzt nicht so gut geklappt mit dem Teleskop, da komme ich da ja auch nur immer so gut rein, weil der halt eine Allradlenkung hat und der im Prinzip nur halb so lang ist wie der, wie der Betonlaster, so von daher mussten wir das jetzt hier so machen und kam eben jetzt um dieses ganze Geschippe auch nicht drum herum, so, jetzt sind wir aber hier in der Mitte angelangt, das heißt, wir können jetzt hier sehen, das war in den hinteren Bereich, also von hier aus gesehen, hinteren Bereich, dann das Ganze verteilen und, ja, ihr habt schon gesehen, Kollege Klaus ist hier schon einmal mit dem Laser, wir haben jetzt hier einen Laser die ganze Zeit auch am Laufen, das ist immer ein bisschen schwer abzuschätzen mit der Höhe, du willst natürlich nicht auf gar keinen Fall zu wenig Beton da drin haben, aber auch möglichst nicht zu viel, wenn es zu viel ist, dann musst du das hinterher alles abziehen, dann hast du danach, musst du alles wieder rausschippen, ist auch alles Müll, also im Idealfall passt das halt und gerade bei so einer langen Fläche, da muss man eben mal gucken, dass da keine Beulen drin sind, weil der Beton natürlich jetzt nicht so wie Wasser einfach in eine Waage fließt, sondern da muss man auch mal so ein bisschen nachhelfen und deswegen checken wir das hier zwischendurch immer wieder mal, in der Summe waren das jetzt hier 7 Kubikmeter, da bin ich sehr stolz, ich hatte nämlich vorher ausgerechnet 6,88 habe ich mir ausgerechnet, so, also, ja, das habe ich mal, gut, rechnen kann der Ingenieur, so, das heißt, das habe ich mir vorher mal vom Volumen her ausgerechnet, 6,8, also knapp 6,9 Kubikmeter reingegangen, sind jetzt 7, da das aber natürlich immer ein Sicherheitsfaktor ist, haben wir natürlich nicht 7 bestellt, sondern du kannst halt nur in 0,5 Kubikmeter abstellen, wir haben also 7,5 Kubikmeter bestellt, das ist dann immer ein bisschen doof, das kannst du nicht ändern, das ist halt, da ist immer lieber ein bisschen zu viel da zu haben als zu wenig, wir haben dann vorne vor das Haus noch ein bisschen was geschüttet, dass ich da so eine bisschen bessere Kante hinkriege, um dann mit dem Bagger-Dumper sonst was ins Haus rein und raus zu fahren, da ist jetzt so eine kleine Betonkante noch vorm Haus, ja, passt. Ja Leute, was soll ich sagen, ich bin heute auf jeden Fall der zufriedene Fachwerker, weil, ja, endlich ist die Bodenplatte drin, was soll ich sagen, ja, so viele sind es ja nun Wochen, so viele Arbeitstage da drin versenkt, das alles vorzubereiten, diese ganze Bodenaufbau etc. pp. und jetzt heute das große Finale, das ist auch die letzte Bodenplatte, die wir jetzt uns liefern lassen, also mit dem Betonmischer, das war nämlich jetzt so rund 7 Kubikmeter an Material, was da reingegangen ist, das mischte jetzt mit einem Betonmischer nicht so gut, also mit einem Handmischer, das werden wir dann zum Schluss noch machen bei dem allerletzten Teil der Bodenplatte, der dann hinten unter die andere Giebelseite kommt, das werden wir wieder von Hand mischen und damit ist die Sache erledigt. Dann habe ich auch gesagt, dann werde ich irgendwie noch so ein Spezialfeiervideo machen, aber dann endlich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Teile es insgesamt waren, 15, 16 oder so, dann hier wirklich die Bodenplatte komplett fertig haben, aber das war schon echt eine ernsthafte Reise. Jedenfalls ist das jetzt hier drin erstmal soweit gut, mit dem Fachwerk müssen wir mal gucken, wie das Wetter so mitspielt, dass wir dabei anfangen und in der Zeit fange ich jetzt draußen an mit meinem neuen Bagger, dafür habe ich den schließlich auch gekauft, dass ich jetzt auf der anderen Seite vom Haus erstmal das ganze Gemüse wegkriege, dann ein bisschen aufräume und das Ganze vorbereite, dass wir da Platz kriegen zum Arbeiten, ja genau, für so ein Wetter ist dann so eine Kabine ganz geil und ja, das schauen wir uns mal in der nächsten Woche genauer an, deswegen das war's für heute, ich danke euch wie immer fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn noch was sein sollte, schreibt es gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, bis denn Freunde, ciao, ciao. Ja, moin moin zusammen, ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks, Altbausanierer und Heimwerkerhelden, hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch, ja Leute, und kennt ihr das, wenn ihr so ein Arbeitspaket erfolgreich abgeschlossen habt und dann irgendwie nicht so richtig mit dem Folgepaket an Gange kommt, ja das Problem hatte ich diese Woche auch, ich bin ja nun jetzt mit meiner ganzen Bodenplatte da erstmal soweit durch und muss mir jetzt Gedanken machen, wie es weitergeht, die Idee war dann zuerst im Garten dann irgendwie weiter zu machen, was ich ja schon erklärt hatte mit den ganzen Umpflanzen und so, ach was soll ich sagen, ich bin irgendwie, das hat irgendwie alles überhaupt nicht geklappt, deswegen heute wird es ein etwas, warne ich schon mal vor, es wird ein etwas monolog, lastigeres Video und ich etwas weniger Zeitraffer, dafür ein bisschen mehr Echtzeit, weil ich einfach irgendwie alles heute nicht so richtig ans Laufen gekriegt habe, aber an der Stelle würde ich mal sagen, quatsche ich auch gar nicht lange, sondern wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. So, ein neuer Tag, ein neues Glück, the day after tomorrow oder nee, the day after yesterday, wie auch immer, der Beton ist drin, der Beton ist hart und ich würde mal sagen, wir schauen mal rein und gucken uns die Tanzfläche, die wir da gebaut haben an. So, hier übrigens die kleine Rampe, die ich noch mit dem Restbeton habe giefen lassen, das haben wir hier hingeschüttet, du musst nämlich immer Strafe bezahlen, wenn zu viel Beton zurückgeht, da gibt es so eine gewisse Grenze, 500 Liter, 800 Liter, was auch immer, wenn sie die wieder mit zurücknehmen müssen, dann musst du dafür bezahlen, dass die das dann praktisch für dich entsorgen, naja, wobei wahrscheinlich verkaufen sie es dann am nächsten Weihnachten, wie auch immer und deswegen, bevor du was zurückgehen lässt, schützt es lieber hin, ist auch nicht schlimm. So, hier sind wir, hier seht ihr das, der Ballsaal oder die Tanzfläche, ich darf hier schon rüber laufen, weil Oberflächen begehbar ist der schon, aber noch nicht belastbar, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der Beton braucht, um jetzt komplett durchzuherden, ich meine zwei Wochen, spielt für uns keine Rolle, weil wir den eh noch nicht belasten, bis wir jetzt hier an dem Fachwerk anfangen, da muss es noch ein bisschen wärmer werden, weil die Arbeiten sind natürlich ein bisschen angenehmer, wenn es jetzt nicht gerade hier stürmt und schneit. So, was wir aber als nächstes machen, ich hatte ja letzte Woche schon gezeigt, geht es draußen weiter und je nachdem, je nach Wetterlage, mache ich also entweder draußen den Kram, sprich mit Baggern, das bei Baggern, die Pflanzen umpflanzen und so weiter und hatten ja auch letztens im Livestream einige gefragt, was jetzt hier passiert und hier seht ihr jetzt, das ist ein schöner Blick, da hatte ich nämlich kein Foto von, hier sehen wir jetzt das nächste große Arbeitspaket hier drin, ich bin ja noch nicht fertig mit Abreißen, muss ich ja an der Stelle sagen, dieser Rest hier muss nämlich auch noch weg, das ist jetzt hier das Stück Poroton, das ist, da mache ich mich schon beide gar nicht mehr bange vor, wenn man sich überlegt, da ist noch eine Tür drin und so aus und das ist von der Fläche nicht so viel, ist allerdings von der Technik ein bisschen anspruchsvoller, oben liegen noch die Becken, Deckenbalken drauf, ich muss mich also auch um die Decke kümmern, als im Prinzip als erstes, dass man die da runter kriegt, dann die Wand, die Kalkesandsteinwand, die ist da noch so eingezahnt in den Poroton und ja, spätestens wenn ich da angekommen bin, dann fällt diese Wand um, weil die oben auch nicht befestigt ist, die steht da nur so frei rum, das heißt, die muss ich dann auch noch abtragen, die möchte ich auch möglichst heile lassen, schöne Kalkesandsteine, kannst du immer gebrauchen, so das heißt, die baue ich dann ab, das reiße ich ab und dann sind wir schon da hinten und da an der anderen Innenschale, dann wäre diese Porotonseite auch raus, das ist natürlich auch noch notwendig, bevor wir jetzt hier tatsächlich dann Tabula Rasa machen können mit der anderen Gäbelwand, also ich habe noch so ein paar Arbeitspakete vor mir, bevor jetzt es akut wird, dass wir hier jetzt wirklich, jetzt wenn wir hier bei der Wand bei sind und das Ganze hier hochmauern und so weiter und so weiter, also wie gesagt, der Beton, der kann erst noch ein bisschen hart werden und ich bin froh, alles hat geklappt, perfekt, keine Viecher durchgelaufen noch über Nacht oder so, irgend so ein Waschbär, der sich hier noch mit einbetoniert hat oder so, ja, alles gut soweit, so würde ich sagen, Wetter ist tip top, wir gehen jetzt heute mal nach draußen und baggern so ein bisschen. Da habe ich mir das folgendermaßen überlegt, hier oben waren wir ja irgendwie noch nie, hier in diesem oberen Bereich des Grundstücks, hier haben wir nämlich noch eine schöne Obstwiese mit, naja, sehr altem, aber auch sehr schiefem Baumbestand, wo wir aber immer noch ein paar Äpfel und sonst was ernten können und wenn wir hier ganz oben hinkommen, dann haben wir einen alten Zaun. Ja, und der ist wirklich scheppig, der ist eigentlich völlig im Eimer, kann ich euch mal hier, ja, so, der geht hier ganz dran runter, logischerweise am Grundstück und der ist aber auch, da kannst du praktisch einen Haken hinter machen, der ist komplett verfault, kaputt und so, den haben sie hier schon mal angeflickt und so, ja, das plane ich ja später, das möchte ich ja gerne später mit Bruchsteinpfosten machen, dass ich alle drei Meter oder so einen Bruchsteinpfosten setze und dann schöne Eichenbohlen dazwischen mache als Zaun, also als Grundstücksbegrenzung dann hier vorher, das ist so der Plan, das wird aber noch ein paar Tage dauern und da das hier oben eh alles jackelig und verfault ist, mache ich da gar kein Hermann von, diese Breite hier bis zu dem Baum da, das reicht vollkommen aus, um hier mit dem Teleskoplader reinzufahren, das heißt, ich nehme jetzt den Zaun gleich weg, da brauche ich im Prinzip noch einmal gegenfahren wahrscheinlich mit dem Bagger, dann hat sich das erledigt und dann kann ich hier, habe ich hier freie Fahrt, so ist jetzt der Plan und dann bagger ich da hinten den ganzen Kram und sehe im Prinzip zu, wie viel ich heute so schaffe. Ja, das Thema Grundstücksabgrenzung, das wird später auch nochmal richtig interessant, was ich hier meinte, ich plane hier schon mit meinen ganzen Bruchsteinen, die ich da gesammelt habe, hier so kleine Pfeiler zu mauern oder wie auch immer, ja, und dann eben da schön so eine Eichenbohle oder zwei Eichenbohlen, jetzt je nachdem wie dick die dann sind, da so zwischen zu machen, also jetzt, keine Ahnung, drei Meter, vier Meter, fünf Meter auseinander und dann halt immer schön am gesamten Grundstück dran lang bis unten hin praktisch. Da, ja, sag ich mal, bin ich an der Stelle angekommen, bin da froh ich mich auf jeden Fall drauf, weil das wird, glaube ich, da nochmal nochmal eine richtig interessante Arbeit. So, da wollen wir mal gucken, dass wir den Haufen da ein bisschen Weckelöl kriegen. Schauen wir mal. So, dann wieder schön Teleskop da da fahren. Tolle. Dann muss man ja mal gucken, ob ich die Schaufel dran lasse. Wenn ich die, wenn ich da versuche, die Büsche rauszureißen, eigentlich geht das Messer mit der, mit der Palettengabel. Und irgendwie habe ich nicht so den Pockets hier extra auf Palettengabel umzurüsten. Na, wir können mal gucken, ob das damit auch geht oder ob das zu umständlich ist. Das ist ja auch immer alles eine Frage, umständlich das wird. Aber diesen ganzen Kippen müssen wir gleich mal wegmachen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weich der Boden hier ist. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier rüber fahre, dann sink ich hier wahrscheinlich übelst ein. Ich erinnere mich da an die Zeit und mit der, mit der Ding, so, ein bisschen, ein bisschen nuschig eingeschlagen. Ja, wenn ich vielleicht ein bisschen, ein bisschen härter rumgehen könnte. Wahrscheinlich fahre ich das jetzt hier genauso kaputt, wie unterhalb der Werkstatt. Ja, was das anbelangt, habe ich auf jeden Fall nicht richtig nachgedacht. Ich war so, jetzt geflasht von dem Sonnenschein, dass ich echt gedacht habe, ich könnte mit dem Teleskop leider mal einfach so auf dem Rasen rumdöll, man. Ja, toller Mist. Das ist mal eine saftige Schaufel, würde ich sagen. Donnerwetter. Die nehmen wir, die nehmen wir so mit. Noch ein kleiner Nachschlag? Nein, danke, heute nicht. Ich fühle schon, wie er hier versinkt. Hör auf, Scheiße, Alter. Ja, hier seht schon die Spuren dahinten. Das habe ich wirklich zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Mit der Erde jetzt hier eine Schaufel, wenn du die jetzt hier rausfährst, hatte ich auch erst überlegt, könnte man ja theoretisch auch da oben irgendwo lassen. Einfach erst mal eine Seite packen, um sie dann später da wieder zu verteilen. Lach jetzt nur, wie gesagt, relativ blöd. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, jetzt erst mal so eine Schaufel oder zwei da eine wegzufahren. Ja, im Prinzip müsste ich die Fahrplatten, die müsste ich jetzt da oben liegen haben. Ja, den Aufwand, den mache ich mir jetzt auch nicht. Vor allen Dingen hätte ich mir den Aufwand zuerst machen müssen. Jetzt habe ich es da oben schon kaputt gefahren. Das heißt, jetzt ist der Einsatz der Bodenschutzplatten auch zu spät. so ein alter Busch. Oh Mann, wie fahre ich hier eigentlich? Oh, ich habe die Hinterradlenkung gar nicht an. Ja, das erklärt natürlich einiges. So, zack, habe ich die Allradlenkung nicht angemacht. Deswegen bin ich auch gerade das machen wir nicht im Auto fahren. Ah, das macht Sinn. So, guck mal, jetzt kommt man hier nämlich auch einfach so rum in einem Zug. Alter, da muss ich mich mal voll einschlagen. Jetzt versuche ich so ein bisschen neben der Sturz zu fahren, dass man nicht zweimal durchs gleiche Loch fährt. Mach es natürlich im Endeffekt auch nicht wirklich besser, da machst du halt nur mehr kaputt. Oh, dann lass mal knacken, lass den ja. Oh, jetzt komme ich da nicht mal mehr rein. Oh, Scheiße, jetzt fahre ich hier alles kaputt. Ich fahre hier alles kaputt. Nicht, dass sie mir schaufelt. Nein, die Kacke hopsen mir natürlich da noch aus. Oh, hör doch auf, ey. Da muss ich mir ein bisschen Schwung nehmen. Oh, ich fahre hier alles kaputt. Ach, da ist ein Baumstumpf. Verstehe. Ja gut, okay, dann kann ich mich natürlich auch im Kopf stellen. Dann komme ich hier nicht durch. Ist klar, ich Möller hier voll gegen, Alter. Ist da noch, oh, und was für einer. Ja gut, dann komme ich natürlich, da komme ich nicht gegen an. Na ja gut, dann fahre ich den jetzt hier noch raus. ganz vorsichtig, dass hier nichts radiert. Und während ich jetzt hier die letzte Schaufel noch wegfahre, bevor ich auch raus rupfen gehe, noch eine coole Story aus dieser Woche, habe ich eine sehr interessante Anfrage gekriegt, wieder mal von einer TV-Produktionsfirma, für ein neues Format. Also das klang richtig interessant. Und zwar soll es darum gehen, dass Paare gegeneinander antreten, während sie eine Wohnung sanieren oder ein Haus. Das war nicht so ganz zu, zu, äh, rauszuhören. Also sprich, du kriegst eine Schrott-Immobilie da hingeschmissen, hast zehn Wochen Zeit, äh, hast ein Budget zur Verfügung und musst dann praktisch dieses Haus im Wettkampf gegen andere Paare dann sanieren. Könnt ihr euch vorstellen, das habe ich natürlich dankend abgelehnt, weil ich gesagt habe, Leute, ich habe hier meine eigene Schrott-Immobilie, die ich sanieren musste. Da habe ich garantiert weder Zeit noch Lust noch Kraft, für euch auch noch eine Wohnung zu sanieren, ja, damit ihr da ein Fernsehformat von machen könnt. Also, total genial, was das heute alles gibt. Ich habe mich gerade spontan dazu entschieden, dass ich die Schaufel hier lasse. So, mal gucken hier aus, da, äh, das geht einfach mit der Palettengabel zehnmal einfacher, wenn du da irgendwas rausrumpfen willst, das kannst du sonst vergessen. Riechst du mir auf Deutsch den Arsch ab? Also, der Schnellwechsler ist schon eine geile Sache, allerdings bei der Palettengabel ist ein bisschen doof, ihr seht, ich habe die hier unter die Gitterboxen geklemmt, die steht nämlich nicht selbstständig, die muss man immer irgendwo drunter klemmen, wo sie sich hält, weil wenn du die so frei hinstellst, dann kippt die einfach um, das ist irgendwie ein bisschen blöd, äh, durchdacht. so, damit können wir gleich den ganzen Kram rausrumpfen, aber jetzt muss ich erst da oben ein bisschen baggern. Aber bevor ich den Bagger anschmeiße, muss noch Zeit für eine Kaffeepause sein und an der Stelle wie immer ein herzliches Dankeschön an euch da draußen, da ihr seid fast 150 Teilen immer dabei seid, hier mal gerne Kommentare da lässt und auch ein Like, ihr wisst, ich bin da immer wieder schwer begeistert von, deswegen ein dickes, dickes Dankeschön. Ja, dann geht das jetzt los mit meinem neuen Caterpillar Bagger, den will ich ja schließlich auch noch so ein bisschen bewegen hier. Ähm, was ich eben schon meinte, ich hatte jetzt nicht vorher erstmal direkt mit dem Teleskop leider nochmal hier reinzufahren, deswegen lasse ich jetzt diese Erde hier oben, die kann man mit Sicherheit hier später auch noch verteilen, hier sind noch genug Löcher, wenn hier noch so ein paar Wurzeln rauskommen und so weiter. Also da seht ihr den Baumstumpf, den ich da freilege, wo ich eben so schlank gegengesemmelt bin, der ist allerdings wirklich noch ein bisschen stabiler. Da muss ich selbst mit dem etwas größeren Bagger, müsste ich da auch dann einen kleineren Löffel dran machen und so ein bisschen drumherum baggern oder wie auch immer. Jetzt mache ich hier ein bisschen Platz, meine erste Idee ist, dass ich jetzt hier direkt an die Hütte sozusagen, so schon mal zwei Pflanzen hinsetze, um erstmal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Ja, da muss man ja auch mal ein bisschen schauen, wie tief muss ich graben, wie viel Erde kommt da eigentlich mit. So, jetzt habe ich folgenden Plan, ich wollte jetzt hier nicht einen Bagger auf Reisen spielen, aber ich habe mir jetzt überlegt, Mensch, wenn das mit dem Teleskop leider so blöd ist, dann versuche ich das doch mal, ob ich eventuell diese Rhododendrons da mit dem Bagger rausgezupft kriege. So, jetzt könnt ihr mal gerne eine Wette abgeben, schafft der das oder schafft der das nicht? Ich habe das nämlich gedacht, naja gut, altbekannte Manier, einen Schluftrum eingehangen, der hat ja vorne diesen schönen Haken und dann ziehst du da einfach mal. Ja, ich habe das dann ein bisschen hin und her probiert, in verschiedenen Winkeln mit unterschiedlichen Methoden und Möglichkeiten nach rechts und nach links, nach oben und nach unten. Und also, obwohl das hier noch ein relativ kleiner Rhododendron ist im Vergleich zu dem Rest, was da noch so kommt, hat der Bagger das nicht geschafft. Also habe ich den erst mal wieder hier oben hingestellt und musste mir natürlich jetzt den Teleskop leider für den Job holen. So, das ist einfach, ich schätze mal bei einem Bagger, vielleicht kennt sich einer damit aus, aber so Zugkräfte ist glaube ich nicht so die Stärke von einem Bagger, glaube ich. Also das ist, also das, was ich da gerade versucht habe, dafür funktioniert das einfach nicht. So, jetzt habe ich natürlich überlegt, ja Mist, da oben die Wiese ist schon so kaputt. Ja komm, nimmst du dir zumindest die vier Fahrplatten, die ich habe, die etwas mobileren, das sind ja die schönen leichten Platten, nimmst du dir die wenigstens und legst die da oben hin. Aber was ich eben schon meinte, das Problem ist, der Schaden ist ja bereits angerichtet. Da sind jetzt schon 20 Zentimeter tiefe Fahrspuren drin und da ändern natürlich jetzt auch die Platten nichts mehr. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, jetzt, wenn ich mir das im Nachhinein hier angucke, weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat, Leute, ja. Das ist sowas von sinnlos. Die gesamte Strecke sind irgendwie 40 Meter oder so, ne, von der Straße bis zu der Gartenhütte und ich lege jetzt da irgendwie vier Meter, 50 Platten aus. ihr seht das gleich auch nochmal, das ist einfach Quatsch. Jedenfalls hier jetzt mit dem Teleskoplader, seht ihr, ist das nicht mal ein Wimpern zu können. Dann ist dieser Kram draußen. Dabei stelle ich jetzt auch noch fest, okay, das ist jetzt nichts, was ich da hinten wieder einpflanzen wollte. Also, ich sortiere natürlich hier schon, das, was jetzt hochkommt und nicht. Also, alles, was jetzt wirklich auch einfach nur ein bisschen Humbug ist, das lasse ich auch hier liegen. Das kommt dann tatsächlich nachher in Häcksler. Da lohnt sich dann halt auch der ganze Aufwand nicht für. Deswegen, die sollen dann einfach nur raus und weg. Und, das sind jetzt auch noch andere Pflanzen. Also, ich hatte jetzt ja hauptsächlich von den Rotodendrons gesprochen, aber ich kenne mich jetzt auch nicht aus, was da noch für ein Kraut hier jetzt kommt. Dieses kleine Bäumchen da jetzt, das ist auch irgendwie sowas. Das ist allerdings auch schon, da hatte schon mal der Gartenlandschaftsbauer gesagt, das kann man auch entfernen, das kann man auch entfernen, weil das so angefallen ist mit irgendwelchen Schädlingen. Und auch daneben jetzt hier der Busch, der muss zuerst weg, weil ich komme da einfach nicht dran. Also, ich kriege den Schlupf da nicht drum rumgelegt. Auch das hier ist irgend so ein Kraut. Das sind so Dinge, da hänge ich jetzt auch nicht dran. Da geht es jetzt erstmal nur darum, dass ich hier ein bisschen Platz kriege und das Zeug hier praktisch aus dem Weg ist. Und, naja, vielleicht wird das der eine oder andere sagen, oh nein, das war hier irgendwie ganz was Besonderes. Aber dann haben wir jetzt auch Pech gehabt, weil das Ganze ist ja hier schon irgendwie passiert. Interessant ist aber selbst hier schon, wenn du jetzt hier so zwei, drei Dinger rausnimmst, dann wird einem erstmal bewusst, wie unglaublich groß dieses Blumenbeet eigentlich ist. Also, wenn alles so zugewachsen ist, dann sieht man das ja immer nicht so. Aber wenn du dann mal anfängst, das freizulegen und dann nochmal erstmal die Dimension von anderen Pflanzen, die da noch mittendrin stecken, erstmal so ein bisschen realisierst, ja, da merke ich dann auch an diesem Tag schon so meine Güte. Ich habe schon so viel Zeit jetzt verplempert mit hin und her fahren und hast du nicht gesehen, dass das ziemlich knapp wird, dass wir das hier heute noch fertig zu kriegen, was eigentlich geplant war. So, jetzt haben wir den ersten Mist da schon mal weg. Da waren jetzt so ein paar Büsche bei, das hatte ich mir schon gleich gedacht, die müssen sowieso weg. Also, da so ein, was ist das hier, Busch da, Benja, nee, keine Ahnung, da, der ist eh angefallen da. Das hier ist irgendein Gewurz, keine Ahnung. Leider der einzige Rotodendron, den ich da mitnehmen wollte, der ist dann zerrissen, als ich ihn rausziehen wollte. Ich habe das ja eben mit dem Bagger probiert. Das hat ja mal original gar nicht funktioniert. Also, so ein 1,8 Tonnen Bagger, ich weiß jetzt nicht, was der dann so für eine Zugkraft hat oder so, aber der hat dann da eben vorgestanden mit Vollgas, da ging dann gar nichts. So, dann holst du den Teleskoplar da raus und der zieht das Ding da mal eben so im Standgas raus. Also, echt absolut brutal, echt ein Knaller. Da bin ich echt froh, dass ich das Ding habe. So, jetzt habe ich die Dinger hier raus, da muss ich mal gucken. Ich denke mal, die schmeiße ich mir nachher in eine Schaufel und bring die auch da runter. Da steht nur jetzt mein Auto im Weg. Deswegen habe ich das jetzt erstmal hier hingeworfen. So, jetzt kommt der erste Rolodendron, den ich dann wieder mitnehmen würde. Den ziehe ich da jetzt langsam raus und versuche, den natürlich dabei heile zu lassen. Und da muss ich mal gucken, was das hier noch für Dinger sind. Also das hier sieht schon mal echt übel aus. Das ist ein riesen Oschi. Ich glaube, da muss ich erst mit der Kettensäge bei und den so ein bisschen kleiner machen. Aber das Riesending, also wo soll ich den denn hin? Und ja, hier haben wir noch einen Rolodendron. Der ist dann noch so verwachsen mit irgendeinem anderen Kram. Den versuche ich dann rauszuziehen. Dann müsste sich das ja irgendwie an den Wurzeln wieder trennen. Naja, jetzt fangen wir erstmal bei dem hier an. Der sieht ganz vielversprechend aus. Das Ding hier ist echt die Hölle. So, und da muss ich mal gucken. Hier, das hier ist noch so ein kleiner Rolodendron. Ich denke mal, den kriegen wir hier auch noch raus. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da heute noch kommen. So langsam geht die Sonne ja auch schon wieder unter. Ja, hat ganz schön viel Zeit gekostet jetzt hier alles. Aber war jetzt halt auch wieder so ein bisschen Jugend forscht. Jetzt muss ich mal gucken, oben mit den Fahrplatten, ob das so halbwegs funktioniert. Weil das ist jetzt das Nächste. Deswegen wollte ich es eigentlich mit dem Bagger gemacht haben. Dass ich mir jetzt nicht mit dem Teleskop, da da oben alles kaputt fahre. Da habe ich echt so ein Déjà-vu mit unter der Werkstatt. Deswegen habe ich die Fahrplatten oben hingelegt, dass ich wenigstens so ein paar Meter halbwegs noch vernünftig fahren kann. Und dann mal gucken, wie das Ganze so funktioniert auf diesem doch relativ matschigen Boden da oben. Ja, und hier haben wir jetzt den ersten Rolodendron, den ich auch tatsächlich versuche sauber rauszuziehen. Damit ich ihn dann auch direkt nach oben bringen kann zur Hütte. Ja, nicht abrutschen, nicht abrutschen, nein. Da ist er. Boah, zieht der viel Erde mit. Alter Schwede. Alter Verwalter, ist das ein Klumpen. Dann halt mal hochziehen, dass er auch wirklich mit den Wurzeln überall raus ist. So, den schlüren wir jetzt mal darüber, wa? Das kann ja was werden. Ah, gut, dass ich eben ein halbwegs tiefes Loch gegraben habe. Also ein Stück fährst du, als Gas-Randschaft-Bauer habe ich keine Zukunft. Ah, nein, nicht da runterrutschen. Na doch. Hauptsache, bricht nicht das Ding ab und da ich nicht mit dieser Erdkloppen auf der Straße. Dann habe ich richtig scheiße. Ah, das sieht eigentlich ganz gut aus. Na ja, das reißt auch schon ab hier. Die Scheiße. Das ist voll krass da dran. Ja, das Schöne ist, jetzt fahre ich gegen die Sonne und merke da nichts von, weil ich so einen schönen Busch fuhr. Ja, aber, haha, so, wollen wir mal gucken. Das Druckerfahrer. Ah, das hier ist echt scheiße, dass ich mir jetzt das hier kaputt fahre, da habe ich voll keinen Bock drauf. Da habe ich eigentlich voll keinen Bock drauf. Aber, was willst du machen? Aber jetzt fahre ich hier so ein bisschen über die Platten hier. Dass die schon verteilt wird, aber die tun natürlich auch nur ihr Bestes. Aber jetzt bräuchte ich noch doppelt so viele Platten, damit ich bis hier hinkomme. Schon mal ausfahren das Ding, mal gucken, wo weit ich komme. Also einstellend fest, den bewege ich sich hier nicht von Handweg. Und jetzt habe ich hier, ich habe das hier so genial gemacht, Alter, genau den ganzen Scheißhaufen hier genau mittig rein. Kacke. Klar, da ist Ende. Weiter kommt man nicht. Verflixt. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich hier wirklich, ich habe hier wirklich das so doof in, wie doof ich bin, dass ich mir diesen Aufregeln gelieft habe. Meine Güte. Mal gucken, ob ich da so ein Stück lang vorbeikomme. Guck mal. Baumstumpf komme ich ja nicht vorbei. Raus fahren. So, rausziehen, rausfahren. Ah, das ist ein bisschen scheiße, was ich jetzt mit der Gabel da rein. Ja, doch. Geht. So. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Numero uno. Der steht doch gar nicht schlecht, oder? Ja, so haben wir zumindest das erste Ding da schon mal einsortiert. Das hat allerdings jetzt auch relativ viel Erde dran, aber man sieht es vielleicht später noch, das passt wirklich relativ gut. Von meiner Bagger Tiefe und eben der Erde, die dran ist, so weit so gut. Ja, so, jetzt probieren wir mal noch den zweiten gleich daneben zu stellen und gucken mal, wie das dann aussieht. Also ganz ehrlich, so richtig füllen tue ich das auch nicht hier mit den Platten, so, wenn du dir das anguckst, weiß ich auch nicht. Im Prinzip, was ich eben schon meinte, das hätte mir zuerst einfallen müssen, als ich zum ersten Mal mit dem Teleskop leider auf die Wiese gefahren bin, dass ich hätte merken müssen, so funktioniert es nicht, weil wenn erst mal da diese 20 cm tiefen Spuren drin sind, dann helfen dir die Bodenschutzplatten auch nichts mehr, weil der Schaden ist ja schon angerichtet. Das heißt, dann müsstest du eigentlich erst wieder eine Walze, eine Walze, die fehlt mir hier vielleicht noch auf der Baustelle, ja, aber dann musst du dich halt erst wieder drum kümmern, dass die Grasnahme wieder fettig wird. Also das ist wirklich, ja, sehr ärgerlich. Also ich habe mich da echt drüber geärgert. Deswegen noch diese Pflanze, habe ich mir gesagt, die schlüre ich noch hoch und dann muss gut sein. Ist auch ein Ast wieder abgebrochen. Ich sehe schon, ich mache mir jetzt hier voll die Kette, Alter, um das hier im besten Film vernünftig zu machen und am Ende ist das alles für den Katz, weil ich das so dilettantisch mache, dass die Pflanzen das Umpflanzen nicht überleben und ich das genauso gut alles hätte aufs Osterfeuer werfen können. Ja, würde mich jetzt, würde mich nie wundern, ehrlich, ganz ehrlich, würde mich nie wundern. Ich würde das hier nachher alle nicht überleben und ich habe mir dafür alles kaputt gefahren und sonst irgendwas. Tja, das ist halt das Risiko, will ich es mal nennen, wenn man sowas mal selber in der Hand nimmt. Da weißt du immer nicht, wie gut das funktioniert. Das kann wirklich sein, dass du die hier umpflanzt und dann verrecken sie die hier oben, weil sie halt kaputt gebrochen sind und so weiter. Ich meine, so ganz zimperlich gehe ich ja hier auch nicht mit um, aber naja, so ist das halt. Was ich hier mal ganz witzig finde, hier seht ihr ja, wenn man genug Maschinen hat, dann kannst du das alles alleine machen. Eben die erste Pflanze da reingestellt, okay, Loch ist nicht groß genug, der Bagger steht einfach daneben, also noch einmal kurz ein bisschen ausgebaggert. Dann kannst du die zweite Pflanze daneben stellen und gut ist, das Einzige ist jetzt, ich komme mit dem großen Löffel an den Bagger nicht so gut da hinten in diese Ecke, um da die Erde wieder reinzuschütten. Dann muss ich dann mal schauen, wie ich da die Erde wieder hinkriege. So, jetzt habe ich mir das hier auch überlegt, Leute, da mache ich mich total lächerlich mit, wenn diese Platten da oben liegen, diese vier Platten auf dieser riesigen Länge. Lohnt sowieso nicht, deswegen lade ich die auch gleich wieder ein, dass die jetzt nicht da oben auf dem Grundstück irgendwo rumliegen. Nachher nimmt die noch irgendeiner mit oder so, weil er denkt, die sind zu verschenken oder was. Lieber wieder mitnehmen hinter meinen Bauzaun, da sind sie dann so ein bisschen sicherer unterwegs und dann kann ich sie wieder beim nächsten Einsatz, wo ich sie dann brauche, wenn ich mit dem Kettendumper irgendwo drauf fahre oder auch unten zur Verlängerung meiner Fahrspur, kann ich sie da erstmal wieder hinlegen. Aber auf jeden Fall wollte ich sie jetzt nicht da oben in der Wiese liegen lassen. So, jetzt habe ich hier, vorher hatte ich noch einen Schluff hier um einen so ein Dings da rumgebunden, beziehungsweise einen hatte ich dann noch im Auge von diesen Rhododendrons, beziehungsweise so etwas, naja, etwas kläglicher Rhododendron. Da habe ich gesagt, komm, den reißt jetzt noch raus zur Feier des Tages nochmal mit Luftaufnahme, damit du, wie es ist, noch ein kleines Ding hast. Und da muss ich mal gucken, hier der Rest, was ich eben schon meinte, da muss ich fast schon mit der Kettensäge bei, weil das so Riesenbüsche sind. Das ist echt der Hammer. So, naja, ich würde mal sagen, ein erfolgloser Tag, mehr oder weniger geht zu Ende. Der Teleskoplader kann wieder zurück in sein Körbchen und da muss ich mal gucken, wie wir dann an dieser Stelle dann nächste Woche dann weitermachen. Ja Leute, und heute bin ich definitiv nicht zufrieden mit meinem Ergebnis, weil im Endeffekt habe ich alles hier nur schlimmer gemacht als vorher. Also wäre ich einfach zu Hause auf dem Sofa geblieben, dann würde das hier nicht so aussehen. Das ist nämlich echt nicht schön. Jetzt mit dem Teleskoplader hier den Boden wieder kaputt gefahren, weil ich einfach zu dösig bin. Und eigentlich habe ich ja nur zwei Pflanzen hier rüber geschlürt. Und der Rest war hinten rausgerupft. Ja gut, das ist nun wirklich keine Leistung. Also von daher ein bisschen Maschinen bewegt, ein bisschen Sprit durcheinander gefahren und das war es eigentlich auch. Also das hätte ich mir sparen können. Ich muss mal gucken, wie ich dann nächste Woche weitermache. Ob ich jetzt bei den Wetterverhältnissen, muss man ja realistisch sein. Jetzt ist es zwar wieder gefroren, aber der Boden ist ja trotzdem nass und so. Muss ich gucken, ob ich das nächste Woche überhaupt hier weitermache. Oder ob ich das jetzt erst noch so ein bisschen aufschiebe, bis es alles wieder ein bisschen trockener wird. Dass du hier wenigstens mit den Maschinen reinfahren kannst. Oder ich muss mir noch irgendwas anderes überlegen für das Blumenbeet da hinten, wie auch immer. Ansonsten habe ich mir das drinnen schon angeguckt. Ich werde wahrscheinlich dann drinnen jetzt weitermachen mit der Boottonschale und der Decke. Das ist nämlich auch gar nicht so unkompliziert. Müssen wir denn mal schauen. Gut, an der Stelle würde ich mal wieder sagen, danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch trotzdem gefallen, auch wenn das jetzt irgendwie alles nicht so fruchtbar war hier. Und dann würde ich sagen, noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Ja, moin moin zusammen. Ich grüße euch, ihr Freunde des Fachwerks. Altbausanierer und Heimwerkerhelden. Hier ist wieder euer Fachwerker und ich bin mal wieder live auf meiner Baustelle für euch an einem Samstag mit einem neuen Videotagebuch. Ja, nach unserem kleinen Gartendesaster von letzte Woche habe ich mir überlegt, fängst du heute lieber im Haus an? Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich muss mich ja auch irgendwie um die Vorbereitungsarbeiten für die nächste Giebelwand kümmern. Sowohl halt auch von innen, ganz wichtig. Mit dem Abbau hast du nicht gesehen. Da gibt es einiges zu tun. Da fangen wir heute bei an. Und dann, was ich in dem Zuge vor allen Dingen gefunden habe, ist das neue Lager unseres Haus und Hofs. Marder, Biber, Waschbär, was auch immer. Ja, kann ich nur sagen, nicht so geil. Und wir machen noch zwischendurch einen kleinen kurzen Exkurs in mein Büro. Da bin ich nämlich auch gerade so ein bisschen am Umbauen dran. Und hab da auch eine ganz interessante neue Energielösung gefunden. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. USV und so. Da habe ich jetzt auch was Neues. So, da würde ich mal sagen, an der Stelle quatsch ich auch gar nicht lange. So, dann wünsche ich Ihnen mal viel Spaß beim Anschauen. Ja, Leute, dass ich so für Gartenarbeit nicht so das Händchen habe, das habe ich ja im letzten Video auch wieder bewiesen. Ja, da habe ich mir ja mehr kaputt gefahren als alles andere. Da habe ich jetzt eine kleine Planänderung. Da habe ich ein paar Nachbarn gefragt. Hier so die Jungs, die hier so in der Umgebung sind. Und da machen wir eine schöne Gemeinschaftsaktion von. Das ist, glaube ich, wesentlich cooler. Dann kümmern wir uns nicht um diese Rumpel-Ecke hier vorm Haus, dass ich da eben den Platz kriege. Sondern eben auch so ein bisschen rundum auf dem Grundstück. Es sind ja noch ein paar andere Bäume und Büsche, die beschnitten werden müssen. Und da machen wir da eine schöne mit Hexler. Und hast du nicht gesehen, mit ein paar Jungs wird das Ganze ein bisschen lustiger. Also da kümmere ich mich also heute nicht drum. Heute geht es darum, ich mache jetzt erstmal hier die Schalung weg als allererste Aktion des Morgens. Im Prinzip ist ja nur hier ein bisschen Schalung und hier, was ich hier so draufgetackert habe, dass das erstmal noch Tutti ist. Dann habe ich mir überlegt, nicht überlegt, sondern das ist dann das nächste logische Arbeitspaket. Und zwar ist das dann diese Ecke hier. Und das kann ich versprechen, das wird richtig interessant. Da ist nämlich alles dabei. Erstmal da oben muss ich noch sehen, dass ich die ganze Rehgips, nicht Rehgips, das ist Spanplatte, glaube ich, komplett nur, dass ich das noch raus hier rissen kriege. Da ist noch eine Trockenbauwand. Dann muss ich die Decke abreißen. Da habe ich so ein bisschen Déjà-vu-Stimmung hier aus meinem Teil da hinten. Und dann die Deckenbalken runter. Dann kommt da oben noch Porotonschale oben. Dann kommt die Porotonschale unten. Diese wunderschöne Türzarge hier. Muss ich irgendwie noch hier heile rauskriegen. Und irgendwie diesen Eichenholzbogen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das Ding steht hier jedenfalls auch nur mehr oder weniger frei im Raum. Deswegen, da muss ich mich auch darum kümmern, den irgendwie heile runterzulassen. Und das Ding wiegt auf jeden Fall ein paar hundert Kilo. Den hebst du ja auch so nicht mal eben so raus. Naja, muss ich mal gucken, wird noch interessant. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen dabei zu überlegen, wie ich das Ganze mache. Jetzt bin ich ja hier noch, habe ich ja noch hier, naja, hier ist es ja auch. Hier stehen jetzt natürlich die Paletten. Da muss ich dann mal gucken, ob ich die Paletten gleich erst noch rausfahre. Nächste Problem. Der Hubwagen steht ganz hinten in der Werkstatt. Da stehen mittlerweile zwei Bagger und ein Mähdrescher vor. Ne, kein Mähdrescher. Wie heißt das? Rasen mehr. Wie auch immer. Naja, gucken wir mal. Ich fange jetzt erstmal an hier mit ein bisschen easy peasy. Und dann schauen wir mal, wohin der Weg uns heute so führt. Ja, falls übrigens einer fragt, nein, ich will nicht zu Karneval als Peter Maffay gehen. Ich habe mich schlicht beim Rasieren geschnitten. Und das ist eine Borke da in meinem Gesicht. Ja, schöner Scheiß. Wollte ich mal einmal die günstigen Rasierklingen von Amazon ausprobieren. Das hat nicht so ganz geklappt. Habe ich mir da die halbe Schnute mit weggeflext. Naja, ihr könnt euch natürlich gerne in den Kommentaren darüber lustig machen, wie ich hier im Rest des Videos aussehe. Naja, jetzt baue ich hier ein bisschen ran herum hier. Ja, ihr seht ja hier, das war ja hier an dieser Stelle eigentlich die einzige Verschalung im klassischen Sinne. Die geht auch, wenn man die vernünftig aufbaut, immer relativ gut ab. Ja, hier unten drunter. Deswegen habe ich da immer so ein bisschen Abstand auch gelassen zu dem vorhandenen Fundament, was man da jetzt ja noch sieht. Damit man das vernünftig auseinander dividieren kann wieder. Und naja, hier dran erlang war das jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel. Da hatte ich ja nur so ein paar Bretter drauf gezangelt, damit der Beton da schön in der Form bleibt. Und das hat auch alles soweit ganz gut funktioniert. Ich muss mal gucken, diese Plastikfolie, die werde ich dann später vielleicht noch abschneiden oder was. Da muss ich mal gucken. Also im Moment stört die jetzt erstmal nicht. Mal sehen, wie das dann nachher beim Mauern aussieht. Und bevor wir jetzt gleich oben weitermachen in der Etage, noch so einen kleinen Ausblick. Ich bin jetzt ja dabei, auch mein Büro so ein bisschen umzubauen. Letzten Endes habe ich jetzt sozusagen verinnerlicht, dass ich als Selbstständiger sehr viel Zeit in meinem Büro verbringe. Letztes Jahr war ja mehr so eine Testphase und jetzt wollte ich eben gucken, dass ich mein Büro auch entsprechend so ein bisschen professioneller einrichte. Da bin ich jetzt so ein bisschen bei, alles umzubauen, ein bisschen schöner zu machen. Vielleicht kriege ich ja meinen Greenscreen da auch vernünftig dann mal verbaut und sowas alle halt. Und was ich auf jeden Fall diese Woche bereits bekommen habe und schon eingerichtet habe, ist meine neue USV-Einrichtung. Ja, hier sind wir nach längerer Zeit auch mal wieder in der oberen Etage unterwegs. Das ist immer was ganz Aufregendes. Wer sich erinnert, hier hatte ich doch mal so ein Marder-Problem. Hier in diesem Raum, hier hat doch immer der Marder, ich weiß gar nicht, Marder, Waschbär, Katzen, Vögel. Ich hatte ja alles hier. Hat jeder damals mit der Videokamera immer aufgenommen. Und die habe ich aber verscheucht mit der Überwachungskamera, die dann praktisch immer auf Bewegung dann Alarm gemacht hat. Dann haben die keinen Bock mehr gehabt und haben sich hier tatsächlich ferngehalten. Ganz interessant. Also diese ganze Marder-Ex- und hast du nicht gesehen, Piepser und so, hat alles nicht geholfen. Überwachungskamera mit automatischer Erkennung und Alarm. Das hat perfekt funktioniert. Allerdings hat sich der alte Däubel einfach umorientiert, habe ich jetzt gesehen. Der hat nämlich jetzt einfach hier sein Reich aufgeschlagen und hat hier schön alles zerfetzt und hier überall hingeschissen. Und hast du nicht gesehen. Ja, schön, Dank auch. Na gut, aber diese Grundlage werde ich ihm jetzt auch nehmen. Hier auch. Oh, super geil. So, das werde ich jetzt, weil das ist jetzt hier das nächste Arbeitspaket. Jetzt hier von oben einmal gesehen. Seht ihr halt Poroton. Was passiert mit Poroton in diesem Haus? So, das fliegt natürlich raus. Die Deckenplatten müssen dann weg. Und diese kleine Trockenwand hier, die muss auch noch kurzerhand raus. Da war früher mal, also das hier war mal das Badezimmer. Das kann ich vielleicht mal ein Bild so einbinden. Hier war mal das Badezimmer. Und das hier ist die Zwischenwand gewesen zum Flur. Und die fliegt jetzt als nächstes raus. Und natürlich auf der anderen Seite der Wand. Hier haben wir auch noch Fußboden. Also sprich da auch noch der Rest von der Porotonschale. Dann die Wand und dann den Fußboden. Das fliegt dann auch alles raus. Jetzt werde ich gleich mal schauen, dass ich erstmal hier ein kleines Geländer hin. Dass ich hier nicht irgendwie den großen Adler mache. Mache ich hier noch ein kleines Geländer hin. Dann ist das schon mal safe. Und dann wird es noch interessant auf dieser Seite. Hier sind nämlich die Deckenbalken. Die hängen hier praktisch in der Luft. Also die sind hier noch so leicht befestigt. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da gerne rüber marschieren würde. Da muss ich mich schon darauf verlassen, dass das halbwegs hält. Deswegen habe ich hier meinen kleinen Seilzug, meine elektrische Seilwinde hingehangen. Und werde gleich von unten einen Doka-Träger dann hochziehen. Um das Ganze so ein bisschen auf Spannung zu halten. Damit ich sicher sein kann, das muss jetzt nicht wahnsinnig viel halten. Deswegen hier an dem Eichensparren, das reicht vollkommen aus. Also wenn das mein Gewicht hält, dann reicht das. Und das sichere ich gleich noch von hier. Dann bin ich auf Nummer sicher und kann hier ruhig auf dieser Decke rummarschieren. Weil nur weil der Waschbäder drauf rummarschieren kann, heißt das ja nicht, dass das für mich auch sicher ist. Und wenn ich das dann noch zerschneide, muss ja nicht sein. Man muss ja ein Schicksal nicht herausfordern. Deswegen doppelte Sicherheit ist besser als halbe, was auch immer. Naja, da fangen wir gleich mal an und sehen mal zu, dass wir das dann hier... Mal gucken, wie weit wir heute kommen, wie wir das auch noch an die Rissen kriegen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die, ich will es mal nennen, nötige Vorbereitung für diese Arbeiten hier oben. Die Deckenbalken, die sind da oben eigentlich recht stramm drin. Die sitzen außen noch in der Protonschale, sind in sich da. Und da ist noch so eine Stahlgeschichte irgendwo mit verbunden. Aber, was ich ja eben schon gemeint habe, ich traue dem ganzen Braten nicht so richtig und möchte da nicht so gerne drauf rumlatschen. Und das Problem ist jetzt von unten, ich könnte jetzt von unten eine Baustütze gegenbauen. Ist allerdings alleine auch nicht so einfach. Also so eine Baustütze mit zwei, mit einer Doka dazwischen oder so, kannst du natürlich alles machen. Aber hier ist wie gesagt alleine in 4,50 Meter Höhe, ist das alles nicht so cool. Alternativ, ihr seht da hinten ja auch im Hintergrund noch die Verlängerungen für die Kurbelböcke. Das würde auch wunderbar funktionieren. Das wäre praktisch die Deluxe-Lösung, wenn man die Kurbelböcke da drunter stellen würde. Aber auch das wieder, ich kann euch verraten, die Dinger sind richtig schwer. Da fängst du alleine auch nicht mit an. Und deswegen habe ich die Idee auch erstmal verworfen. Und das sieht jetzt vielleicht ein bisschen abenteuerlich aus hier mit dem Doka an dem Schluff. Und dann ziehe ich den da hoch. Aber letzten Endes, Leute, wie immer, wenn es funktioniert, aber doof aussieht, ist es aber nicht unbedingt doof. Und im Endeffekt darf man ja nicht vergessen, ich möchte ja einfach nur, dass da oben die Balken so ein bisschen unter Spannung sind, damit das eben nicht so schwingt, damit ich da vernünftig drauf rumlaufen kann. Weil es ist eben immer wenig vertrauenserweckend, wenn man auf so einer Decke herumtapert und dann schwingt das hin und her und so. Und dafür reicht das hier vollkommen aus, wenn man ja dieser Doka nachher so ein bisschen unter Spannung dann drunter gezogen ist durch die Seilwinde, da so ein bisschen Druck drauf ist dann von unten. Und so, das ist wie gesagt dann hier als doppelte Sicherheit vollkommen ausreichend. Meiner Meinung nach auf jeden Fall muss man da jetzt erstmal nicht machen. Und ihr seht es auch im Laufe des Videos, müsst ihr mal auf den Boden achten. Da bewegt sich überhaupt gar nichts. Also das hat meiner Meinung nach wunderbar funktioniert und war auf jeden Fall die einfachste Lösung hier an der Stelle. Wie gesagt, mit dem Kurbelbock wäre die beste Lösung, das steht außer Frage. Aber den kriegst du halt alleine schlichtweg nicht aufgebaut. Völlig unmöglich, das Ding dahin zu stellen. So, nächste Sicherheitsmaßnahme, hatte ich ja eben auch schon gesagt, hier noch ein kleines, naja kleines Gut. Da nehme ich jetzt den Holzbalken, der hier mal die Galerie gewesen ist. Der hat nämlich zufälligerweise genau die passende Länge. Da brauchte ich gar nichts groß zusammensägen oder sonst irgendwas. Und den baue ich mir jetzt als Geländer hin. Das heißt, auf der Protonschale mache ich ein kleines Loch rein, dass ich den da schön in die Protonschale praktisch treiben kann. Und auf der anderen Seite befestige ich den mit einem der Metallwinkel, die ich eben gerade unten bei der Verschalung abgebaut habe. Also hier wird praktisch alles refurbished. Da soll mal einer behaupten, ich wäre hier nicht nachhaltig mit meinen Baustoffen. Jedenfalls das Geländer, das ist jetzt richtig massiv und ordentlich. Da hast du jetzt auch optisch was richtig. Da kannst du dich gegenlehnen. Das macht auch tatsächlich ein bisschen mehr Sicherheit da oben, wenn du nicht so ins Leere schaust. Sondern da wirklich auch so ein dicker Balken im Weg ist. Und das macht es auf jeden Fall jetzt hier ordentlich. So kann man jetzt hier oben losarbeiten. Und ich würde mal sagen, bevor ich das mache, machen wir immer noch eine kleine Kaffeepause an dieser Stelle. Und er, wie immer, ein dickes Dankeschön an alle da draußen, die immer so fleißig meine Videos schauen, gucken, liken, kommentieren und so weiter. Auch wenn nicht jedes Video die gleiche Inhaltsqualität hat. Ich weiß, ich weiß, manche Folgen sind schwächer als andere. Es ist nun mal so, auf so einer Baustelle ist nicht jeder Tag gleich aufregend. Und man muss auch mal langweilige Arbeiten erledigen. Und daher freue ich mich immer sehr, wenn ihr das versteht und auch sagt, ja komm, so ist es halt. Was willst du machen? Ja, übrigens auch sehr praktisch, wenn man so ein Loch im Boden hat, wo man einfach alles reinschmeißen kann. Das ist auch sehr cool. Dann kriegt man so eine Etage ziemlich schnell aufgeräumt. Das einzige Problem ist halt, ja, wie so häufig, das ist halt dann wieder so ein Problem für den Zukunftsfachwerker, der dann unten wieder aufräumen darf. Schöner Mist auch. Dann habe ich noch so ein paar Kartons gefunden, war dann sehr interessant, was da noch alles so drin war. Das habe ich hier oben, glaube ich, das letzte Mal vor zwei Jahren dann abgestellt und bin dann hier nie wieder gewesen in dieser Ecke. Was auch der Grund ist wahrscheinlich, warum der Waschbärmaler oder sonst irgendwas sich da oben so mit angefreundet hat. Der Staub ist hier auch echt eklig dann. Das ist halt auch schon, ja, zwei Jahre alter Staub. Das ist halt auch alles nicht so geil. Deswegen trage ich hier auch jetzt an der Stelle durchgehend die Atemschutzmaske. Weil das dann schon so ein bisschen eklig ist, wenn du da dann immer alle so einatmest. Und dann geht es dabei Vorschlaghammer und erstmal hier. Das ist halt hier die alte Wand, da waren die Waschbecken und so weiter dran. Deswegen hatten sie da, das ist ja gar nicht doof, da hatten sie dann noch so ein paar Bretter zwischen gebaut, um das Ganze so ein bisschen zu verstärken. Das macht ja auch Sinn, ansonsten würdest du sowas ja an so einer einfachen Trockenbauwand nicht festkriegen. Aber hier ist schon das nächste Problem. Ich haue hier mit dem Hammer gegen und eigentlich zeigt sich die Wand recht wenig beeindruckt davon. Da habe ich festgestellt, Mist, auf der anderen Seite sind ja doch Riegeipsplatten dran. Ja, schöner Mist. Aber da habe ich ein bisschen Übung mit. Riegeipsplatten, da müsst ihr mal drauf achten, auf die Technik. Man muss das immer so ein bisschen, wenn du jetzt stark dran ziehst, dann brichst du einfach nur kleine Brocken ab. Und man muss das dann so in die Tiefe gehen mit dem Brecheisen und dann immer so ganz bisschen, ich nenne es mal wobbeln. Also immer so möglichst auf großer Fläche die losrütteln. Und dann reißen die überall aus den Schrauben raus und du kriegst sie mehr oder weniger als ganze Platte dann abgezogen, wenn man die Technik halt... Ich habe sie ja hier schon in mehreren hundert Quadratmetern Wandfläche verfeinern können, diese Technik. Deswegen ist es schwer zu erklären, aber es funktioniert, ihr seht es ja, es funktioniert ja an der Stelle. Und das kenne ich halt schon von dem ganzen Rest, den ich hier oben schon in früheren Zeiten mal abgerissen habe. Und so kannst du hier die Spanplatten relativ gut von den Riegeipsplatten dann trennen. Oder Gipskartonplatten müsste man ja eigentlich sagen. Also vergebt mir, wenn ich immer Riegeipsplatten sage, ich meine natürlich ständig die Gipskartonplatten. So, jetzt wird sich der ein oder andere fragen, warum mache ich mir hier so eine Mühe mit diesen Riegeipsplatten, die hier erst abzunehmen. Also ich habe ja eben mit Gewalt probiert. Zugegeben so Gewalt, Vorschlaghammer und so gegen eine Wand ist ja immer ganz witzig. Aber das Problem ist, dass diese Spanplatten, das sind drei Zentimeter dicke Spanplatten, die halten auch ein bisschen was aus. Und die sind hier, man sieht es ja hier auch relativ, ich will mal sagen, umfangreich befestigt. Ja, immer wieder Nägelschraube, Nägelschraube und so weiter und so weiter. Und es ist ja nicht der erste Quadratmeter Wand, den ich hier abreiße. Und an dieser Stelle ist es jetzt so, dass das sogar eher eine dankbare Geschichte ist, dass sie hier die Riegeipsplatten direkt vorgenagelt haben. Das hatte ich an anderen Stellen, da waren die Spanplatten verspachtelt. Das heißt also auch alle Schraubenköpfe waren verspachtelt. Und dann hast du die nicht wieder gefunden. Das heißt, dann bist du hier wirklich dran runtergegangen und hast mit dem Schraubenzieher gefummelt und gefummelt. Teilweise mit dem Metalldetektor, um die Schraubenköpfe zu finden, um sie dann loszuschrauben. Und weil das habe ich hier festgestellt, dass das mit Gewalt, die raus, wenn die festgeschraubt sind, kriegst du die so gut wie nicht hier auseinandergerissen. Fast keine Chance. Und da ist es wirklich wesentlich einfacher, wenn man schlichtweg die Schrauben löst. Wenn du mal hier oder da, wenn du eine Schraube vergisst, das ist nicht so wild. Aber wenn du 80% der Schrauben losbekommen hast, dann kriegst du die Spanplatte relativ gut, relativ einfach vor allen Dingen abgebaut. Und naja, das wie gesagt, ich habe ja hier schon so ein paar Quadratmeter gemacht. Das war so immer die Essenz daraus. Das heißt, hier bin ich ganz glücklich, dass die Rigipsplatten hier dran waren. Die kriegst du jetzt so runter. Und jetzt sehe ich mal zu, jetzt schraube ich die ab. Und es sind ja nur hier drei Stücke, dann noch ein viertes. Und dann will ich mal gucken, ob ich dann das Ständerwerk auch noch mal abkriege. Ja, so ist tatsächlich die, ich will es mal nennen, friedliche Lösung mit dem Akkuschrauber. Tatsächlich die sinnvollste Lösung, als hier mit Rohrgewalt gegen vorzugehen. Und das sieht zwar sehr fummelig aus, aber ist dann wesentlich ganz so anstrengend. Und apropos anstrengend, was ich eben meinte, dass ich jetzt ja auch mein Büro so ein bisschen umbaue, modernisiere oder so, wie auch immer. War ich nach, ach keine Ahnung, ewigen Zeiten mal wieder in einem Ikea. Ich brauche natürlich auch so ein paar, jetzt so einen neuen Schreibtisch bekomme ich noch. Aber ich brauche natürlich auch so ein paar Regale und Heidi-Teil drumherum so. Ich muss ein bisschen Lagerfläche haben. Und da dachte ich mir, oh, fährst du mal in Ikea. Da holst du hier so ein paar, keine Ahnung, Kunststoffboxen, ein paar Ordnersystemgedönse und eben so ein paar Regale und so. Hi, Witzka, das war wieder eine Aktion. Ja, boah, ich habe mir da richtig einen fettig gemacht. Ich weiß nicht, wer da ein bisschen Übung mit hat, ne. Aber ich bin da durch diesen Ikea durch. Ich hatte dann erst einen Einkaufswagen oben in dieser Abteilung. Habe da ein paar kleine Klammen mitgenommen. Dann bist du unten in dem Lager. Dann hast du diesen Einkaufswagen. Jetzt musst du aber die ganzen Regale einpacken. Dafür brauchst du aber so einen Schwerlast-Einkaufswagen. Da kriegst du aber wiederum den kleinen Kram nicht mit transportiert. Also hatte ich dann auf einmal zwei Einkaufswagen. Ist auch richtig geil. Also Ikea alleine kannst du eigentlich vergessen. Da brauchst du immer mindestens zwei Leute für, nur um alleine diese ganze Logistik dann hinterher zu bewältigen. Das ging leider jetzt nicht besser, weil sie die blöde Scheiße da oben in die Decke reingeschoben haben. Und um das da oben ist noch eine Reihe Schrauben und dafür müsst ihr jetzt die Decke erst loslegen. Da braucht man auch kein Wort drauf. Deswegen, aber da kannst du mal sehen, selbst mit hier so 1,50 Meter Hebel, diese Platten sind so aus von stabil. Das gibt's im Aufzug. Das gibt's aber auch nicht. Das gibt's aber auch nicht. Okay, damit... Hörne. 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 dieser raum hier oben der jetzt hier entsteht der könnte übrigens später mal mein neues büro werden wir sind nämlich gerade so ein bisschen noch an den grundrissen so am überlegen und so sagen wir so letzte änderungen noch einzuflegen was war denn vielleicht also wie wir welche räume also es geht nur darum wo welche räume bisher war ja mein büro geplant für den bruchstein anbau unten wo das dann reinkommen sollte und das würden wir jetzt gerne für was anderes verwenden und dann könnte dieser raum den ich jetzt hier oben quasi gerade erschaffe indem ich die wand dazwischen rausnehme das könnte dann tatsächlich in zukünftig mein büro werden bin ich mal sehr gespannt das könnte eine ganz interessante sache werden wenn ich da zum beispiel die decke oben dann offen lassen würde bis bis unter den vierst praktisch also nicht offen sondern halt dass da keine zwischendecke mehr reinkäme und so da habe ich da schon so die ersten ideen und wenn man da oben so steht dann ist das glaube ich auch ein ganz cooler raum so für ein büro da bin ich natürlich jetzt auch wenn ich jetzt gerade dabei bin mein aktuelles büro einzurichten bin ich natürlich auch mal so ein bisschen natürlich am schauen das was ich jetzt mache möchte ich natürlich auch später dann im neuen büro wieder verwenden können dass ich da nicht dann schon wieder irgendwelche möbel kaufen muss weil das ist natürlich auch ganz schön teuer das darf man auch nicht vergessen wenn du da vom ikea oder was kommst oder auch andere möbel da legen die ja richtig was vor deswegen mal gucken kann ich vielleicht irgendwann mal noch ein kleines update zu geben wie sich das ganze dann so entwickelt von den räumlichkeiten ja hier auf dieser seite kann man jetzt noch mal sehr schön sehen was ich eben meinte mit den schraubenköpfen ja hier habe ich wahrscheinlich damals auch keinen bock mehr gehabt deswegen war hier die fläche schon ab von innen und hier eben noch nicht ja weil ich hier keinen bock mehr hatte hier da war irgendwie ich glaube hier waren fliesen drauf oder was keine ahnung das war jedenfalls spachtelmasse und dann sieht das immer so aus du hast dann immer hier musst du dann gucken wo ist die nächste schraube dann bist du weitergegangen dann hier ich weiß nicht ob man es in der kamera erkennen kann dann hast du mit dem schraubenzieher ich habe das dann meistens hier mit dem prüftift so geguckt aha okay da ist die nächste schraube und so weiter und dann bist du hier wirklich jugendforsch durchgegangen und hast hier wirklich jede einzelne schraube gesucht das war wirklich eine katastrophe und das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen das ist jetzt ja nur hier so ein halber quadratmeter das habe ich hier in der gesamten etage gemacht das war wirklich eine katastrophe was ich da dran gesessen habe und jetzt muss ich mal gucken ja die scheiße ist jetzt klopfe ich da von außen ging jetzt kriege ich die wand hier auch nicht raus das muss ich mal gucken entweder setze ich jetzt hier die tijonsäge an und versuch es dann irgendwie mit gewalt oder was ich muss mal gucken ja oder ob ich jetzt hier tatsächlich noch so ein paar schrauben losknödel naja mal sehen ich habe mich dann letztlich fürs sägen entschieden wobei ich auch hier jetzt sagen muss an der stelle habe ich dann mehr oder weniger auch mit dieser platte zumindest erstmal kapituliert will ich mal sagen weil rechts an dem fenster diese konstruktion die müsst ihr euch mal ein bisschen genauer angucken ja da hast du also eine konstruktion aus lattenbalken sonst irgendwas das ist dann mehrfach ineinander verschachtelt es ist wirklich eine wahre katastrophe da ist dann noch eine fensterbank oben drauf gebaut und du musst natürlich bei diesem ganzen abriss konzept irgendwie immer so einen anfang finden wo du erstmal loslegst also man muss sich jetzt immer überlegen in welcher reihenfolge haben sie das aufgebaut und wie christus dann hat logischerweise am einfachsten wieder auseinander gebaut und das habe ich da an diesem fenster noch nicht so ganz gefunden das wird definitiv nochmal ein sehr großer spaß für den zukunftsfachwerker da muss ich wie immer gucken oder ob ich da auch wirklich völlig stumpf dann mit der säge da durch und somit richtig roher gewalt das ist halt der grund warum ich damals glaube ich an dieser stelle aufgehört habe weil ich da einfach keine idee und energie mehr gehabt habe das noch vernünftig auseinander zu bauen weil es wirklich sowas von verkorkst da ist das ist wirklich so da kann man fast sagen das ist eine innenkonstruktion für eine halbe ewigkeit und ich habe jetzt die aufgabe das wieder irgendwie auseinander zu dividieren das wird noch mehr richtig lustig fürchte ich für die nächste woche so wie hier diese ecke die muss ich ja auch noch freilegen und die protonstrahle das ist ja eine sache aber werft mal so einen kleinen blick da rechts auf diesen angewinkelten balken der da offensichtlich irgendeinen dach sparren ja abstützen soll ich weiß ja nicht so richtig so leute und hier haben wir noch mal eine richtig geile stil blüte der dach konstruktion wir können ja mal eine kleine challenge machen die frage die ich mich stelle ist wenn man das jetzt hier verfolgt ja das hier ist jetzt der sparren der geht jetzt hier teilt sich hier nochmal läuft hier zusammen läuft dann hier auf einen also erst mal hier auf ein brett was dann hier in die richtung weg geht und läuft auch noch mal darunter und wird dann hier über eine kleine konstruktion noch abgefangen auf die sparen platte die frage ist kann ich das jetzt hier einfach wegnehmen oder bricht mir dann dieser ganze klumpatsch also hier praktisch in die richtung dann einfach ein weil dann hier die stütze fehlt tja also ich bin mir nicht so ganz sicher wahrscheinlich wird das einfach halten weil letzten endes was soll das denn bitte schön halten das werden die wahrscheinlich gemacht haben weil sie es nicht besser wussten und die einfach gedacht haben naja besser wir machen das so als nicht hier war früher die duschwanne übrigens das war also kann man so sagen eine tragende duschwanne ja auch sehr interessant da muss ich mal gucken ihr könnt ja gerne mal unter die kommentare schreiben ob ihr damit rechnet dass hier irgendwas knackt wenn ich versuche das teil loszunehmen ja was soll ich sagen leute heute hatte ich ja fast schon so ein bisschen back to the roots gefühle ja da schwelgt man schon in erinnerungen so 2019 als ich hier den ganzen kram hier oben abgerissen habe die ganzen regips platten von der wand die ganzen sparen platten hier auseinander tausende von schrauben hier überall raus das war die hölle wie gut dass es da noch kein video material von gab weil da habe ich geflucht das könnt ihr euch nicht vorstellen und ja heute habe das mal so ein bisschen gesehen ja das war fast schon die letzte gelegenheit das mal wirklich live zu sehen wie das ganze aufgebaut waren hier die jetzt ein bisschen glück mit den regips platten und eben der entsprechenden konstruktion ging das sogar gar nicht mal so schlecht will ich mal sagen also das ist schon gar nicht übel jetzt kann ich gucken in der nächsten woche dass ich hier weiter mache den fußboden raus da muss ich mal gucken ob ich das so mache wie damals da hinten im anbau das heißt von oben also etwas mutiger der mutige ansatz würde ich es mal nennen ich stehe dann hier oben drauf während ich den boden zersäge klingt komisch hat aber drüben funktioniert vielleicht funktioniert es ja auch oder aber ich meine das gerüst muss ich eh aufstellen dass ich das gerüst hier drunter stelle und dann praktisch von unten arbeite ist halt ein bisschen ekliger wenn du von unten die sparenplatten zersägst und so weiter muss ich mal gucken das überlege ich mir noch und das einzige wo ich mir richtig noch was überlegen muss das ist unsere kleine sonderkonstruktion da hinten weiß ich auch nicht das ist ja wieder so eine stil blüte entweder lasse ich das also lassen kann ich es ja nicht aber ich muss ja diesen stab da muss ich ja wegnehmen wenn ich den boden abreißen möchte und ja dann werde ich wahrscheinlich so machen wie es auf der anderen seite auch schon gemacht habe mit so einer kleinen angststütze das heißt ich stelle eine stütze drunter macht er erst ein loch im boden stelle eine stütze von unten dann von der bodenplatte praktisch hier drunter die das ganze dann abfängt und dann sieht man es ja wenn man dann das ding absägt und die stütze dann ein bisschen lose macht so habe ich es ja da auf der anderen seite auch gemacht dann sieht man ja ob das nachsackt und dann hast du so ein gefühl zumindest hast du dann immer die stütze darunter stehen für den fall der fälle und im zweifelsfall bleibt die da stehen bis wir dann beim dach bei sind ich meine naja ist ja nicht so dass ich hier keine stützen hätte also von daher mache ich mich da auch nicht bange vor und dann wieder hier proton weg und so weiter und so weiter naja geht auf jeden fall wieder dabei und ja ich finde ich bin ganz zufrieden hier die waren soweit schon mal raus und dann können wir dann nächste woche weitermachen und schon aufräumen und dann war es das auch für heute und an der stelle würde ich sagen danke euch fürs zuschauen wenn noch was sein sollte schreibt es gerne in die kommentare sagt auch gerne euer tipp was ihr davon so haltet hält das oder nicht und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video wieder bis denn leute ja moin moin zusammen ich grüße euch hier freunde des fachwerks altbausanierer und heimwerker helden hier ist wieder euer fachwerker und ich bin mal wieder live auf meiner baustelle für euch an am samstag mit einem neuen video tagebuch und heute haben wir wieder so richtig dynamisches tagebuch erstmal muss ich mich um unsere super dynamische dachkonstruktion da oben kümmern bisschen proton abreißen hier seht ihr das hat schon der schwerkraft folge geleistet und hin und her und dann muss ich ja sehen für die decke da oben und so weiter zwischendurch machen wir noch einen kleinen abstecher in mein büro ich bin ja wirklich sehr stolz dass ich mal mein büro so ein bisschen auf stand gebracht habe ein neuer schreibtisch und so weiter und so weiter wenn das nicht interessiert ich habe ja auch heute mal kapitelmarker eingebaut ins video dann könnt ihr das ja auch einfach überspringen wer lieber hier mich auf der baustelle begleiten möchte naja so viel wie jedenfalls dazu ich quatsche auch gar nicht langer sondern wünsche euch viel spaß beim anschauen so da sind wir wieder hier in meinem obergeschoss weiter geht's wieder mal hat die arbeit keiner für mich gemacht aber es hat ja auch kein neuer waschbär hingeschissen ich muss mal gucken ich will mal noch unbedingt die überwachungskamera hier heute aufstellen mal gucken ob ich hier noch einen von den kollegen erwische vorausgesetzt heute abend ist hier noch der boden drin da arbeite ich jetzt nämlich dran jetzt will ich mal sehen diese ecke da was ich letzte woche schon sagte wobei ich überlegt habe ich schätze mal diesen komischen rahmen um das fenster den kann ich auch tatsächlich erst dran lassen den können wir dann nachher mit der giebelwand zusammen abreißen ich muss nur sehen dass ich diese ecke noch wegkriege dass ich hier an den boden komme dann müssen die protonsteine weg weil die sind nachher dann schwierig wenn die decke raus ist dann ist das hier sehr hoch ja da musste das gerüst schon zweistufig aufbauen damit die hier oben noch dran kommt deswegen mache ich das lieber jetzt sieh zu dass ich die protonsteine damit rauskriege naja und dann muss ich zusehen dass ich hier den fußboden rauskriege und mich natürlich noch da hinten um unsere kleine super sonder der konstruktion da kümmern ja da schauen wir uns gleich alles mal so in ruhe an war und hier ging der arbeitstag auch schon gleich wieder richtig gut los ne erster fosten den ich hier weg reißen und stelle schon fest ach du liebe zeit da ist aber ganz schön druck drauf ne also nur zur info das hier ist keine tragende innenwand um himmelswellen also das kann man jetzt hier im video etwas schlecht erkennen oben drüber geht noch eine fette und oder zwei fetten logischerweise eine rechts eine links und die decke die jetzt hier oben drüber geht die ist praktisch von unten in diese fette eingehangen also anders kann ich das nicht bezeichnen so ungefähr sieht es aus also sprich diese innenkonstruktion ist nicht tragend aber hier wird sich das irgendwie gesetzt haben weil auf diesen pfosten hier auf diesen den ersten habe ich jetzt noch so halbwegs rausgekriegt gleich beim zweiten müsst ihr mal darauf achten da bleibt dann auch tatsächlich das sägeblatt hängen und ja den muss ich dann so ein bisschen gewaltsamer da rausreißen aber die der druck der da drauf war das denke ich mal das war einfach nur vom setzen über die jahre oder was auch immer da vielleicht haben sie die da auch unter druck reingekloppt oder was das war jetzt nichts weltbewegen das aber hier musste ich jetzt ihr seht ich arbeite auch wieder mit meiner makita säbelsäge weil tatsächlich die akkumaschine zu schwach ist also die ist ja ganz praktisch nur so eine akkumaschine die ich da habe diese parkside performance oder was also an für sich kannst du sagen ist das schon ein gutes teil aber die ist einfach zu schwach also da kriegst du gerade so diese spanplatte durchgesägt aber wenn das hier so ein bisschen mehr ins eingemachte geht dann brauchst du tatsächlich eine mit netzanschluss sonst hast du einfach nicht genug dampf da drauf naja hier habt ihr eben gesehen das war alles ein bisschen hakelig aber jetzt habe ich da die fehle raus dann ist hier das ist mehr oder weniger pflichtübung wieder die guten spanplatten noch ein bisschen mineralwolle der übliche mischmasch alles dann direkt über bord nach unten und weg damit ich habe mich dann übrigens entschlossen bezüglich dieser konstruktion da um das fenster das werde ich erstmal einfach noch da drum rum lassen das stört jetzt nicht und das kann man dann hinterher im zuge des giebelwand abrisses auch einfach mit abreißen ja so jetzt wollte ich gerade bei der proton schale anfangen weil ich will es mal nennen dieses loch hier meine allwissende müllhalde wo ich einfach nur alles rein werfen dann ist das auf einmal weg ja wollte ich eigentlich auch für die proton steine nutzen das heißt also ich wollte jetzt ja nicht anfangen das gechillt hier ein bisschen abreißen und immer schön die steine erstmal nach unten so dann ist mir aber gerade eingefallen ich wollte noch so ein bisschen mülltrennung machen und ja guck mal was da unten ist da gucken ja die rohre raus die abwasserrohre ja hier kommt ja mal ein badezimmer hin da sind die abwasserrohre alter das habe ich überhaupt nicht mehr bedacht da schmeiße natürlich nur einmal den proton stein drauf dann ist die sache erledigt das heißt also planerinnerung der eigentliche plan war ich habe ja jetzt die ganze zeit schön das holz da hinten runter geworfen und das war eigentlich die idee dass ich das nicht so oft anfassen muss ich schmeiße hier das holz runter schmeiße da die steine runter und wenn ich dann hier soweit durch bin dann kann ich das unten sortieren ja das hat jetzt nicht so gut funktioniert ich habe jetzt erstmal hier aufgeräumt ich muss jetzt hier das ganze holz erstmal wegräumen habe ich jetzt alles darüber holz und riehgipsplatten getrennt damit ich die auch vernünftig dann wieder entsorgen kann und naja jetzt kann ich hier im prinzip die steine dann in diese richtung rauswerfen ja das war wieder wie gut dass mir das noch aufgefallen ist das wäre der hammer geworden wenn ich da die rohre aus blödheit kaputt geworfen hätte naja gucken ob ich hier ich probiere jetzt mal gleich wieder meinen bosch hammer aus hier ich glaube der könnte für diese proton hier ganz gut funktionieren naja und diese drei reihen proton steine die werde ich ja wohl irgendwie raus kriegen war das ist wie ich schon mal bemerkt habe eigentlich genau die richtige größe also diese ich will es mal nennen diese fünf kilo fünf bis sechs kilogramm klasse von bohrhammer das ist genau das richtige jetzt für diese arbeit wo du ein bisschen kraft brauchst aber eben noch nicht so eine schwere maschine also sprich meine 10 12 kilo makita die ist dafür eigentlich schon viel zu stark und auch viel zu schwer zu handhaben diese kleine 2,5 kilogramm maschine von cat power tools mit akku die ich da habe die hat zwar eine wunderbar lange akkulaufzeit aber die ist dann wieder ein bisschen zu schwach dafür da kannst du dann nicht so richtig hart rangehen mit dem kleinen ding das ist ja dann mehr so ein spielzeug und diese fünf kilo maschinen so wie jetzt hier meine bosch das ist eigentlich perfekt damit kannst du diesen proton stein richtig geil bei kommen die maschine ist schön handlich die kannst du gut bewegen also die ist wirklich super und gerade so jetzt hier sitze ich oder stehe ich ja auf festem boden aber auch später auf dem gerüst ist das dann auch ein bisschen dankbarer wenn du nicht immer mit so einer mega schweren maschine arbeiten musst also ich denke mal da werde ich jetzt mit der bosch ganz gut vorwärts kommen war ja das hat auf jeden fall mal ordentlich geklappt will ich sagen das hätte ich gar nicht in zeitraffer aufnehmen brauchen da hätte zeitlupe für ausgereicht wie ich das hier zerstört habe ja das war wieder ganz angenehm ja hier in diesem bereich war es jetzt wieder bis auf dieser komische keine ahnung freunde warum zur hölle war da jetzt wieder ein betonklotz dazwischen was ist das denn ein kompletter fetter betonklotz naja egal das sind wieder so die stilblüten die lasse ich mittlerweile ja schon einfach so durchgehen interessant finde ich wo diese ganze styropor wegkommt die wahrscheinlich wieder ein viech hier oben hin gekaspert weil ich wüsste jetzt nicht dass hier irgendwo styropor gewesen wäre naja wie dem auch sei jetzt geht es da weiter jetzt muss ich nur eine kleine zwangspause machen der akku der bosch muss nämlich wieder geladen werden das ist ein bisschen der nachteil die funktioniert ja ganz gut aber du brauchst da echt zwei akkus führen das brauchst mit diesen 5,5 amperestunden gar nicht anfangen aber jetzt für die andere seite reicht es auch gleich und dann wenn die genauso schnell weg geht dann bin ich doch eigentlich auch zufrieden ja das ist tatsächlich der einzige nachteil hier mit dem energieverbrauch von dem teil was ich gerade meinte da hält der akku hat nicht so lange da kannst du denn eine schöne zwangs kaffee pause machen allerdings leider sieben minuten im video hier also da machen wir natürlich noch keine offizielle kaffee pause sondern noch inoffiziell aber hier ist dann auch wieder sehr cool obendrauf ist dann ein stück holzbalken und der ist auch wieder ein betoniert in den beton also das ist wieder eine ganz seltsame konstruktion wie ich auch mich wieder nur gefragt habe warum macht man sowas also da habe ich eine bild eine proton schale und obendrauf zimmere ich dann ein holzbalken wie gesagt okay das kann ich ja noch gelten lassen so aber warum jetzt gleich wenn ich den ab den krieg übrigens auch nicht ab dann muss ich tatsächlich diesen blöden da ist wieder so ein metallwinkel dran wie sollte es auch anders sein denn muss ich tatsächlich abflexen weil ich das dinge da nicht rauskriege hinten ist das zwischen den sparren eingeklemmt und hier vorne kriegst du die nägel nicht raus also das ist jetzt wieder ein riesiger betonklotz der dann einfach noch oben drauf hier spasselt wurde also ich habe wirklich vielleicht hat ja einer von euch eine ahnung was denn die intention davon sein sollte weil ich muss ja sagen also dass jetzt eine schale dir da war einfach nur eine spanplatte vor hat das war also jetzt nicht irgendwie dass das eine tragende konstruktion sein sollte oder werden sollte oder was auch immer das war wirklich einfach nur ja die schale die dann einfach oben aufgehört hat also das ist für mich absolut unverständlich warum man da sich dann noch sowas oder da war irgendwas anderes mal geplant und das hat sich dann doch nicht so ergeben und deswegen haben sie danach einfach zugebaut weiß ich nicht ja also das jedenfalls hier der absolute knall also jetzt muss ich nur das einzige nervige ist jetzt muss ich jeden stein hier einzeln rüber schlüren bis zum treppenhaus unten runter werfen das lässt sich halt nicht ändern weil was ich ja eben schon gezeigt hatte durch das loch darf ich die steine auf gar keinen fall nach unten werfen das halten die guten kg 2000 rohre dann auch nicht aus und das willst du nicht haben dass du dir so ein ein betoniertes rohr in der bodenplatte dann mit einem stein zerstörst vor allem nicht mit einem protonstein ja das wäre für mich natürlich auch psychologisch ein ernsthaftes problem naja so ihr seht das geht hier ratzifatzi schon sind die steine weg selbst dass ich die immer alle rüber schlüren muss wo ich übrigens richtig rückenschmerzen von nachher hatte aber insgesamt war der abbau dann doch relativ schnell erledigt das heißt jetzt als nächstes kann ich mich dran machen hier die deckenplatten abzubauen nachdem ich mich um die konstruktion da gekümmert habe aber bevor man das insgesamt macht macht es immer sinn das ganze sauber zu machen weil ich will jetzt hier gleich die deckenplatten abschrauben oder absägen und so weiter und deswegen räume ich jetzt hier einmal auf auch hier ist der vorteil ich brauche ja im prinzip nur alles nach unten schippen da hinten in der ecke da hatte sich auch ein marder ein nest gebaut aus mineralwolle das schippe ich da gerade noch auseinander das war richtig viel und ja jetzt hier im prinzip den ganzen kram erst mal nur oben weg dass ich das ordentlich habe dass wenn ich dann nachher da mit der t-säge dann am arbeiten bin und die platten zersäge dass ich da ja klarheit habe wo die balken sind und wo die platten sind und so weiter und so fort das ist dann schon ganz wichtig dass da zwischendurch mal aufgeräumt wird und bevor es jetzt weiter geht hier oben mit der super dach konstruktion wenn wir hier soweit fertig sind machen wir erstmal einen kleinen sprung in mein büro ja das wollte ich euch unbedingt einmal zeigen ich bin nämlich wirklich ein bisschen entzückt jetzt von dem ergebnis von meiner rumpelkammer hin zu einem ordentlichen büro das sieht nämlich jetzt richtig gut aus hier könnte ich jetzt praktisch sogar kunden empfangen ja leute jetzt die große frage was machen wir jetzt hiermit also letzten endes ist das hier einfach nur natürlich wie sollte es anders sein mit einem metallwinkel auf der spanplatte befestigt also auch wenn hier natürlich direkten deckenbalken drunter ist aber das kann ja eigentlich also das darf ja überhaupt gar keine wirklich interessante funktion für die statik des daches haben also das ja das wird auch so eine angststütze gewesen sein weil sie quasi gewusst haben die halt schneiden da viel bei ane weg und ja ich hätte jetzt gesagt ich probiere das einfach mal also fühle das mal vorsichtig vor hier und dann gucken wir uns das mal an natürlich gehst du da jetzt nicht bei wie so ein ork von herr der ringe und klopste einfach einmal gegen sondern man fühlt natürlich jetzt erstmal vor guckt ein bisschen und überlegt ein bisschen und naja man muss halt jetzt so ein bisschen gefühl für diese seltsame konstruktion kriegen um sich dann zu überlegen was wäre jetzt die beste idee jetzt stehen wir hier im großen fragezeichen an unserer super konstruktion also es ist schon jetzt ist natürlich logisch dass da druck drauf ist und so ne wenn ihr die hier so keilmäßig drunter klopft das ist aber auch so eine interessante konstruktion also mit interessant meine ich irgendwie total beschissen was das hier sein soll also das hat auch nicht den eindruck als wäre das schon mal irgendwie gekommen und die haben das dann hier nachträglich mit gesichert und dann schnell eine duschwanne vorgebaut damit es keiner mehr sieht oder so keine ahnung ich werde jetzt mal schauen wenn ich jetzt hier die hinterste ecke erst mal wegschneide dass ich den ersten deckenbalken freilege hier ist der zweite deckenbalken wenn ich das jetzt hier quasi vorhersäge dann kriege ich hier so ein loch ein und dann probiere ich mal ob ich da eine baustütze durchkriege dass die bis hierhin geht das ist jetzt die frage ob ich die so hoch bekomme muss ich mal gucken 5 meter 50 ist dann schon knapp hier bis hier in die etage rein muss ich mal gucken aber dass ich hier auf jeden fall erst mal nur rein vernunftsmäßig erst mal eine baustütze drunter stelle weil wegnehmen kannst du sind ja immer noch aber wenn das hier knackt wenn das hier wird ja nichts zusammenbrechen aber nichtsdestotrotz also das ist hier ich will hier aber auch nicht das kartenhaus umwerfen sage ich mal ganz ehrlich doch naja probieren wir es mal hier wegschneiden das geht ja auf jeden fall ja wie ich meinte es macht immer sinn da vorsichtshalber eine baustütze drunter zu stellen ich habe sie ja eh da das ist dann für mich kein problem deswegen sehe ich jetzt erstmal zu dass ich außen eine schon mal ein stück von der sparenplatte bis zu dem ersten deckenbalken schon mal weg nehme dann brauche ich da hinterher nicht mehr dran rum zangeln und ja dann hole ich mir mal so eine schöne fünfeinhalb meter baustütze aus meinem schuppen die dinger wiegen übrigens auch einiges ich habe das jetzt von unten mal ausgelotet wo ich ungefähr hin muss hier an der stelle deswegen sehe ich da jetzt praktisch ein kleines loch rein wo ich dann mit der baustütze durch möchte damit ich eben genau unter dieser konstruktion danach herauskomme das ist erstmal so der grobe plan in der praxis habe ich jetzt aber das problem dass die spaustütze natürlich nur bis irgendwo ihr seht ja da bis so eine meter unter dem loch dann rauskommt und jetzt bräuchte ich irgendwen der fliegen kann der mir dann diese baustütze nach oben hin raus zieht jetzt kommt wieder der ingenieur also jetzt das problem ist ich hätte das ja vielleicht mit der elektrischen seilwinde gemacht aber die wird ja schon benötigt um die decke zu halten so das heißt also ich habe mir das vorhin überlegt ich habe da jetzt ein seil genommen da diesen strick habe den um die dings um die stütze drum gebunden und ziehe jetzt mit dem seil ziehe jetzt die stütze aus so jetzt bleibt die stütze natürlich nicht in der position jetzt bräuchte ich jemanden der unten auf der leiter steht und da diesen metall pin dann rein drückt das habe ich damit einfach gelöst indem ich die oben fest gebunden habe und dann selber und den pin rein gedrückt habe wie ihr seht habe ich schon ein bisschen respekt hier vor dem ganzen also ich habe ich keine ahnung wie wichtig oder unwichtig diese stütze hier ist das hat jetzt habe ich die baustütze zumindest von unten erstmal hochgeschoben so weit so gut die hält jetzt naja ich meine das kann man sich ausrechnen die hat jetzt ja nicht den winkel also ist natürlich klar wenn hier wirklich last drauf wäre dann würde der auch weg klappen und eventuell die stütze einfach dann in diese richtung um kippen weil sonst hätte ich die jetzt so anbringen müssen so also im selben winkel wie das dach habe ich jetzt nicht gemacht jetzt habe ich mir noch hier ein gegen gestemmt zur sicherheit und jetzt werde ich das mal so machen hier unten ist ein alu winkel ein metall winkel den flex ich jetzt mal an und dann gucke ich mal was da passiert entweder springt er mir gleich entgegen das knackt und ich springe aus dem bild keine ahnung werden wir sehen auf jeden fall habe ich jetzt hier mehrfache sicherheit eingebaut in der hoffnung dass das klappt besonders bei dem ab flexen habe ich voll das kopf kino gehabt ja dass ich diesen metall winkel da unten abflexe und dann klatscht das dingen in den raum die stütze fliegt weg der balken explodiert keine ahnung ja also da habe ich wirklich ein bisschen schiss gehabt vor allem weil ich habe ja auch hier ohrschutz auf und dann hörst du auch also dann fehlt dir so ein bisschen so ein bisschen gefühl dass das hier übrigens alles so wackelt mit der kamera braucht ihr euch jetzt nicht wundern weil die steht natürlich jetzt hier auf diesen losen sparen platten auf denen ich da so am rumrödeln bin deswegen wackelt das bild auch manchmal mit der gopro also von daher das hat jetzt nichts damit zu tun an dem dach hat sich natürlich so gesehen gar nichts bewegt außer so eine kleinigkeit dann habe ich auf jeden fall nicht schlecht geguckt als auf einmal die mörtelbrocken denn von oben runter gesegelt kam du junge 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 hier kommt immer wieder mörtel von oben runter aus dem dach da hier die ganzen ziegel sind ja alle vermörtelt und da ich das natürlich jetzt hier massiv am dach rum kloppe fällt hier immer mal wieder ein brocken runter habe ich mir lieber mal einen elm aufgesetzt sicher ist sicher so jetzt gucken wir mal ob man dem jetzt den letzten rest geben können ich weiß nicht wie es euch geht aber jetzt wird es auch nicht so langsamer zeit dass das hier vorwärts geht ich zange da jetzt schon so lange an dieser konstruktion rum und im prinzip habe ich die ganze zeit da nur ein stift in der buchse irgendwann muss das auch mal vorwärts gehen deswegen zack die säge angesetzt und erst mal tatsachen geschaffen hier und anschließend dann diese hilfsstütze da noch welche kloppt da ist ein bisschen gekommen ich weiß nicht ob es in der kamera gesehen hat ganz klein ein bisschen ist ja gekommen vielleicht ein zentimeter auch wieder ein bisschen mehr druck als eben ja ich glaube war gar nicht schlecht dass ich die stütze hingestellt habe war vielleicht gar nicht so schlecht muss man mal noch gucken also wehen kannst du sie jetzt nicht mehr das konnte man eben schon also naja wir lassen sie mal besser stehen würde ich sagen damit ist das kapitel für heute zumindest abgeschlossen jetzt werde ich erstmal sehen dass hier an der decke weitermachen ihr seht es wird so langsam auch dunkel und da habe ich wenigstens einmal noch hier ein so eine lage wer das tagebuch oder die tagebücher kennt in denen ich da auf der anderen seite vom haus dahin im anbau die decke abgerissen habe das funktioniert eigentlich ganz gut man sehe ich so ungefähr in der mitte zwischen den deckenbalken sägt man einfach die spanplatte durch dadurch hat man so ein bisschen den hebel und über den hebel kann man dann die spanplatte die dann meistens nur drauf genagelt ist auf die deckenbalken kann man sie dann lösen an dieser stelle geht das nicht ganz so gut weil die spanplatten schon recht weich sind die können jetzt ja feuchtigkeit auch nicht so gut ab und hier war früher mal ein estrich drauf tatsächlich ein richtiger estrich weil das ja mal ein badezimmer war aber hier sind die spanplatten relativ weich und dadurch lassen die sich nicht so gut lösen weil du die nicht hebeln kannst wenn du sie hebelst dann gehen sie halt kaputt seht ihr da jetzt so einzelfretzel naja dadurch wird es heute nichts mehr aber naja bleibt ja noch ein bisschen was denn für den für den zukunftsfachwerker übrig für heute kann es das erst mal genug sein ja das jedenfalls von den abenteuern der dachkonstruktion für heute ihr habt gesehen ich habe mich ja schon so ein bisschen angestellt hierbei aber das sieht im video immer alles so easy peasy aus aber wenn du hier wirklich stehst unter diesem dach und die ganze zeit nur hörst und so ist das schon immer man spürt ich habe ja noch eine dimension mehr ich spüre das ja auch hier und man spürt schon ob auf so einem kantholz ob da druck drauf ist und so weiter und ob da irgendwo irgendwelche kräfte eventuell gegen drücken das fühlt sich echt nicht gut an wenn du dann anfängst irgendwo rum zu sägen also vor allem weil er echt nicht weiß was damit sein soll und so ein kleiner aluwinkel da am ende der hält das ja auch nicht aber so mit der stütze hat es jetzt ganz gut funktioniert ihr hattet ja in die kommentare reingeschrieben letzte woche dass ich hier so ein wechsel einbauen sollte so ähnlich wie ich es auf der anderen seite ja auch gemacht habe das kann man natürlich noch machen ich habe jetzt hier einmal hier ist ja ein dicker sparen und außen hätten wir auch noch einen und das ist zwar fast meter 50 abstand dazwischen aber da könnte man natürlich wenn man jetzt ein entsprechendes kantholz nehmen würde könnte man das dann natürlich zwischen machen das sollte dann eigentlich genau so einen job erfüllen wie letzten endes jetzt hier die baustütze also das wäre jetzt wieder noch was für den zukunftsfachwerker das kann ich dann vielleicht nächste woche noch angehen aber auf jeden fall muss ich jetzt sehen hier die decke raus da hatte ich jetzt heute kein bock mehr drauf ja aber jetzt hier die decke raus das ist ich hätte jetzt also ich war ist jetzt ja eigentlich nur eine pflichtübung hätte ich jetzt fast gesagt aber ihr wisst ja wie das hier mal aussieht mit den einfachen pflichtübungen mal gucken was mich hier sonst noch für überraschungen erwarten wenn ich hier nächste woche dann diesen letzten kram hier rausreiße dann kann ich das gerüst aufstellen und kann den rest von der proton schale runter rupfen da bin ich mal gespannt was da noch so auf uns zukommt naja soviel jedenfalls für heute wenn noch irgendwas sein sollte schreibt es gerne in kommentare ich freue mich an ihr wisst das lasst auch gerne ein like da das wisst ihr ja auch das mag der youtube-algorithmus ich natürlich auch und an der stelle danke ich euch immer fürs zuschauen würde sagen wir sehen uns im nächsten tagebuch wieder ja moin moin zusammen ich grüße euch hier freunde des fachwerks altbausanierer und heimwerker helden hier ist wieder euer fachwerker und ich bin mal wieder live auf meiner kleinen baustelle für euch an einem samstag mit einem neuen video tagebuch so heute geht es dabei da oben die decke zumindest ist der eine teil der decke der geht heute auf jeden fall erst mal so richtig den bach runter dann gibt es noch so ein paar arbeiten an so anderen spezialkonstruktionen und damit ich auch noch so ein bisschen draußen vorwärts komme ja mit meinem grünschnitt kram habe ich mir ein bisschen unterstützung geholt von meinem ich sag mal nachbar schrägstrich flieger kollegen der kennt sich nämlich ein bisschen aus hat die richtigen geräte wie zum beispiel einen entsprechenden häcksler und da war dann so einiges an grünzeug in naja mehr oder weniger seine einzelteile zerlegt wie auch immer an der stelle quatsch ich auch gar nicht lange sondern wünsche euch viel spaß beim anschauen ja freunde und morgenstund hat gold im mund und deswegen fangen wir hier direkt früh im morgengrauen bereits an hier diesen ganzen kram hier weg zu reißen falls ihr euch erinnert deswegen ist ja auch schon eine kahle stelle hier rechts im bild ja 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 vor ein paar wochen schon mal ich würde mal sagen naja mit so medium erfolgreich habe ich ja hier schon mal versucht beizugehen und habe seine erst mal wieder aufgegeben aber das habe ich mir ja voll ein fertig gemacht und habe dann erst mal hier kollegen philipp angerufen sei hier komm ich brauche ein bisschen hilfe der macht das nämlich auch so ein bisschen hobby mäßig der hat nämlich auch so ein häcksler da rechts der trecker den hat ein bild sieht das auch seiner und der macht das sie immer ganz gerne also da sage ich alles klar da habe ich doch was und deswegen aber gesagt kommen wir schön zu zweit mal eine runde ein bisschen bagger fahren und so läuft ja immer ist ja auch immer so ein bisschen männer spielplatz und zu zweit sind solche sachen auch wesentlich einfacher zu erledigen gleich seht ihr das noch mit zwei maschinen zwei mann zwei maschinen da kannst du richtig was wegreißen und das ganze hat dann auch noch ein bisschen spaß gemacht so was wir jetzt hier machen die ganzen gedöns weg die ganzen wurzeln vor allen dingen da raus von den rhododendrons und was weiß ich was das hier alles an pflanzen war dieses widerliche geotextil was da überall liegt leute vergesst es niemals geotextil in diese ganzen büsche da rein schmeißen das ist die letzte scheiße naja das muss jedenfalls auch alles hier erstmal weg und fragten jetzt wahrscheinlich einige menschen was machst du denn hier warum warum muss das jetzt alles weg ist ja immer die standardfrage das ist jetzt hier an dieser stelle enorm wichtig ihr seht jetzt ja hier da kommt auf einmal unser haus zum vorschein dahinter und ihr seht das ist ja die noch letzte verbliebene unbehandelte giebel wand und an der wand das ist jetzt ja was ich im innenbereich gerade vorbereitet dass wir da die sanierung fortführen also sobald wir jetzt bei der traufenseite die den ganzen kram fertig haben und da müssen wir natürlich auch platz haben und zum beispiel hier mit meinem teleskoplader wenn wir da irgendwelche ständer auswechseln müssen oder sonst irgendwas musst du davon ausgehen dass du da auch mal mit teleskoplader irgendwie dran kommst und das geht halt nicht anders als hier von der straße da quer rüber und wer sich erinnert das ist ja echt schon jetzt ein paar tage ja dass ich auf der anderen giebel seite jetzt von hier aus gesehen da habe ich ja auch erstmal alles weggerissen da war früher eine terrasse vor eine mauer vor da waren auch blumenbeete vor das habe ich auch alles weg gemacht und das war auch genau richtig weil sonst hätten wir ja niemals den platz gehabt um da damals mit dem sechs tonnen bagger und sonst irgendwas zu agieren und das gleiche ist hier auch und wenn es einfach nur der der korb ist im teleskoplader um da oben dann arbeiten zu können das heißt also was er jetzt seht da dieses schlacht welt war ist ja mittlerweile schon fast alles weg das muss halt weg damit wir da genügend platz haben und spät her so wenn wir irgendwann mal in diesem haus einziehen dann werden wir das halt entsprechend dann auch wieder ein bisschen anlegen das ist ja logisch ja nur halt jetzt im moment ist der ganze kram im weg und es ist auch das meiste von dem ganzen gewächs ist auch ganz schön verlottert so von daher bleibt da auch fast nichts anderes übrig als das meiste davon wegzureißen 23 rotodendron sind dabei ein werden wir gleich noch mit wegziehen einheitliche letztes marschern oder zwei habe ich letztes mal ja schon daraus gezogen die wir dann möglichst noch retten wollen und der restliche kram der wandert erstmal weg genauso wie jetzt hier die wurzeln bisschen problem verlagerung ich schmeiß die wurzeln jetzt erstmal nur eine seite damit sie uns erstmal nicht stören und um die entsorgung muss ich mich dann später noch kümmern da muss ich mal was für ein zukunftsfachwerker aber ich glaube die kannst du so beim beim normalen wertstoffhof da einfach abgeben das ist einfach abgeben natürlich nicht aber das ist zumindest ganz sondermüll da muss man ja heutzutage schon glücklich drüber sein und wo man auch glücklich drüber sein muss ist wenn man einwandfreie gebrauchte maschinen kauft ich habe jetzt hier bei dem caterpillar ich meine so funktionieren tut er ganz gut bis auf natürlich die das hydraulische verstellfahrwerk was ja pauschal nicht geht wo also irgendwo einen ich nehme es mal an elektrischer fehler vorliegt ja das dann umschaltventil nicht umschalt noch keine zeit mich darum zu kümmern weil das jetzt für mich nicht so wichtig waren aber was ich jetzt gesehen habe jetzt hat er eine woche in der werkstatt gestanden und da tropft halt öl raus irgendwo in der mitte hydraulik öl also irgendwas ist da undicht das ist immer ärgerlich wenn du das verkauft kriegst das teil mit ist absolut dicht und so das ist also dann immer schön die behauptung und du siehst es dann auch beim kauf dass er halt ja zumindest ist trocken ist und dann hast du da halt ein paar stunden mit gearbeitet und dann läuft aber unten das öl raus toll denkst immer schöner mist haben sie dich im prinzip ja beschissen wenn du so willst ist immer ein bisschen ärgerlich jetzt muss ich mal gucken da kommst du jetzt von unten natürlich nicht so dran da kann man von oben da kannst du das blech das quasi das trittblech im innenbereich die fuß den fußboden kannst du rausnehmen und dann kannst du da halt rein muss ich mal schauen wo da jetzt was genau undicht ist oder was muss ich mal gucken ist halt wieder doof naja das ärgert mich immer so ein bisschen aber ich wollte eh noch eine wartung machen ist auch geil die von caterpillar melden sich auch nicht mehr ist auch cool da wurde so ein kundenkonto anlegen dass ich damals so ein satz hier öl filter et cetera mal kriegen die melden sich auch nicht mehr also die wollen auch mal keine geschäfte machen das ist immer der knaller ist die die erwarten immer alle dass du da auf knien durchs foyer robst nur weil du da irgendwie einen filter kaufen willst es ist irgendwie symptomatisch für baumaschinen wer so ein ding schon mal irgendwo gekauft hat ja also jetzt gebraucht bei händlern oder da irgendwelche teile für braucht da die das ist den sowas von also wirklich kundenservice wird da so extra klein geschrieben ja und dann noch in kursiv also da kannst du echt nach hinten machen das ist irgendwie die ganz ganz seltsame klientee die die da erwarten irgendwie weiß ich auch nicht also da musst du dir schon einiges gefallen lassen naja so jetzt geht es eigentlich dabei da hat sich ein bisschen grünzeug hier angesammelt jetzt hier auf dem hof und jetzt schmeißen war den häcksler an dahinter dem traktor angetrieben da über die welle und raken da mal richtig das grünzeug durch und ihr seht ja wir lassen dann den grünen schnitt oder wie nennt man das was dann hier oben da rauskommt praktisch lassen wir direkt wieder auf das beet runter dann ist das vom teller und so viel ist das am ende also auch hier dieser häcksler ist jetzt auch kollege sagt hier das ist so ein einfaches dingen irgendwie polnischer polnisches fabrikat also jetzt kein premium sonst was häcksler also der kriegt so richtig was weggestemmt so ist es nicht also da haben wir auch zwischenzeitlich ganz langschöne stämme noch reingeschwimmen das ist schon gar nicht übel aber so kleinigkeiten so wie hier sieht man dann nimmt er das nicht so ganz an da muss man so ein bisschen fummeln und hin und her also wir haben auch zwischenzeitlich noch einiges umjustiert um den da praktisch dann dazu bewegen dass das mal alles ein bisschen besser funktioniert aber das sind halt so die abstriche da muss ich so ein paar mal lächeln so weil das letztendlich ist klar wenn er das jetzt nur so im hobbybereich benutzt dann reicht das natürlich es funktioniert du kriegst alles mit erledigt aber da sind halt auch wieder so ein paar bauart bedingte dummheiten dran da ist zum beispiel wenn du das rein schiebst kann man natürlich jetzt hier nicht sehen aber dann ist kurz bevor es quasi in diesen einlass geht zu diesem mähwerk da ist dann eine kante noch dran wo ich denke wer macht denn sowas also jetzt schiebst du den stamm oder was auch immer schiebst du legst du jetzt drauf und schiebst ihn rein und dann stößt du vor die kante da mussten wieder anheben rein drücken dann ist dieser gelbe sicherheitsrahmen da draußen da kommst du ständig dran dann geht das ding wieder aus und naja ist halt dann auch immer immer witzig aber naja auf der anderen seite wie ihr seht es hat wunderbar funktioniert am ende des tages haben wir den ganzen grünen kram weg und naja am ende ist es ja das was zählt also dumm ist was auch zählt hier mit seinem püster ist doof wenn man dann beim trecker die das fenster auflässt da war nämlich das meiste alles im trecker so für heute aber dann ja das feierabend gemacht kollege muss immer weiter und sehen wir noch mal wieder in einem späteren video weil das ist natürlich noch nicht alles gewesen und weil das heute so gut geklappt hat kommt er auf jeden fall noch mal wieder das war jetzt hier ja noch in den nächsten tagen hier praktisch alles weggeschnitten kriegen was dieses da weggeschnitten werden muss so und dann geht es am haus dabei und diese konstruktion man 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 da habe da mich aber richtig für zerrissen ja leute leute so ist das nun mal ich habe halt immer baustützen hier und wenn man baustützen da hat dann denkt man auch mit baustützen und deswegen habe ich da eine baustütze darunter gestellt dass sie dass das nicht immer meine beste lösung ist das ist mir auch klar so manchmal vergessen glaube ich die ein oder anderen die in die kommentare was reinschreiben dass ich das hier nicht professionell mache sondern solche sachen vielleicht auch zum ersten mal ausprobiere jedenfalls habe ich jetzt hier ja was vor hier quasi so eine art wechsel da vorgeladet aber am ende des tages war das jetzt auch nicht wirklich viel last die da drauf gelegen hat so von daher alles gut ihr seht ihr zack die stütze kann weg das ganze hält hier mit dem brett mit dem etwas dickeren dieser kleinen bohle da die habe ich daran gebaut das habe ich kontrolliert das hat sich nicht einen millimeter bewegt so von daher können wir das jetzt auch einfach mal so lassen so jetzt hier noch um das fenster rum habe ich mir gedacht den rahmen baue ich so ein bisschen noch ab also naja baue ich ab mit hilfe meines vorschlaghammers damit er mir nicht da unten noch irgendwie auf der porotonschale nachher stört weißt du dann hast du nämlich die die decke raus und hast das gerüst aber nicht bis hier oben und dann kommst du da nicht mehr bei oder so das werde noch der der supergau und deswegen kläre ich jetzt gerade noch dass hier wirklich kein druck oder sonst irgendwas mehr drauf ist dann säge also da auch noch den den ständer ab und mache noch die 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 alte sparenplatte da platt damit ich sicher sein kann dass ich auf jeden fall die porotonschale darunter ohne probleme abreißen kann um mehr ging es mir jetzt hier gar nicht also das hat jetzt nichts mit ästhetik zu tun so jetzt geht es weiter nächster teil war ja die gesagt hier dieser teil der der decke muss jetzt weg das heißt hier noch einmal einen schnitt setzen damit ich diesen teil der sparenplatte dann auch abkriege und dann sollen eigentlich die beiden die drei rechten deckenbalken sollen dann eigentlich nach unten verschwinden die drei habe ich hier in meiner seilwinde rechts hängen in meiner elektrischen seilwinde da da hängen die jetzt eigentlich drin auf der gegenüberliegenden seite bei der giebelwand da liegen die einfach nur obendrauf auf der mauer das ist also jetzt nichts wirklich besonderes das heißt wenn ich das jetzt hier soweit los habe und ich lasse die seilwinde runter dann sollten die dinge eigentlich runter kommen das ist zumindestens hier an der stelle so mein plan für das ganze jetzt gucken wir mal was dabei passiert so now it's time to say goodbye zu den ersten drei deckenbalken die habe ich jetzt hier gelöst also im prinzip wurden die hier auf dieser seite sowieso nur von der proton schale gehalten die da noch drüber gemauert waren sonst liegen die da oben einfach nur drauf und naja auf der seite werden sie jetzt ja sowieso nur von der seilwinde noch gehalten und ja jetzt werde ich mal sehen jetzt lasse ich die seilwinde gleich mal herunter und da bin ich mal gespannt was dann passiert also man könnte jetzt eine kleine vorhersage machen was die physik wohl für uns so parat hat eine überraschung eigentlich gibt es nur zwei szenarien entweder ich lasse das jetzt runter und da passiert eigentlich gar nichts das heißt die kraft wenn ich jetzt runter lasse 45 grad und schiefer das sind nicht wegrutschen dass das praktisch hier hält dann lasse ich einfach runter bis auf dem boden sind und alles ist cool dann kann ich die seilwinde aushaken und alles ist locker oder alternativ die vielleicht etwas spektakulärere variante ich lasse das runter die fangen irgendwann an zu rutschen kommen dann hier aus der mauer und dann klöttert das hier ganz fürchterlich oder so naja werden wir mal sehen ich kann es noch nicht vorhersagen ich schätze mal es bleibt uns spektakulär aber wenn wir mal gucken letzten endes ist ja keiner hier hier oben bin ich sicher egal ob das hier unten klöttert oder nicht und deswegen schauen wir uns das einfach mal an was da jetzt mal rauskommt und das ganze können wir jetzt schön aus zwei perspektiven genießen einmal von oben einmal von unten und wir lassen das ganze mal in echtzeit mit nur minimalem kommentar meinerseits laufen und genießen den auto ja hier stellt sich dummerweise gerade raus dass der ganz äußere balken da hinten noch mal befestigt ist und ihr seht ja da sind noch dachlatten zwischen und das war natürlich jetzt eigentlich die idee dass alle drei runter kommen aber jetzt ist natürlich wenn nur zwei von drei kommen und dazwischen noch die dachlatten sind hält das ganze natürlich ja oder alternativ verkleidert gar nicht so richtig ja wie man sieht mit dem eingewicht passiert jetzt erst mal nichts mehr da muss ich ein bisschen mit einer kleinen mit einem kleinen kanten die dachlatten sind alles nicht wirklich zufriedenstellen so jetzt ist meiner zu kurz also brauche ich ihn länger ran also kantholz versteht sich das war jetzt unerwartet in die richtung aber wunderbar gepasst die ist hier schön drüber geschwenkt alles gut überraschend war nur dass der beiden da offen sich noch eingeklinkt ist war flex das haben wir natürlich nicht gesehen aber egal der stört er jetzt auch an der stelle erstmal nicht dann lassen wir den erst noch hängen ist nämlich jetzt hier auch relativ fest gut das habe ich nicht erwartet so nachdem das hier mit der decke naja ich würde mal sagen so mittelmäßig funktioniert hat ich meine gut das resultat ist hat ja irgendwie hingehauen bis auf der eine balken werde ich jetzt hier noch befestigen zur vorsicht weil ich jetzt nicht genau weiß das kann ich dann wenn ich hier ein gerüst stehen habe und so kann ich gehen doch runter lassen kein problem und darum machen wir jetzt erstmal eine kleine kaffee pause ein problem gelöst und bevor es ans nächste geht erstmal einen kleinen kaffee und an der stelle ein dickes dankeschön an alle da draußen die immer so fleißig meine videos schauen kommentieren und auch mal ein like da lassen vielen dank an dieser stelle dafür ihr wisst das ist immer sehr sehr willkommen und ist auch immer eine große unterstützung hier für meinen kleinen youtube kanal und wo wir gerade von unterstützung sprechen und ich hier nebenbei ja noch mein kleines gerüst wieder aufbaue noch so ein thema was uns hier gerade so ein bisschen beschäftigt bezüglich des dachstuhls ihr wisst wir haben ja nun bauerntrag das ist ja alles cool wir sind jetzt sozusagen mit einigen betrieben hier in der diskussion und haben jetzt hier einige angebote und das ganze ist schon ein bisschen erschütternd was soll ich sagen das problem jetzt dass das mehr kostet und zwar weitaus mehr geld kostet als wir überhaupt noch zur verfügung haben und das ist jetzt ein bisschen das problem wir müssen jetzt mal schauen wie wir das irgendwie finanziert kriegen das problem ist hier kannst du das nicht mit so wahnsinnig viel eigenleistung oder zeit ausgleichen wie wir das jetzt hier im normalfall ja hier bisher gelöst haben dass wir einfach gespart haben und dann immer kleckchenweise das geld sondern hier musst du halt auf einen schlag 100.000 oder 20.000 locker machen und ja dabei ist die maus kein fahren ab die haben wir einfach nicht jetzt müssen wir mal schauen wie wir das jetzt irgendwie hinkriegen weil wir ja eigentlich noch vor hatten dieses jahr das dach neu zu machen ja das ist so ein bisschen was wo ich momentan nicht so eine idee zu habe so jetzt sind wir an der nächsten recht interessanten stelle angelangt ich habe das jetzt schon mal soweit vorbereitet was ich ja meinte ich will jetzt diesen bogen hier naja bogen wie auch immer diese konstruktion aus dem eichenholz die steht hier praktisch nur zur zierde und die möchte ich jetzt gerne runter lassen möglichst kontrolliert auf der seite ist noch eine stütze die muss man gucken die ist natürlich oben mit nägeln noch befestigt ob ich die jetzt einfahre ob ich die einfach mit runter kippen lasse würde auch funktionieren das ganze möchte ich ein bisschen kontrollierter machen das heißt hier habe ich jetzt was erkennen kann habe ich mir jetzt zwei schlufe dran oben ist das in kran eingehängt in meine seilwinde ich in kran in die seilwinde auf dieser baustelle muss sich das ein bisschen näher definieren also nein nicht kran so jedenfalls habe ich das jetzt in die seilwinde eingehangen dass das unter spannung bleibt und ich wollte eigentlich hier diese bretter eben ab machen und habe dann beim drücken schon angefangen diesen balken hier rüber zu drücken also das ist echt ganz gruselig und da muss ich jetzt mal schauen wie ich das am ehesten mache also ohne mich dabei umzubringen weil wenn ich den jetzt hier raus drücke und wer weiß wo der dann hinschwingt also hier auf dem gerüst möchte ich dann eigentlich nicht so gerne stehen da muss ich mal sehen wie ich das am ehesten mache vielleicht von oben dass ich dann von oben heble ja so das könnte eventuell funktionieren von oben hebeln weil ob der dann so schwingt oder so das ist mir dann von oben ja auch relativ egal und da habe ich auch kontroll über die seilwinde also das wäre wahrscheinlich von oben das beste das heißt ich fahre das gerüst so ein bisschen an der seite und ja so ähnlich wie jetzt eben bei der decke ich mache erst mal ein bisschen aktion und hoffe das beste dann schauen wir mal was er da so zu sagt ob der ganze klub was jetzt hier nichts ein adler macht boah ist das der wahnsinn der steht hier wirklich nur so lose drin ne darfst du nicht über nachdenken naja so die seilwinde ist dran befestigt ja jetzt muss ich das ganze hier losröddeln das muss natürlich jetzt auf beiden seiten passieren ist klar und dann ist das hier so der plan dass das halt dann langsam an der seilwinde runter gelassen wird hier wäre eine zweite person auch extrem hilfreich gewesen weil dann hätte einer hier ja so ein bisschen hin und her wackeln können und der andere hätte die seilwinde bedienen können weil das bedienpanel da ist ja relativ kurz du kannst auch jetzt nicht so wahnsinnig muss immer hin und her laufen und später auch noch hoch und runter die ganze zeit laufen aber hier sieht man schon das geht so weit ja es ist zumindest ein kontrolliertes herablassen von dem ganzen balken teil hat sich zwischendurch ein paar mal verklemmt aber letzten endes hat das doch ganz gut funktioniert ich habe es heile runter gekriegt ohne dass es groß gescheppert hat es ist heile geblieben das ist ja das ziel gewesen so und von daher muss man da wohl ganz zufrieden mit sein aber ich sage das war wirklich auch eine sehr interessante aktion ist halt immer schwierig zu sagen wo das dann so hingeht wo das gewicht wenn das jetzt irgendwo hast du wo schiebt es sich hin wo will es hin und ja jetzt hat es sich da unten auch noch verklemmt und ja das ist wie gesagt zu zweit wäre die aktion viel besser gewesen alleine habe ich mir ein bisschen ein fertig gemacht und um noch mal kurz auf unser kleines finanzierungsproblem von dem dach zu sprechen zu kommen da habe ich mich ja eben praktisch selber unterbrochen hier mit meinem gequatsche also erst mal alles gut also kein stress ist alles soweit erstmal in ordnung wir haben noch genug zu tun jetzt hier am fachwerk die gerade wo er jetzt sieht die traufenseite die muss erst renoviert werden dann müssen wir hier die gebe seite noch fertig machen und so weiter da gibt es auch noch einiges zu tun und wir sind aber nur hat jetzt schon in der planung drin ist ja logisch aber eigentlich dieses jahr das dach neu machen wollen so als großen meilenstein und deswegen sage ich ja dann bist du jetzt in der angebotsphase und jetzt siehst du erstmal so heidewitzka was da eigentlich alles drin steckt und was das halt auch alles an geld kosten wird und vor allen dingen eben auch richtige summen die dann direkt überwiesen werden müssen und das wird ja das ist halt schon echt eine bittere geschichte und dadurch dass ich ja letztes jahr dann mit mit arbeitslosen das war ja auch alles nicht so geplant wenn du dann halt nicht mehr so groß das geld verdienst bisher das immer ganz gut hingehauen dass man halt genug nebenbei verdient hat um dann durchs sparen praktisch durchs sparsame leben das geld hier ins haus stecken zu können und so dann läuft das aber das funktioniert halt jetzt bei diesen beträgen nicht mehr so da müssen wir mal schauen wie wir das problem umgehen beziehungsweise lösen nicht umgehen sondern lösen müssen wir mal gucken irgendwer sagte mal da ging es jetzt mehr um die baumaschinen hat einige von euch mal in die kommentare geschrieben ja ihr macht doch crowdfunding aber da weiß ich auch nicht da bin ich auch nicht so ein freund von da hatten wir natürlich auch nur in dem zusammenhang über baumaschinen gesprochen und nicht hier um sowas hier also das sind ja auch ganz andere summen über die wir da sprechen also da bin ich auch eher skeptisch mit und das wird sich da mal zeigen das werden wir mal in den nächsten wochen vielleicht mal noch ein bisschen konkretisieren was wir da so machen können oder wie wir das überhaupt beigehen und wie wir dann so als strategie bei diesem dachstuhl letztendlich beigehen ja leute und damit ist es endlich geschafft jetzt habe ich da wirklich fast den ganzen tag habe ich jetzt daran rumgezangelt diese alte konstruktion hier abgebaut zu bekommen ja meine güte ohne wie gesagt immer mit dem anspruch dass man sich dabei nicht umbringt und möglichst wenig kollateralschäden verursacht aber ich glaube das ist mir ganz gut gelungen dank der seilwinde muss man eigentlich sagen ja aber ohne die seilwinde hätte ich das ding hier nie im leben vernünftig runter gekriegt dass da hätte ich mir übelst einen abgebrochen der war zwar jetzt habe ich hier echt rekord aufgestellt im hoch und runter laufen weil ich die ganze zeit immer oben eine seilwinde tik tik dann wieder runter hier unten ein bisschen rödeln dann wieder hoch seilwinde tik tik und wieder und oh hör mir auf wie oft ich heute die light habe ich da jedes mal einen euro für gekriegt hätte dann hätte ich mein geld mit diesem monat schon verdient naja egal auseinander bauen hat auch gut funktioniert da habe ich dann auch gedacht ach du scheiße jetzt hast du den ganzen klöderer datsch hier liegen aber das hat ganz gut funktioniert die beiden dinge habe ich jetzt auseinander das kopfband abbekommen das einzige was ich nicht was ich nicht erwartet habe hier dass den holznagel habe ich nicht rausgekriegt der ist warum auch immer so mega fest drin dass ich den nicht normalerweise kannst du von durch das loch praktisch den holznagel raus kloppen das hat hier nicht funktioniert dabei habe ich sogar den balken gesprengt oder ob der vorher schon eine bestätigung hatte gut das kann man nachher wieder da das ja auch wieder höchstens ein zierbalken wird kann man das wieder zusammenleimen und dann passt das wieder aber insgesamt habe ich die dinge hier liegen ich bin glücklich dass das ganze geklappt hat und ja was soll ich sagen auch wenn das jetzt video technisch natürlich nicht ganz so aufregend ist hat es echt wieder den ganzen tag gedauert ne so ist das halt aber dann kann es weitergehen mit der tür fange ich heute dann nicht mehr an das schaffe ich nicht mehr da muss ich auch ein bisschen ruhe für haben dass ich da will ich ja auch alles heile lassen dass ich mal gucke wie das ganze aufgebaut ist und so weiter und so weiter das mache ich dann ganz in ruhe beim nächsten mal und dann kann ich eben sehen sobald das gerettet ist kann ich hier richtig den abbruch fachwerker machen und mal so richtig fein den rest der decke raus rupfen und dann mal so richtig wieder proton hier wegwämmsen leute so ein klein bisschen freue ich mich da ja tatsächlich schon drauf ja da wollen wir sehen ob wir dann in der nächsten woche schon direkt in den abriss modus starten wenigstens die decke muss ich da oben ja noch so ein bisschen naja vorsichtiger abbauen wenn du da am gange bist dass die sparenplatten die deckenbalken da noch runter kommen aber ich denke mal das ist jetzt nicht mehr so das problem die komplizierten arbeiten sind jetzt auf jeden fall erledigt und dann geht es wieder richtig dabei proton weg kloppen da muss ich gucken bis dahin muss ich den anhänger natürlich wieder hier haben damit ich den schutt auch direkt wieder mit meiner super logistik kette hier entsorgt kriege aber dafür müssen da oben auch noch so ein paar buschwerk schnitt arbeiten erledigt werden also einmal häckseln müssen wir noch das immer mal zu dass wir das dann auch in der nächsten woche durchziehen und naja an der stelle würde ich sagen danke ich euch wie immer fürs zuschauen wenn einmal sein sollte schreibt es gerne in die kommentare und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video wieder bis denn leute tschau tschau